hallo und herzlich willkommen zu einer zu einem pokémon warp randomizer run wie soll ich sagen das wird wahrscheinlich der letzte warp randomizer run den ich aufnehme bevor ich endlich trussler auf die welt los lasse denn ich bin soweit ich bin fertig naja soweit man dann fertig sein kann also zumindest ist es soweit dass ich trussler auf die welt loslassen kann und das werde ich auch tun denn ich habe sowohl einen warp randomizer für feuerrot blatt grün drin als auch alle möglichen features die ich momentan drin haben wollte für pokémon schmaragd so jedenfalls wir kümmern uns heute um feuerrot blatt grün und ja ich würde eigentlich ohne umschweife anfangen wollen machen wir das mal gehen wir mal ins spiel behalten trussler natürlich daneben irgendwo offen ich brauche ja trussler um warps auch einzutragen um notizen mir zu machen darüber wo ich denn hin will und wo ich dann hin kann so jedenfalls ich habe vorher schon mal getestet ob der sieht den ich mir erstellt habe der mir erstellt wurde ob der denn auch wenigstens funktionieren würde ich habe ihn auf eine deutsche rom geschrieben ganz wichtige sache der normale warp randomizer den es vorher so gab den von point crow der kommt ja leider nicht mit anderssprachigen roms außer also kommt nur mit englischsprachigen roms klar und ich habe mir gedacht ja es gibt zumindest so ein feature request dazu dass man das auch auf weitere roms ausweiten sollte mit anderen sprachversionen und ja dem habe ich mich gewidmet und ich hoffe das war eine gute entscheidung und ich hoffe es funktioniert auch mit jeder sprache ich habe es bisher bloß in englisch und deutsch erst mal ausprobiert der rest ist auf dem papier richtig müsste man dann halt in einem echtwelt test sehen ob die ganzen fixes die angewendet werden auch wirklich das tun was sie sollen aber jedenfalls ja der typ nennt sich reich und ich sollte langsam mal anfangen nach über zwei minuten endlich loszulegen ich bin natürlich ein mädchen wie man sehen kann standard name helga ich überlege mir noch fürs nächste mal was neues so mein name ist helga und das ist der enkel und wir nennen ihn ich weiß nicht wie ich ihn nennen soll also ich ich wüsste jetzt ich könnte rein theoretisch ich könnte fies sein ich weiß nicht ob ich ob das fies ist oder nicht wenn ich jetzt das schreiben würde dann würde ich ja sozusagen einen gewissen youtuber der in größenordnungen weit 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 über mir steht würde ich damit zu meinen rivalen erklären aber so finde ich das gar nicht denn dieser warp randomizer der jetzt mit dem jetzt sozusagen trassler konkurrieren könnte ist ja eigentlich eine super sache gewesen und trassler sollte eigentlich nie ein warp randomizer werden das ist irgendwie das hat sich so ergeben das tut mir auch leid wenn ich dadurch leuten eventuell also also es tut mir nicht leid dass ich gute funktionen biete mit dem warp randomizer mit meinem warp randomizer die ein anderer ich hatte aber ehrlich gesagt ich würde lieber mit dem zusammenarbeiten als gegen die deswegen ist mein rivale einfach nur keine ahnung das was man üblicherweise wie man üblicherweise einen rivalen nennt so es war düdel stimmt es lag mir auf der zunge ja das haben wir doch alle mal gemacht vielleicht mit anderen worten aber zumindest so ungefähr so heimama bei mama so ja hier komme ich noch ganz normal lang und ich könnte natürlich auch noch hier in das professor eichs labor das ist alles noch normal belassen bisher noch nichts neues wie in jedem warp randomizer den ich kenne und ich kenne halt nur zwei und nehmen wir heute machine oder nehmen wir gemanda oder nehmen wir dieser sam ich mag auch dieser sam sehr gerne also ich bin normalerweise ein feuerstarter typ und ich nehme jetzt einfach mal ein feuerstarter so ich möchte glumanda einen spitznamen geben jetzt darf ich oder ich finde ich finde grill ist definitiv ein guter name so ja unser rival hat ein schick und jetzt gucken wir mal wer von uns das jetzt besser macht oh nein oh nein oh nein oh nein wir müssen kämpfen und wir wissen doch eigentlich wie man kämpft erst mal heuler mehrfach heuler so ja mist wir sind wieder auf dem gleichen stand ich glaube ich benutze noch mal heuler ja läuft läuft gut läuft mindestens richtig so und damit haben wir auch grill ein neues level geschenkt und dödel hat verloren tja so soweit so normal bla 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 ich würde sogar in diesem run soweit gehen und sagen ich hole mir auch gerne mal meinen also meinen pokédex ich könnte ohne pokédex weiterkommen aber machen wir nicht machen wir nicht heute nicht heute nicht ich könnte aber also auch ihr könntet aber ich wollte mal zeigen huch dass ich nicht da in dieses türchen reingehen wollte ja genau also auch dieser pokémarkt ist normal belassen damit ich das paket für professor eich bekomme das ist teil meines warp randomizers das ist kein bug das ist wirklich so beabsichtigt es gibt ein paar locks die wären nicht verändert und das ist auch vielleicht manchmal gut so sollen holen wir uns mal unseren pokédex blablabla blablabla was außerdem was ich auch hätte machen können wäre den rivalen haus vielleicht noch anderen work spendieren aber ich finde das eigentlich ganz gut dass wir auch die karte bekommen können hier so und damit geht es ab in die weite welt erstmal hier schön ein bisschen trainieren und dann geht's richtig los mit dem tatsächlichen Randomizer Run vielleicht könnte ich ja schon mal Mama darum bitten eine Pause einzulegen einlegen zu dürfen übrigens was bei dieser Pokémon Feuerrotblattgrün Randomization gar nicht mal so schlecht ist das liegt schon einfach am Storyanfang des Spiels man hat auf jeden Fall einen Laden, in dem man Basic Pokébälle kaufen kann hier nämlich und nehmen wir doch gleich ein paar 15, naja 10 reichen auch, dann krieg ich noch ich krieg keinen Premier Ball dazu ich dachte, es war ab der Generation, wo man dann auch den Premier Ball dazu kriegt oder war das in in den anderen Spielen die mir jetzt gerade hier Rubin, Saphir, Smaragd wann wurde denn der Premier Premier Ball der Premier Minister Ball eingeführt ich weiß es gerade nicht mehr ganz so genau auf jeden Fall wird jetzt erstmal hier unser Grill trainiert ein bisschen nur ein kleines bisschen danach geht's los mit dem echten Warp Randomizer huch ich hab mich doch gerade nur nach unten bewegt so ähm dann nochmal einmal schnell einmal schnell zum Mama zum Heilen ich trau mich sowas nicht sonst ich trau mich nicht in die große weite Welt nur um dann da gleich zu sterben nein, 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 nein ich gehe lieber zum ich gehe wie ein Feigling zu meiner Mama und ich lege eine Pause ein sehr gut so, jetzt ab ab geht's und gleich werden wir sehen wo komme ich hin wenn ich in dieses Türchen reingehe und wir kommen nach Punktloch das ist schon mal richtig eklig ähm da gehe ich noch nicht rein ich habe hier einen Durchgang einfach nur okay ähm Orden sind Geheimnisumwogen was achso, ja äh umwoben äh ich brauche keine Ordenssachen auch nicht schon wieder das Punktloch das ist doch äh hier komme ich ja eh nicht durch genau hier kann ich noch rein verlorene Höhle ist ja noch besser oh Gott so dann lassen wir uns von dem mal zeigen wie Pokémon gefangen werden na so okay alles klar ich könnte rein theoretisch mal gucken was hier der Wald bringt oh See wie Eilande ja stimmt hier äh wir haben noch unseren Rivalen Dödel hier auch ähm okay wir sind auf Eiland irgendwas gelandet das werde ich mir definitiv mal oh wir haben eine äh Moment jetzt muss ich mal schnell nach äh ich muss das mal ganz schnell nach äh machen hier ähm wir sind auf Eiland 4 angekommen genau und wenn wir ins Pokécenter reingehen dann kommen wir direkt raus geilerweise beim 5. Orden so ähm und wenn ich in den Markt reingehe äh gehen wir mal hierhin zurück ähm dann komme ich nach Vertania City nach äh nehmen wir erstmal nehmen wir mal irgendwas Grünes dafür so ähm das ist jetzt noch relativ wichtig das so einzuzeichnen hier haben wir es so okay 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 mach ich erstmal auf dem Eiland weiter ich hab eigentlich gerade mehr Bock auf äh Eiland und weniger Bock auf irgendwelche Sachen äh wo jeder Raum gleich aussieht so gehen wir doch erstmal hier nach oben Eiskaskadenhöhle nicht cool nicht cool äh würde ich erstmal auf Eis legen so Diktas Höhle ist eigentlich nur ein boah schon wieder die verlorene Höhle ich mag das tatsächlich nicht es ist wichtig lege ich aber auch erstmal auf Eis ich brauche erstmal starke Pokémon schon wieder verlorene Höhle das kann auch wohl nicht wahr sein so was was ist hier drüben ähm pardon ich brauche ein Fahrrad okay dann gehe ich erstmal hier lang und hab einen Tunnelpfad oh könnte ich hier nicht irgendwo Gegenstände aufsammeln äh hier liegt nichts äh zumindest fühlt es sich nicht so an als ob da was liegt ich drücke die ganze Zeit A ihr hört das vielleicht ihr seht das nicht ich hab keine Ahnung auf jeden Fall drücke ich hier die ganze Zeit irgendwo A bin mir aber nicht sicher ob das irgendetwas bringt oder ob ich hier ja egal ich hab keinen Detektor und deswegen aha okay wir kommen in eine Sackgasse wenn wir hier durchgehen erstmal dann so sind wir hier irgendwie bei ähm ich weiß wo das ist ähm ich würde mal von dem aus in Richtung Fuchsania City was ziehen ähm das war jetzt äh genau das war der hier und der führt mich ultimativ äh ins nichts genau alles klar dann haben wir noch den hier unten ah oh oh schön 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 ich krieg Zerschneider das ist ja cool wenigstens etwas okay ähm dann kann ich ja hier wieder zurück und kann sagen wir haben den Zerschneider gefunden wir brauchen den nicht mehr ist ja wunderbar es ist ja wunderschön dass das auf einmal so klappt ähm so dann würde ich mich mal in der Tania City nochmal etwas weiter umsehen also was war das hier das war ein das ging irgendwie zum Punktloch ähm ich guck nur mal schnell in welchem Haus sind wir in dem Haus welches da ist ähm machen wir das mal grün ich weiß das mit den Farben ist nicht unbedingt notwendig aber ja damit ihr es mal gesehen habt wie man das nutzen kann ähm Trassler soll ja schließlich auch dazu benutzt werden um gewisse ja Connections äh gut sichtbar anzeigen zu können und wir haben wieder einen Weg in die verlorene Höhle ich mag das überhaupt nicht ich finde das gar nicht gut ähm das ist gelb gekennzeichnet jetzt einfach mal Rocket HQ ach du Schande ja hier kriegt man vielleicht cool Items aber wenn ich Pech habe was ich wahrscheinlich irgendwann schnell haben werde ja ein Sonderbonbon bringt mir jetzt natürlich noch nicht so viel bei meinem Popel Pokémon was ich momentan noch habe Grill ist jetzt nicht sonderlich äh hochgelevelt und hier unten würde ich erstmal nicht lang gehen ne ne ok wir haben gesehen wir kommen auf diese Art und Weise ins Rocket HQ aber ich weiß auch gar nicht gab es in diesem Raum irgendwo noch da gab es doch bestimmt noch irgendwas ja werden wir uns das ganze auch mal markieren als oh 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 äh Nabelfels okay das ist eigentlich nur ein Two-Way das heißt damit oh damit komme ich in den Mondberg das ist gar nicht so schlecht das ist echt gut gerade und ich habe übrigens noch gar kein Abra oder sowas aber ich habe noch kein Teleport Pokémon das wird ja witzig ähm für den Fall dass ich doch mal irgendwo lande wo ich Softlocken könnte oder versuche ich es heute mal ganz ohne Abra einfach nur weil äh ich mal sehen will ob äh mein Randomizer Code eventuell Softlocks minimiert oder sogar ausschließt das wäre ja gefährlich ist das auf jeden Fall so ähm wir sind jetzt hier also im Mondberg das heißt erstmal Pokémon fangen und vielleicht trainieren äh ja entkommen ist gut gewinnen ist besser ich brauche was anderes ich brauche was anderes ich brauche irgendwo ein oh ein Fluchtunmöglich brauche ich gerade nicht ähm oh Kleinstein ist jetzt nicht unbedingt das was ich haben will ist hier irgendwo ein Paras zu finden oder nehme ich jetzt einfach erstmal ein Zubat in die Hand damit ich ein Zubat habe ah schön diese Musik im Hintergrund noch äh das 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 macht den Zubat Kampf gleich zu einem äh legendären Pokémon Kampf würde ich mal wie zum wie ging das denn oh man da bricht mir da Zubat einfach so aus dem Ball aus ohne den wackeln zu lassen ist ja schrecklich ok erster Tod ähm Übrigens ich hab's mal wieder ich hab es mal wieder geschafft ich hab mal wieder meinen Start nicht angehabt ach man mein Timer zum Glück mach ich das sowieso nicht um irgendeine äh echte Competitive Zeit da raus zu bekommen es ist es ist Wahnsinn immer wieder vergisst der den Timer weißt du was ne jetzt bin ich zu weit jetzt jetzt muss ich äh ach da weiß ich schon was ich in die äh in den in den ähm was ich dann in die Videobeschreibung eintragen kann Run startet bei und Timer startet bei das mache ich okay ich würde ja eigentlich gerne noch äh so weit trainiert haben dass ich na ich weiß nicht ob ich mir jetzt extra ein Mankey fangen soll weil ein Mankey ist jetzt auch nicht unbedingt das Pokémon meiner Träume gerade in dem Fall nicht das Pokémon meiner Träume übrigens weil es halt ziemlich schwach ist gerade dafür so gehen wir doch nochmal in das Pokémon Center da kommen wir zum Nabelfels und vom Nabelfels aus zum Punktloch das heißt für mich ich brauche nur eine Verbindung ziehen denn das andere ist einfach nur so genannter Two Way eine Verbindung die nur in zwei Richtungen gehen kann und keine dritte irgendwie hat durch die man abzweigen könnte dementsprechend können wir die Dinger gerne überspringen so dann gucken wir doch mal von hier aus wo kommen wir noch hin Glutberg ist wieder ein Two Way übrigens da passiert sonst gar nichts und ein Pokémon Center haben wir gefunden Island 3 Pokémon Center so so ja klar dann heilen wir ist nur noch die Frage wo bin ich reingegangen ah ok hier Island 3 Pokémon Center machen wir das mal als Pokémon Center Markierung also beziehungsweise muss ich denn unbedingt markieren dass das ein Pokémon Center auf Island 3 ist das Ding ist ich kann meinem Warp auch eine Farbe geben einfach um zu zeigen ey jo das ist ein machen wir es einfach mal machen wir es einfach mal also ich kann einfach nur dem Warp eine Farbe geben und dann reicht das vielleicht auch schon so was haben wir hier oh 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 ja ich hab nur ein Pokémon dabei nein ich brauche mehr Geld ich brauche ich will diese Pension benutzen das ist das ist richtig gut ich mag das ich finde das gut dass ich eine Pension benutzen kann ich glaube das ist nämlich ne das ist nicht die ist ist das die egal es ist eine Pension und das reicht mir erstmal es könnte auch die in die woanders halt sein so dann weiß ich was ich doch machen werde ich fange mir ein Pokémon irgendein Pokémon und trainiere erstmal meinen Grill Nein Nein ich möchte Radfrats keinen Spitznamen geben so übrigens wir werden schon mal Heuler auf den ersten Platz packen Glut kann ruhig weiter hinten bleiben das ist okay was machen wir jetzt Kratzer passt Pokéball da haben wir jetzt zwei Radfrats und gucken mal was dann was für eine Pension wir hier gefunden haben so ja wir heilen diese Pokémon auch ruhig wieder so da da eines meiner Pokémon soll er so natürlich Grill bitte erstmal okay jetzt muss ich aufpassen dass es nicht zu stark wird weil sonst habe ich kein Geld ist mehr um es abzuholen okay eins möchte so das war nämlich gar nicht richtig aber wo sind wir denn jetzt nochmal ach ja hier so Azuria City ist hier so das ist die Pension und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen rumlaufen und anscheinend mal an die Tür gehen das sind pr sie sch So, ach ja, wie gut, dass ich gerade in einer Aufnahme bin und nicht in einem Stream, deswegen kann ich diesen Besuch des Postboten auch einfach rausschneiden. Nein, also vielleicht nähert sich dann meine tatsächliche Zeit dann auf diese Art und Weise der gemessenen Zeit an. Das ist doch auch mal was. Dann war das mit dem Timer später starten vielleicht ja sogar eine passable Idee gewesen. So, okay, laufen wir mal hin und her und gucken wir, ob unser Glumander gut darauf reagiert. Wie gut, dass ich hier verschnellern kann in dem Spiel. Diese Art und Weise kann ich meinen Glumander trainieren, ohne meinen Glumander wirklich zu trainieren. So, okay, wo komme ich nochmal raus, wenn ich... Ach, hier ist der Glutberg. Ach, vielleicht kriege ich dadurch schnelleren Schritte zusammen. Ja, so mache ich das. Ich halte die Oben-Taste gedrückt und drücke dann immer wieder die Unten-Taste, um nach unten zu kommen. So geht das. So, hoffen wir mal darauf, dass mein Glumander dann nicht mehr als neun Level bekommt. Gucken wir mal. Vier Level. Ach, pfff. Na, wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Wir wollen es so weit haben, dass es sich entwickeln kann. Das wäre ganz cool. Dafür gehe ich auch... Dafür labere ich auch gerne mal einfach die Zeit kaputt innerhalb der nächsten... Weiß ich nicht, so für zwei Minuten, drei Minuten. Ach ja. Es ist einfach wunderschön. Und vor allem, während ihr dieses Video schaut, könnt ihr genauso gut jetzt Trassler benutzen, denn es ist offiziell, äh, released. Das ist... Es hat ewig gedauert. Also tatsächlich, ich könnte jetzt hier über Trassler fachsimpeln, wenn ich mal wollte. Und ihr könnt nichts dagegen tun, weil, äh, das ist leider nicht interaktiv. Ihr könnt höchstens in den Kommentaren meckern, boah, jetzt redet der da drüber, was der für ein komisches Programm gemacht hat. Ich will das allerhöchstens nutzen, aber ich will auch nicht wissen, wie das irgendwie funktioniert. Wie auch immer, äh, sechs Level gestiegen ist auch nicht schlecht. Ich glaube, ich nehme noch ein bisschen. So. Ich trau mich einfach mal. Also, wenn... Wenn ich da hingehe und auf einmal da steht, äh, dein Glumander ist um zehn Level gestiegen, Habe ich ein richtig großes Problem, dann wäre das Einzige, was ich im Team habe, dann wären zwei Radfrads. Bitte nicht. Bitte nicht. Das wäre so... Das wäre so fies. So. Ähm. Ja. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich mache noch eins, zwei, drei, äh, drei, zwei. Eins. Und... Ah, genug, genug Übungen geübt für heute. Es ist um acht Level gestiegen und ja, das ist gut. Ich kriege meinen Grill zurück und Grill ist Level 18. Wenn es noch ein weiteres Level kriegt, dann ist es auch endlich, äh... Warte mal, hier muss ich rein, genau. Ähm. Ähm. Dann, dann, dann steigt es auch im Level so weit auf, dass es... Ja. Das ist... Ähm. Sich entwickelt. Ja, genau. Also, es hätte sich schon entwickeln können, aber ist gerade noch nicht. Oh, nicht sehr effektiv war das. Okay, dann nehmen wir doch einfach Kratzer und dann... Was ist das hier? Okay, alles klar. Na dann wollen wir... Ach, wir können ja einen Sonderbonbon verwenden, um es zu entwickeln, aber... Das halte ich... Das halte ich für wirklich unnötig gerade. Ah, und außerdem haben wir ja auch noch Zerschneider. Gebe ich jetzt diesem Pokémon extra Zerschneider? Oder kann das auch eins von den Razzifrazzis? Ja, Razzifrazi kann! Das ist doch sehr schön. So, ähm... Dann mache ich das, glaube ich, erstmal auf Razzifrazi. So, mein Glumander wird sich bald entwickeln, hoffentlicherweise. Ähm... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe ja jetzt so ein paar Sachen rausgefunden, wo ich hin kann, aber... Wir waren auf Vierland. Vierland hatte eine... Ja, hatte irgendeine Verbindung zu irgendwas. Äh, zum Beispiel zur fünften Pokémon-Arena. Aber die fünfte Pokémon-Arena ist uns ja jetzt ja gar nicht so wichtig. Äh, der Rest war nicht so krass. Achso, deswegen bin ich wieder zurückgegangen irgendwann und habe mir andere Sachen angeguckt. Ja, dann... Aber warte mal. Irgendwo bin ich doch hingekommen. Irgendwie bin ich in den Mondberg gekommen. Und das über da. Okay, ah, über hier. Hier, hier, hier rüber. So, okay. Mondberg. Zack, haben wir. So, dann wollen wir mal schauen, ob mein Pokémon hier gegen ein... Kleinstein. Kleinstein. Gegen einen Kleinstein. Und gegen noch einen Kleinstein. Ähm, gewinnen kann. Sieht gut aus bisher. Und... Wuuuuhu. Nein, ich möchte nicht Rauchwolke erlernen. Danke. Ähm, mag in manchen Situationen eine coole Attacke sein, aber... Oh, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Noch ein Radfraads Level 10. Und Zubat. Zubat, Zubat. So. Das hätten wir. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier landen würden. Okay, in der Siegesstraße. Ich weiß nicht, ob ich mit meinem Glutexo da jetzt momentan schon Pokémon fangen will. Es wäre cool. Aber es kann genauso gut passieren, dass mir mein Team kaputt geht. Okay, wir waren im Mondberg gewesen. Huchy. So. Haben wir gleich. Äh, von hier aus machen wir einfach mal so ein Ding, äh, Richtung Siegesstraße. Und zwar sieht mir das aus wie... Haben wir gleich, haben wir gleich. Nein, ist das hier? Oh, da ist doch noch jemand im Wege. Oh, jetzt, also für den bräuchte ich wahrscheinlich ein starkes Siegesstraßen-Pokémon. Äh, sowas wie ein Mashok vielleicht, ja. Gucken wir mal, ob Glute funktioniert. Nein. Gar nicht. Äh, gucken wir mal, ob Pokéball funktioniert. Ja! Boah. Ach, ist das schön. Ist das schön. Mashok. Ja. Wie, wie nennen wir denn unser Mashok? Ich überlege gerade, äh... Ups. Nein, ich wollte keine Hilfe. Ich wollte gar keine Hilfe. Ich nenne es Arty. Denn dann ist es ein Arty-Schock. So. Okay. Das Mashok ist dann schon mal, äh, gut, um weitere Pokémon zu... ...besiegen oder zu fangen. Ich versuche mal, ein Onyx mir gleich zu holen. Und bam! Nice! Ja! Ach ja. Ich weiß, das klappt bestimmt nicht. Ne. Dann muss ich das abkürzen auf Perlkette. Das hatten wir schon mal in, äh, einem Run zu Pokémon, äh, Let's Go. Let's Go, Let's Go. Was gibt's hier noch Schönes? Ah ja, ein Razav. Ich will das Razav. Vom Überroller überrollt. Bums. So, äh, Pokéball. Dann habe ich eben ein Kampfteam. Ja, von mir aus. Oh, wie, wie hieß denn Razav in meinem letzten Run? Oh, ich vergesse das voll. Ach, Mann. Er hat zur Not... Es ist ein männliches. Okay. Äh. Ja. Das hat jetzt überhaupt keinen Grund. Ich nenne es jetzt einfach Bernd. Warum soll ich es nicht Bernd nennen? Ihr könnt mir, ihr könnt mir gerne mal sagen, warum ich einen Razav nicht Bernd nennen darf. Und ich werde euch nicht dabei zuhören. Haha. Nein, ähm, alles gut. So, wir haben jetzt also gesehen, wir kommen so in die Siegesstraße, aber ich glaube, mit dem Team jetzt, so wie es ist, würde ich nicht versuchen wollen, diesen Siegesstraßentypen, der da noch war, zu besiegen. Wir haben hier ein Sonderbonbon, schön, schön. So, Arty mit einem Überroller. Macht ein bisschen Schaden, aber ist nicht viel. Und nochmal, Überroller. Habe ich mir tatsächlich auch mal vor, vor mittlerweile einem knappen Jahr zugelegt. Einen, einen, äh, Motorroller und der ist übelst gut. Das ist der Überroller. Oh, oh, oh nice. Oh, sehr schön. Ja, ganz wichtig. Brauche ich später noch. Äh, machen wir da mal eine nach Fuchsania City. Das Ding ist gut. Äh, ich habe einen Ort gefunden, den ich sehr gut gebrauchen kann. Nämlich, äh, hier kriege ich Stärke. Ist cool, soll auch so sein, dass man diesen Ort auch finden kann. Und dass der nicht hinter irgendwas versteckt ist. Also, das, es gibt eine gewisse Hierarchie, die möchte ich jetzt mal nicht, äh, offen aussprechen. Aber, es ist eigentlich, äh, so angedacht, dass man, äh, an alles rankommt. Und gegebenenfalls sogar alles benötigt. Äh, je nachdem, äh, wie das Glück einem da, äh, mitspielt. Und zwar, also, äh, VMs, andere Items, äh, die es da auch noch gäbe. Und jetzt bin ich vergiftet. Och, das ist nicht schön. Ach, das ist gar nicht schön. Also, beziehungsweise, mein Pokémon ist vergiftet. Äh, gucken wir mal, wie weit wir damit durchhalten. So. Oh, nein! Okay, ich habe was gefunden. Ich habe was sehr cooles gefunden, wie es aussieht. Ähm. Im, im Mondberg. Wo ist der Mondberg jetzt wieder? Okay, äh, also, äh, vom Mondberg komme ich da aus hin. Da will ich definitiv noch durch, sobald ich mich stark genug fühle. Äh, hier haben wir gerade ein kleines, äh, Problemchen. Übrigens, ähm, hier sieht man einen der kleinen, äh, Fixes, die ich angewandt habe. Äh, man, man muss selbst hier durchlaufen und die Tür wird nicht verschlossen. Das ist, äh, einer der kleinen Fixes, äh, die dafür sorgen, dass man hier nicht irgendwie feststecken bleibt. Vor allem, falls man von der anderen Seite kommt, äh, dass man sich da nicht bewegt. Das ist, äh, ist, äh, tatsächlich auch, äh, also, es hat eine Weile gedauert, bis ich rausgefunden habe, wie die bei dem anderen Randomizer, äh, das gemacht haben. Äh, äh, solche Fixes einzubauen, äh, wo da die, äh, entsprechenden, äh, Skripte dafür waren. Und, ähm, was man da eintragen müsste, damit es funktioniert. Ich finde es ganz interessant, äh, Trassler macht das ein kleines bisschen anders sogar als der, äh, Universal Warp Randomizer. Ich möchte aber jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Ich möchte versuchen, diesen Kampf... Naja, zu gewinnen kann ich ja schlecht sagen. Das, äh, wird nix. So, äh, Kreuzi, bloß! Äh, das war nix. Geowurf, bloß! Och, Mann. Ja. Leider nicht, leider nicht. Okay. Oh, wir haben also, wir haben also schon mal einen Top 4 gefunden. Das ist, das ist sehr schön. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, Hilfe. Okay. Und wir haben kein, äh, kampfligiges Pokémon mehr. Vielleicht sollten wir mal wieder das eine oder andere in ein, äh... Ah, ich bin wieder hier. Das heißt, hier wäre, ja. Hier wäre das, äh, die Pokémon-Pension. Das wäre ich jetzt natürlich nicht weitermachen. Äh, ich habe ja jetzt sehr starke Pokémon. So. Gucken wir mal, wenn ich in der Pension war, dann bin ich doch gerade... B-b-b-b-b-b-b. Hier lang gegangen. Dadurch. Und jetzt kann ich ja mal gucken, wo geht es denn in die anderen Richtungen weiter. Okay, hier haben wir erstmal was, wo es normal durchgeht. Und hier haben wir wieder ein, äh, ein Radweg. Okay. Schlecht. Äh, oh, 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 wichtig. Wichtig, wichtig. Wo bin ich hergekommen? Wie bin ich hier hergekommen? Okay, ähm, von Punktloch? Okay. Von dem linken. Von dem linken, äh, komme ich... Ich überspringe mal diesen ganzen anderen Kram. Vielleicht. Eventuell. Ich weiß, hier ist eigentlich noch ein... Noch ein Warp, den ich... Ach, ne. Den, den muss ich mir merken. Okay, ähm, gucken wir mal. Wo bin ich denn laut Karte eigentlich gerade? Hier haben wir eine Karte. Und ich bin unten Route 15. Das heißt, ich kann hier sogar durch. Ach, na, guck mal einer an. Na, sieh mal, Einer, guck. Mensch. Okay. Das heißt, äh, hier komme ich von da aus hin. Okay. Das heißt, ich habe hier noch eine Möglichkeit, mal was zu erforschen. Aha. Aha. Machen wir das mal. Dann haben wir hier auch gleich den Außenbereich. Interessant, interessant. Gehen wir jetzt mal hier hin. Ähm, und machen hier erstmal weiter. Weil das sind nur drei weitere Türchen. Äh, das müsste schnell gehen. So, dann kommen wir nämlich auf die Zinnoberinsel zu diesem Hub. Nicht zu verwechseln mit einer Seite für Erwachsenen-Content. Oh! Okay, äh, ich habe, ich habe, ich bin gerade durch Two Ways gegangen. Also müsste ich eigentlich, ähm, müsste ich eigentlich hier, äh, die, die Verbindung direkt ziehen können. Das ist ja... Schaffe ich das jetzt schon? Ich, ich probiere mal einen von den Trainern. Mit Artie und Bernd und Perlkette und so. Zack. Äh, könnte was werden, ja. Machen wir mal den Überroller oder den Kreuzhieb? Ich mache den Kreuzhieb. Oh, oh, Geowoof kann der. Das ist ja... Das ist ja schön. So, okay. Als nächstes Macholo. Ja, das ist... Mach ich einfach einen Kreuzhieb und dann ist das weg. So, was kommt jetzt? Nochmal, Maschok. Okay. Äh, wie wäre es mit Vergeltung? Versuchen wir das mal. Bumms! Uh! Okay. Damit haben wir das schon mal erledigt. Äh, dann kommt hier einer mit weiteren Pokémon. Ich werde mal einen Trank vorher einsetzen. Sicher ist sicher. Lieber das Pokémon erstmal ein bisschen heilen. Das bringt nicht so viel, aber... Naja, was man hat, hat man. So, ähm, Kreuzhieb? Ne, gehen, gehen daneben. Und, äh, dann mache ich doch lieber den Überroller. Ja, sorry. Arty ist weg. Äh, versuchen wir es mal mit Bernd. Bernie Bärchen. Los. Äh, wie wäre es jetzt mit einem Kreuzhieb? Das ist doch super. Geowurf hinten rein. Äh, hinterher, meine ich. Wollte ich sagen. Die ganze Zeit. So, Ass Trainer setzt Nidorina ein. Versuchen wir doch mal Raserei. Es fällt in... Verfällt in Raserei. Macht aber irgendwie nicht so viel damit. Na, machen wir doch mal lieber einen Geowurf. Das hilft mehr. Oh nein. Es ist vergiftet. Na. Please, please, please. Lett mich noch... Lett mich noch einmal gewinnen mit hier Perlkette oder so. Eisenschweif könnte vielleicht... Nichts treffen. Feuerodem. Machen wir mal Feuerodem. Feuerodem. Odem hat es paralysiert. Das könnte einen guten, äh... Also, es könnte vielleicht noch gut für uns laufen. Wenn ich mit irgendetwas sinnvollem... Irgendwas sinnvolles mache. Okay, ähm... Glut. Glut haut nicht so rein. Ich fürchte, der Kampf ist verloren. Der ist leider, leider verloren. Habe ich mir ein bisschen zu viel zugetraut. Sollte ich eventuell mal, äh... Schauen, ob ich ein anderes... Pokémon-Team zustande bekomme. Ja, ich weiß, äh... Supermärkte sind cool. Müsst ihr mir nicht sagen. Ähm... Also, ich würde auf jeden Fall erstmal... Ein Radfratz, welches kein VM-Sklave ist... Ja, genau. Würde ich erstmal ablegen. Dann kann ich mir nämlich noch... Ein starkes Pokémon zusätzlich... Irgendwo herholen. Das war der Mondberg. Das war hier. Das war Route 5. Und hier, äh... Ist die Arena. Das ist wichtig. Verlorene Höhle mag ich nicht momentan. Das werde ich mir wahrscheinlich gelb markieren. Verlorene Höhle. Verlorene Höhle. Äh... Einfach mal da. Da kommen wir später dazu, sage ich jetzt einfach. So, was haben wir hier? Äh... Team Rocket Versteck müsste gehen. Dann hole ich mir doch mal ein paar EP und ein paar, äh... Items zum Beispiel. Es sind nicht die richtigen Attacken, die mein Pokémon hier hat. Ich glaube, ich sollte mal lieber, ähm... Ein anderes trainieren. Machen wir doch mal... Berni-Bärchen hier. Ähm... Geowurf... Boom! Yeah! Gegen solche Pokémon hilft das. Äh... Schade. Okay. Reicht nicht ganz. Zubat könnte wieder... Ja. Hat nicht genug KP. Radikal. Kriegt einfach ein Kreuzheb rein. So. Ja doch. Ja doch. Und... Jetzt holen wir uns erstmal hier das eine oder andere. X-Tempo. Zum Beispiel. Mondstein. Flieg und Sieg. Okay. Ich habe TM12 bekommen. Was auch immer das nochmal war. Da sind noch weitere Items. Aber ich glaube... Dafür muss ich hier lang. Komme ich trotzdem nicht hin. Dann muss ich erstmal hier rüber. Wahrscheinlich. Versuchen wir es mal hier. Ja. Ja. Ja's. Super Trank. So. Äh... Hier bringt mir das überhaupt nichts da weiter zu gehen. Also gehen wir mal wieder hier hin. Hier hin. Hier hin. Äh... Den Weg. Den Weg. Und nicht da hoch. Vorsichtig. So. Was haben wir hier? Äh... Ist das... Momentchen mal. Ich muss gerade mal was gucken. Ist das normal? Wird das nicht gerandomisiert? Oder ist das jetzt... Ich... Ich muss da wirklich mal gerade gucken. Äh... Das Ding... Führte mich wohin? Wohin? Äh... Also der hier. Nach da. Müsste eigentlich gerandomisiert werden. Ich gucke gerne nochmal schnell richtig nach. Weil wenn ich in diesem Zustand Trassler hochlade. Das wäre ja... Näh, näh, näh. Näh, 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 näh. Ich gucke mal ganz genau hin. In meinem Programm. Wird das gerandomisiert? Wenn ja, dann ist alles gut. Da steht, das ist ein Dead End. Okay, und das sagt hier... Ja, wird anscheinend gerandomisiert. War Zufall, dass das so aussieht. Ist ja wunderschön. Ist ja... Ist ja herrlich. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Ähm... Der hier kann mir gerne mal... Seine Pokémon zeigen. Dann zeige ich ihm... meinen Überroller. Ah, daneben. Nein, nicht wieder eine Giftattacke. Das ist doch nicht... Nee, 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 nee. Bitte nicht. So, wir kriegen trotzdem Geld von denen. Das ist wichtig. Äh, hier übrigens können wir immer noch den... Dafür braucht man den Liftöffner. Ja, den haben wir nun leider nicht. Also kann ich da nicht weiter lang. Ähm... Warte mal, ich war im Rocket-Hauptquartier... Und war da... Okay, okay, ja, ja, ja. Pokémon Center. Nice. Sehr schön. Ähm... Das Ding würde ich mal als Dead-End bezeichnen, mit dem ich nichts machen kann. Ähm... Hier bin ich reingekommen, als ich... Gucken wir nochmal. Äh... Als ich da unten in die Zinnova-Insel... In den Zinnova-Insel-Raum da reingegangen bin. Okay, ja, ja, ja. Machen wir doch hier erstmal weiter. Wir haben hier ein wunderschönes, äh... Pokémon Center. Und zwar in Fuchsania City. Ja, hätte ich jetzt, äh... Sowas wie Teleport, dann wäre das sogar eventuell cool. Dann könnte ich mich vielleicht sogar raus-teleportieren. Ich weiß gerade gar nicht. Ähm... So. Das ist die Farbe. Machen wir Fuchsania City-Farben, das Ganze. Ähm... Und sagen, wir sind hier rangekommen. So. Übrigens hier auch Elevator Fix. Funktioniert. Sehr schön. Ähm... Wir werden nicht irgendwie aus dem Bild ge... Wir werden nicht aus dem Bild geschmissen, äh... Durch den Aufzug im... Durch die Rolltreppe in einem Pokémon Center. So, dann wollen wir doch mal schauen. Hier bin ich rausgekommen. Ist ja sehr cool. Ich hab also Zugriff auf Orania City. Hm. Kann gut sein. Äh... Hier haben wir irgendeinen Pokémon-Markt. Mir ist erstmal egal welcher. Aber wir kriegen da Hyperbälle. Ohohohohohohohohoho. Nice. Okay. Orania bringt uns Hyperbälle. Ähm... Äh... Das... Das... Das mache ich mal gelb. Müssen wir noch überprüfen. Hier ist wieder ein Pokémon Center. Guck an. Und wir landen in dem Pokémon Center von... Island 7. Ja, na dann. Äh, Island 7 war hier unten. Genau. Äh, Seven Island. Blöb. Äh, war das jetzt der hier? Ne, war er nicht. Also war es hier. Dann ist das, was wir hier bekommen, ahahaha, ein Evoli. Ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben. Ähm. Wie nenne ich denn das jetzt? Gibt es irgendeinen ganz bestimmten Evoli-Spitznamen? Ach, was soll's. Äh, bin, bin einfach mal so. So. Ach, schön, schön. Schön, schön, schön. Okay, aber das heißt für mich jetzt auch, ähm, das Ding führt in ein Pokémon-Center und ansonsten ist das hier erstmal unwichtig. Ähm. Okay. Das heißt, hier, das führt auch zu einem Pokémon-Center. Äh, äh, Orania City ist Pokémon-Center-Stadt momentan. Ähm. Was, wohin führt der Markt? Zu einem Pokémon-Center vielleicht? Nein. Okay. In ein Dead End. Momentan, äh, bringt mir nicht viel. Was, was, wo führt das hier unten hin? In die MSN. Okay. Äh, würde ich als Dead End bezeichnen. Ich weiß aber, man kann hier gegen die Leute antreten. So. Röms. Aha. Vielleicht muss ich mal gucken, was ich, äh, Artie schönes anderes beibringen kann. Denn so richtig macht das keinen Spaß, mit Überroller immer wieder Schaden zu nehmen. Aber zumindest... Geld gibt's. Für die ganze Sache. Kreuz-Heap trifft leider nicht so häufig. Ist grad schlecht. Ich brauch definitiv andere Attacken für dieses Pokémon. So, ähm... Damit haben wir das schon mal. Was ist mit der Dicta-Höhle? Die Dicta-Höhle ist... Psychokinese! Oh! Hm! Oh, ich liebe es! Ich mag das! Brauchen wir nicht mehr? Gut. Also, die Psychokinese brauchen wir, aber den Ort brauchen wir nicht mehr. Danke, lieber Mann. Danke, danke. So, haben wir denn schon ein Pokémon, das das lernen kann? Nein, natürlich nicht. Kugelsaat. Haben wir ein Pokémon, das Kugelsaat lernen kann? Nein. Wir haben Pokémon, die Zerschneider lernen können, aber Zerschneider ist halt nicht cool. Genug für meine Pokémon. So. X-Abwehr. Vielleicht können wir ja auch irgendwann mal was verkaufen. Und wir können Spieler besiegen hier. Spieler besiegen ist immer gut, weil Spieler bringen Geld. Na, komm schon. Überrolle. Und, wie viel kriegen wir? Oh, 1200. Noch was. Das ist doch was. So, jetzt gucken wir mal, wo wir hinkommen, wenn wir hier reingehen. Und wir kommen nach... Ah, warte mal. Wir kommen aus dem Fels-Tunnel raus, würde ich sagen, ist das. Okay. Wird definitiv aufgeschrieben, denn das ist ein Weg nach Lavandia. Ähm... Da geben wir dem Ganzen auch mal diese Farbe. Ich habe nicht allzu viele Farben in Trussler eingebaut. Ich könnte mehr einbauen, aber jetzt momentan... leider gerade nicht. So, ähm... Wir sind hier noch nicht ganz fertig. Ich würde lieber gerne das Gebiet vollständig kartografieren. Und dazu muss ich hier einmal rüber. Bam, 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 bam. Okay, radikal vom Überroller überrollt. So. Dann gehen wir gleich mal hier rüber. Und... Den Smetbo-Typen, den lassen wir außen vor. Was haben wir denn hier oben? Das Pokémon-Haus. Okay. Ist das hier... Ja, das ist ein Dead End. Okay. Ähm... Hat uns nicht so viel gebracht. KP-Plus, na ja. Immerhin. Kann man auch mögen. So, okay. Ähm... Wo sind wir denn hier? Ah, wir haben ja... Wir haben ja auch noch gar nicht das, äh, Pokémon. Äh... Das Gym, das, äh... Die Arena. Meine Güte, hat das lange gedauert. Achso, warte mal. Das Ding wollte ich einfach nur als Dead End kennzeichnen. Was... Wo kommen wir hier hin? Siegesstraße. Oh, wei. Hier könnten wir mit Stärke natürlich dann auch noch weiterkommen. Also gucken wir mal, was... Wie es hier weitergeht. Ne. Pokémon-Turm. Ach, guck an. Okay. Äh... Momentan alles mehr so Sachen, die aussehen wie Two Ways. Und wir haben die Azurier-Höhle. Coole Sache. Ähm... Merke ich mir als positiv momentan. Denn jetzt könnte ich hier mal versuchen, mir ein richtig cooles Magneton zum Beispiel zu fangen. Sehen wir mal, ob... Irgendeins meiner Pokémon... Schaden macht darauf. Das ist schon mal nicht sehr effektiv. Aber... Fliehen. Aber ich habe einen Radfratz an zweiter Stelle im Team gehabt. Ist jetzt nicht so gut. So, ähm... Dann werden wir Perlkette jetzt, glaube ich, erstmal hier rüber... Ach, Saku ist ja auch noch im Team. Och Mist. Na, dann muss ich, äh... Saku zu meiner... Oh, Parasek. Äh... Versuchen. Rums. Pilzspore. Na toll, es ist eingeschlafen. Es ist paralysiert. Yeah. Also... Wird langsam mit meinem Pokémon-Team. Ähm... Wenn das so klappt und ich das fangen kann. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Oh. Oh, hm. So, Seeschauminseln. Äh, das ist nicht gut. Äh... Weil ich nicht weiß, ob ich hier noch... Ich würde den... Ich würde die Sache mal noch markieren. Razav Level 52 ist auch ganz cool. Aber... Gehen wir erstmal wieder hier raus. Ähm... Hier gibt es definitiv noch einiges zu erkunden. Ich würde aber vorher... Erst einmal... Mein Pokémon-Team zusammensuchen. So, ähm... Hm, 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 hm. Und Wumms. Ach ja, Perlkette macht das super mit Feuerodem. Ach, dann... Dann ziehen wir dem hier auch noch sein Geld ab. Warum nicht? Wumms. Und naja, 240. Hm, hm. Trotzdem, Geld kann wichtig sein. Nehmen wir es einfach mal mit. Äh, die ganze Zeit mit Slam nicht getroffen. Feuerodem trifft nicht. Könnte eventuell an sowas wie Sandwirbel liegen. Aber... Aber... Schauen wir mal erstmal hier weiter. Ähm... Wo war das nochmal? Hier war ein Pokémon-Center. Ja. Genau. Okay. Ähm... Hatten wir jetzt hier noch irgendwelche Sachen, wo wir sowieso weiter konnten immer? Ähm... Ja, dann würde ich sagen, äh... Versuchen wir es erstmal mit Lavandia... Vingardium Lavandiasa... Sag ich da nur. Okay, äh... Jetzt nochmal Feuerodem von Onyx. Grumstidums. So. Das ist doch schön. Es ist gerade... Ähm... Es hat doch nicht... Alles, äh... Gleich sofort kaputt gehauen, aber... Das macht nichts. Warte mal. Oh, jetzt bin ich ins Pokémon-Center gegangen und hab keine Pokémon geholt. Irrg. Ich bin vergesslich heute. Ich bin heute sowas von vergesslich. Ich bin ständig vergesslich. Also von daher... Es macht keinen Unterschied zu sonst. Hauptsache, äh... Das Programm, was ich geschrieben habe, funktioniert so, wie es funktionieren soll. Schauen wir uns das mal an. Vielleicht ist das so. Vielleicht auch nicht. Ach, ich kann ja aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Ich muss die ja besiegen. Naja. Warum nur? Tut euch doch mal was Gutes und, äh... Oh nein. Es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Ah. Ah. Ich muss nicht gut im Spielen sein, solange ich im Programmieren gut bin, möchte ich nur mal dazu sagen. Solange es dafür reicht. Wahrscheinlich selbst dafür nicht so vollständig, aber... Oh. Energiefokus war jetzt nicht das, was ich haben wollte. Dann. So. Okay. Funke ist übergesprungen. Sehr schön. Schön, 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 schön. Ähm. Ab ins Pokémon Center. Erstens mal heilen. Zweitens mal ein paar Pokémon rüberholen. Ich glaube, da ich jetzt, äh, gerade niemanden so in einem, äh, Stream habe, der mich hassen könnte dafür, muss ich, muss ich jetzt mal auf Schnelligkeit spielen und Saku ins, äh, in, 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 hier, äh, in die Box legen. Es tut mir so leid, Saku, irgendwann werde ich mich dafür, äh, revanchieren. Ähm, dass du mir, ähm, dass du mir Dienste geleistet hast, indem du einfach in die Box gegangen bist. So, wir haben immer noch kein Pokémon, das Psychokinese lernen kann. Wir brauchen aber noch eins, was Zerschneider lernt. Ähm, Grill hätte ich auch natürlich ins, in die Box legen können. Machen wir erst mal, geben wir erst mal Parasektes. Äh, Kugelsaat auf Parasekt ist auch eine gute Idee vielleicht. Was sagt das? Zehn, naja. Zehn pro Samen, möchte ich das? Nein, jetzt, jetzt nicht, nein. Vielleicht kriege ich ja noch sowas Schönes wie Gigasauger. Wenn ich dann meinen vierten Orden habe. Äh, in die MSN komme ich momentan nicht rein, weil ich kein Bootsticket habe. Schade. Sehr schade. Kann man aber mit leben. So, jetzt gehen wir wieder hier rein und, äh, landen erst mal in Lavandia. Okay. Dann wollen wir uns das doch mal genauer angucken. Welche Teleporter werden wir uns denn jetzt alle schnappen? Punktloch. Oh, cool. Ich habe einen Saphir gefunden und den hat jemand geklaut. Ah, das ist ja blöd. Das ist ja schlecht. Schade. Okay, ähm. So, hier sind wir. Aha, 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 aha. Ah, das ist ja schön. Äh, werde ich wahrscheinlich gleich als nächstes machen, wenn ich irgendwie durch Lavandia... Äh, ist ein sehr cooles Ding. Führt mich zu einem Hub. Dann. Oh nein. Oh nein. Ein One-Way. Ein One-Way. Nimm den nicht. Nimm den nie wieder. Ich mag One-Ways nicht. Äh, wir landen in Route 4. Ah, beim Mondberg wahrscheinlich in dem Pokémon Center. Okay. Ähm. Jetzt muss ich mal gucken, wo in dem Punktloch war ich denn? Ach, nein, 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 nein. Das ist schrecklich. Ähm. Okay, ich glaube, es ist das hier. Ja. War das ein Pokémon Center, wo ich dadurch hingekommen bin? Ja. War ich. Und zwar das bei... Okay, Mamoria City, äh, drüber. Äh, hier. So. Hier könnte ich natürlich mir ein Carpador kaufen, aber ganz ehrlich, nö. Oh, wir sind schon wieder auf der MSN. Wir kommen von der MSN zur MSN. Habe ich jetzt damit, äh, verstanden. Das heißt, wir können jetzt hier in der MSN einfach mal... Wir können sagen, hier komme ich hin. Ähm. Ähm. Aber wo bin ich nochmal rausgekommen, als ich... Ah. Ich bin... Ich bin irgendwie auf die MSN gegangen, äh, gekommen, aber... Ich... Es war über Lavandier. Das weiß ich noch. Naja, vielleicht... Vielleicht komme ich ja wieder zurück auf die MSN, von der MSN aus. Wer weiß, wer weiß. Wäre schön. Oh. Ja, äh, hier... Hier kann mir mein, äh, zweiter Orden überprüft werden, aber ich habe ihn leider noch nicht. Interessant. Ähm. Würde ich jetzt als... Kann man später mal aufsuchen. Ähm. Eiskaskadenhöhle. Ah, ich weiß... Ich weiß, da ist doch dieser komische Eingang, äh, womit ich woanders hinkomme. Also, ich komme damit, glaube ich, wieder irgendwo hin zurück. Äh... Schlecht. Ganz schlecht. Das ist nämlich wieder ein One-Way. Und damit lande ich in welchem von den Räumen? In einem, in dem ich schon war wenigstens? Ja. Nee. Gar nicht. Das ist nicht gut. Äh... Ich lande in Azurias City, wenn ich nach oben gehe. Okay. Äh, dann machen wir das mal hoch. Das wollte ich nicht haben. Ähm... Das nochmal weg. Aber ich werde das, glaube ich, mal mit dem... Mit dem Ding hier verbinden. Und, äh, das... Geht rüber zu Azurias City. Was hier oben irgendwo ist. Und dann komme ich aus diesem Gebäude raus. So, so. Okay. Ja, dann müssen wir uns Azurias City jetzt wohl mal angucken. Oh, Seeschaum... Ich lande hier überall an so einen blöden One-Ways. Das gibt's doch nicht. Äh... Bitte nicht. Bitte nicht so. Okay. Hintan. Oh, das Silvco-Gebäude. Es hat auch was Gutes vielleicht. Ähm... Da muss ich mal gucken. Das wäre hier irgendwo... Und zwar genau dieser Warp. Äh... Nein. Das machen wir mal wieder weg. Ähm... So. Dieser Warp hier geht über ins Silvco-Gebäude. In Saffronia. Und zwar Stockwerk Nummer... Eins. Beziehungsweise 2F ist das. Das ist sehr schön. Äh... Das Silvco-Gebäude wird mir definitiv noch als richtig cooler Hub dienen. So. Feuerodem. Haut nicht so rein. Ist nicht so schlimm. Muss mal mitleben. So. Zuward. Ach. Einfach raufgeslammt und fertig. Das ist das Slammer-Filet. So. Okay. 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 Ach. Schon wieder über eine Stunde am Aufnehmen hier. Ja. Dauert leider ein bisschen so ein Randomizer-Run. Okay. Äh... Was mach ich denn jetzt als erstes? Na? Nee. Feuerodem bringt nicht so viel. Sandsturm bringt gar nichts. Warum auch immer ich jetzt Sandsturm eingesetzt habe. Wer weiß. Vielleicht hat das ja alles seine Gründe. Wie zum Beispiel, dass ich dann Zubat treffe. Ja. Genau das wird's gewesen sein. Denn ich werd mich jetzt erstmal vor Verwirrung selbst verletzen. So. Okay. Alles klar. Ähm... Meine erste Amtshandlung wär, glaub ich, dass ich, wenn ich hier schon drin bin... Ich überlege gerade, welches Stockwerk war das? War das das richtige? Nein. Hier nicht. Ähm... Stockwerk 3? Vielleicht? Nee. Das ist es auch nicht. Ich guck einfach mal auf meine Karte. Ich hab doch hier eine. So. Ähm... Was ich suche, ist natürlich der Ort, an dem ich... Ach hier. 5F. Also... Stockwerk 4. Das ist es. So. Damit hol ich mir nämlich erstmal den Liftöffner und kann dann überall hier hin. Los. Nein, nicht vergiftet sein. Das geht doch nicht. Ach man. Autsch. Okay. Ähm... Wie wäre es, wenn wir mal einfach Magneton versuchen? Mit Funkensprung. Haut bestimmt gut rein. Würde ich jetzt erstmal an die vorderste Stelle hier nehmen. Aha. Oh. Oh. Okay. Äh... Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm sogar... Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm irgendwann mal zum Ende dieses Satzes vor allem. Ähm... Okay, also. Sehr coole Sache. Ähm... Prismania. Und zwar... Wäre das hier. So. Hier ins Prismania Einkaufszentrum kommen wir. Also wir haben zwei Hubwelten, die miteinander verbunden sind. Das ist wunderbar. Das machen wir so. Das machen wir so. Ähm... Ich würde mir erstmal weiterhin diese Hubwelt angucken. Türöffner gefunden. Nice, 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 nice. Nice. Okay, ein Hypno. Kriegt doch wohl mit Triplette so halbwegs besiegt. Oder mit Funkensprung. Ja, mit Funkensprung sieht das gut aus. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit erstmal ordentlich... Moneten. Moneten und Items und überhaupt zu sammeln. Protein. Hallo du. Ähm, ja. Das heißt, ich hab jetzt hier die Möglichkeit mal davon abgesehen, dass ich ja immer in ein One-Way laufen könnte. Aber ansonsten hab ich hier die Möglichkeit überall hinzukommen. Oh, bin ich gespannt. Oh, bin ich gespannt. Was ich... Was mich hier alles erwarten wird. Ähm... Fangen wir hier an. Eine Kammer, die überhaupt keinen Mehrwert für mich hat. So. Okay. Dann landen wir hier in einem, äh... Gebäude in Fuchsania City. Das überhaupt keinen Mehrwert für mich hat. Dann... Gucken wir mal hier unten. Oh! 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 Erster Orden! Ich darf bloß nicht vergessen meinen Timer dann, äh... zu drücken. Oh Junge, oh Junge, oh Boy. Ähm... Ich werd das jetzt mal nicht... Also dadurch, dass ich diese Arena gleich sofort machen kann, werd ich die jetzt einfach nur, äh... schnell mal durchgehen und, äh... werd danach sagen, ich muss diesen... diesen Warp nie wieder benutzen. Also ich kann ihn gleich mal auf... rot stellen. Denn diesen Kampf werd ich nicht verlieren. Sorry, aber... das wär ein Unding. So... Ja, ja, ja. Ja, und Typ Stärken oder Schwächen sind mir jetzt gerade sowas von egal. Ich gewinn hier trotzdem. Oh yeah. Okay. Okay. Wir haben unseren ersten Orden. Klack. Yeah. Yeah. Hihihihi. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Okay. Äh... Damit sind wir fast durch dieses Stockwerk... Oh. Äh... Würde ich sagen, ist nicht wichtig, da... Äh... Ich... Warte mal. Aber wo bin ich jetzt gelandet? In welchem Stockwerk? Ich guck mal. 4 S und dann... 2 S. Okay. Ähm... Das heißt, der dritte Stock ist das hier. Also... Das Ding ist auch unwichtig. Dann mach ich doch gleich mal hier weiter. Warum nicht? Huh. 5 S. Oh Gott. Es wird langsam kompliziert. Ähm... Ähm... Das heißt... Hier irgendwo müsste ich... Nee. 5, 5, 5... Äh, hier. Okay. Das Ding führt nur in dem, äh... Silvco-Gebäude herum. Das ist... Bringt mir nicht viel. Jetzt würde ich gerne wissen, äh... Wurde hier wieder was nicht gerandomisiert oder... Eigentlich müsste es... Oh! Magneton gegen Magneton. Nur, dass meins stärker ist. Oder Magneton. Weil es, äh... Geräusche machen kann. Dann heißt es Magneton. Okay, alles klärchen. Ähm... Ich bin trotzdem der Meinung, eigentlich müssten die Sachen gerandomisiert worden sein und, äh... Und auch... Ja. Ähm... Wo bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Hier, äh... Ich bin jetzt in Stockwerk Nummer... Genau. In dem Stockwerk. Ich mach hier einfach jetzt weiter. So bin ich jetzt eben. Ähm... Okay. Um... In das... Gebiet in der Mitte reinzukommen, muss ich so oder sowas, äh... Muss ich sowieso hier jemanden besiegen. Kann ich mal schnell machen. Rums. So. Hier gibt's aber auch nix weiter. Äh... Keine Teleporter zumindest. Dann schauen wir mal. Wo führt uns denn der hier hin? Ins Pokémon Haus. Okay. Okay. Ähm... Ich mach einfach mal eine Verbindung zur Zenova-Insel. In das Pokémon Haus. Geh ich jetzt hier gleich weiter oder lasse ich's? Ich kann hier überall durchmarschieren momentan. Ich hab die Pokémon dafür. Und es gibt hier ja anscheinend... Ich guck gerade mal. Gibt's hier mehr als einen Teleporter? Ich glaube... Ähm... Hier gibt es nur einen weiteren Teleporter, weil alles andere ist in einem anderen Teil dieses, äh... Dieses... Dieses... Dieser Map. Dementsprechend gehe ich mal schnell den... Hier hoch. Oh! Und das war gut! Das war sehr gut! Das war super! Yes, yes, yes! Okay, äh... Das Ding haben wir... Das haben wir noch nicht. Jetzt haben wir also... Wir haben... Wir haben Major Bob gefunden. Das ist sehr schön. Oh, ich find das... Ich find das so wunderbar. Wir haben Major Bob gefunden! Hihi! Okay. Läuft. Ähm... Das heißt... Wir gehen wieder hier erstmal hin zurück. Gucken. Sind hier noch irgendwelche Teleporter offen? Äh... Ja, natürlich. Äh... Die Treppe nach oben und die Treppe nach unten. Ich... Weiß nicht, wo ich bin. Und ich gehe da nicht durch, solange ich das nicht weiß. Ich dürfte rein theoretisch da nicht durchkommen. Ja, Durchgang ist versperrt. Äh... Dann würde ich das mal als gelb bezeichnen. Weil ich noch nicht weiß, wo ich am Ende landen werde hinter dieser Tür. Äh... Wo bin ich diesmal? Oh! Äh... Hier dürfte ich auch nicht durchkommen. Denn ich habe kein Fahrrad. Das ist okay. Das ist völlig okay. Äh... Würde ich auch mal als gelb bezeichnen. Muss man noch weiter... Das ist der... Die Prismania-Seite. Äh... Hier bin ich rausgekommen. Und was ist hier? Das Silvko-Gebäude! Ich komme vom Silvko-Gebäude ins Silvko-Gebäude zurück. Echt jetzt? Ich will das nochmal überprüfen. Ähm... Ja, tatsächlich. Ich komme vom Silvko-Gebäude ins Silvko-Gebäude. Das ist... Schön. Sehr schön. Okay. Äh... 3S. 3S. Wo ist denn 3S? 3S ist 4F? Muss man aufpassen bei sowas. Und von hier aus komme ich auf Eiland wie viel? Eiland 7. Okay. Schön, schön. Ich weiß nicht, welche Farbe ich da nehmen soll. Grau. Eilande sind für mich alle grau. Nein, keine Ahnung. Ähm... Und da komme ich aus dem Pokémon Center raus. Später merken wir uns... Äh... Für später merken wir uns das einfach mal. So. Ich... Muss jetzt aber erstmal wieder hier zurück zu 4F und gucken. Ähm... Hier sind 3 Teleporter in diesem Gebäude. Äh... Also in diesem Stockwerk des Gebäudes. So. So. Funkensprung. Easy. Okay. Äh... Wir können hier natürlich auch noch Sachen, äh... Uns... Glauben. Ah. Schön. Schön, schön, schön. Wer bist du denn? Hm. Jemand, der sich versteckt. Ah, okay. Von hier aus kommen wir wieder Richtung Azuria City zurück. Da, 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 da... Dahin. Ja, jetzt haben wir ja hier fast schon alles... Eiskaskadenhöhle. Okay. Ein Dead End. Ein Dead End in der Eiskaskadenhöhle mit einem Quiekel. Aber erstmal ein Dead End. So. Außerdem... Äh... Steht da ein... Ist das normal? Ist das normal, dass dieses Pokémon dort steht? Hm. Das ist ja komisch. Aber wenn das... Wenn das so ist... Weiß ich nicht tatsächlich gerade. Äh, ich... Ich kümmere mich erstmal um den hier. Dann kriege ich den Schaufler. Den ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Denn, äh... Ein kleines Geheimnis über, äh... Trasla, das ich euch gerne erzählen möchte. Äh... Wenn man, ähm... Irgendwelche... Irgendwelche, äh... Worps auf eine ROM spielen möchte. Dann werden auch Fixes angewendet. Und einer davon sorgt dafür, dass, äh... Teleport und, ähm... Dass... Nicht nur Teleport, sondern auch Fliegen überall benutzbar sind. Glutberg. Da gehe ich nicht hin. Das lassen wir schön. Äh... Würde ich auch mal als... Unnütz sehen. Also wenn man hier reinkommt. Äh... Es gibt eine Möglichkeit wieder in den... Äh... Also... Ich hab das so gemacht. Genau bei diesem Warp habe ich mir tatsächlich Gedanken machen müssen. Äh... Denn... Man kann hier runterspringen und kommt nie wieder auf diesen Warp zurück. Das heißt, äh... Man darf nicht machen, dass etwas Wichtiges hinter diesem Warp liegt. Aber man kann etwas Wichtiges hinter einen der anderen beiden Warps legen. Ich glaube aber, die anderen beiden Warps sind einfach bloß so eine Art Two-Way zwischen... Ne, können die ja gar nicht sein. Ich guck lieber nochmal. Die dürfen kein Two-Way sein. Die dürfen... Die dürfen keine zwei, äh... Ich guck mal, wie es aussieht im richtigen Programm. Ich glaube, die haben ihre eigene... Ja, die haben ihre eigene Warp-Type-Gruppe. Das bedeutet, äh... Die werden irgendwann als allererstes mal... Ähm... Werden... Also... Aus allen Warp-Type-Gruppen wird sozusagen erstmal eine riesengroße, äh... Main-Schleife gemacht, sozusagen. In meinem Algorithmus. Und, ähm... Das heißt, äh... Wenn man... Wenn man in irgendeinen Warp dieser... Äh... Dieser Main-Schleife reinkommt, ist man definitiv mit allen anderen Warps der Main-Schleife irgendwie verbunden. Weil man... Naja, also... Die sind so, 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 wirklich so hintereinander gelegt, äh... Dass, dass man erstmal sagt, ähm... Jeder... Jede Gruppe führt zu einer anderen Gruppe. Ist ja auch... Ist ja auch erstmal... Nicht ganz so wichtig. Also ich würd's gern erklären, aber ich weiß... Äh... Es würde mich beim Spielen ablenken und, äh... Es würde wahrscheinlich, äh... Dabei auch nur wegen des Spielens irgendwas komisches rauskommen. Wenn ich das jetzt versuchen würde zu erklären. Aber man kann sagen, ähm... Hier ist alles so aufgebaut, dass... Dass ich einen Main-Loop habe und auf dem baut alles auf. Und, ähm... Dass ich dann später erst Warps hinzufüge, die, ähm... Was weiß ich... Surfer brauchen oder Stärke brauchen oder sowas. Ähm... Oder voraussetzen, sag ich mal. Sodass, äh... Sachen erst mit dem Main-Loop verbunden werden. Dann kommen Sachen... Also... Dann kann man beim... Mit dem Main-Loop ist definitiv der Ort für, äh... Zerschneider verbunden. Und, äh... Wenn man Zerschneider hat, dann werden dem... Werden weitere Warps hinzugefügt, äh... Die Zerschneider voraussetzen. Und dann, äh... So weiter und so fort. So, okay. Ähm... Wir sind jetzt, ähm... Silvco Building an diesem Warp gewesen. Und sind rausgekommen hier irgendwo unter Lavandia. Da. Das heißt für uns, wir kommen hier momentan nicht weiter. Weil wir kein, äh... Surfer oder sowas haben. Das heißt, äh... Wir gehen erstmal in den Fels-Tunnel. Ach du Schande. Äh... Ich weiß nicht, in welchem Teil des Fels-Tunnels wir sind. Und wir haben kein, äh... Wir haben auch nichts, was uns Licht macht. Äh... Würde ich erstmal auf... Wir gucken uns das später nochmal ansetzen. Aber es mir auch gleich angucken. Ich hoffe, ich finde hier irgendwann mal wieder raus dann. Ah... So. Okay. Klappt alles noch soweit. Äh... Ich kann mal versuchen, ob ich rausfinde, in welchem Raum vom, äh... Fels-Tunnel ich mich befinde. Ich habe ja auch hier für eine Karte. Ja, man muss nur... Man muss nur schlau genug agieren. Ähm... Wir hatten gerade einen... Warte mal. Wir hatten den hier. Aber wo war der genau? Wo haben wir denn hier überall Wanderer in diesem Fels-Tunnel-Ding? Das war doch nicht etwa der hier. Ah! Ah! Okay. Okay. Ich habe meinen Weg gefunden. Ich versuche es mal. Ich hoffe, ich, äh... Liege richtig. Rein theoretisch müssten hier jetzt diese... Ja, sehr schön. Okay. Ähm... Schauen wir mal, wenn wir hier gleich... Ja. Hier runtergehen. Dann ist das super. Da ist jemand, der mit uns kämpfen will. So oder so. Ähm... Einfach mal zerschneidern. Dann Bisasam zerschneidern. Sehr gut. Und da haben wir noch jemanden, der gegen uns kämpfen möchte. Mit seinem... Ach ja, der Typ mit dem Fleckmon. Es tut mir so leid, dass ich einen Fleckmon, äh... besiegen muss. Normalerweise bin ich Fleckmon-freundlicher. So. Und wir haben hier einfach nur einen, äh... einen Pokémark gefunden. Ich glaube, das hat nicht so viel, äh... sich gelohnt. Aber ich weiß jetzt... Hier muss ich nie wieder lang. Okay. So. Hier hoch. Das ist... Das ist das Gute, wenn man so eine Map hat. Das ist wirklich gerade... äußerst gut. So. Das heißt, ähm... Dieser Teil des Silvko-Gebäudes... Naja. Ich würde da jetzt nicht extra lang gehen. Nur um mir ein, äh... Nur um mir ein... ein paar Items zu kaufen. Nein. Das machen wir nicht. So. Okay. Jetzt, äh... Der Warp hier drunter ist... Ah! Ein Item in der verlorenen Höhle. Endlich mal was Gutes hier. So. Ähm... Okay. Ähm... Aber den... haben wir damit auch erschöpft. Ähm... Okay. In dem Stockwerk bin ich durch. Ich glaube, ich gehe einfach mal ins... ins Erdgeschoss. So. Aha. Was sagt das Erdgeschoss? Das bringt mich nach Saphronia City. Das Erdgeschoss hier bringt mich nach Saphronia City. Das ist schön. Nehme ich so hin. Nehme ich gerne so hin. Saphronia City. Können wir gerne so knallgelb machen. Und ich komme hier raus. Alles klar. Äh... Saphronia City würde ich erstmal momentan noch nicht weiter durchsuchen. Aber was haben wir hier oben? Nabelfels. Und dann wieder die verlorene Höhle. Irg. Irgendwann muss ich mich um die verlorene Höhle kümmern. Und es... Es kotzt mich jetzt schon an. Ist... Also... Ich mache lieber so einen Main Hub wie... Wie Saphronia City hier. Äh... Wie das... Warte mal. In... 2F? Ist in 2F noch... Oh, da ist ja noch alles. Okay. Dann gucken wir mal, was in... 2F. Also erster Stock ist. Ähm... Hier einmal. Seeschauminseln. Glutberg. Ach, guck mal. Ah. Wir wären also wieder zurück. Nein. Nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Das Ding bitte nie wieder benutzen. Das ist ja Mist. Das ist ja richtig Mist. Okay. Das ist ja... Oh, es kotzt mich schon wieder an. So. Vertania Wald. Wir sind im Vertania Wald gelandet. Und bisher sind das alles nur irgendwelche Arten von... Äh... Two Ways. Also werde ich jetzt wahrscheinlich durch den Vertania Wald müssen. Durch den gesamten. Aber vielleicht ist ja am Ende des Vertania Waldes... Doch was Schönes. Wir werden sehen. Und... Mhm. Mhm. Nehmen wir doch einfach ein paar Trainer mit. Warum nicht? Ich weiß, ich müsste nicht. Aber... Hey. Geld ist Geld. Und EP sind EP. Wobei... Ach, was soll's. Ich lauf hier einfach mal ganz normal lang. Oh, ein Pikachu. Tja, schade. So. Ah, der Typ denn schon wieder mit seinem Level 9 Horn-Dio. Ja, der kann mich mal. So. Rudi. Okay. Okay. Wir kommen vom Vertania Wald aus in ein Pokémon Center. Vielleicht sollte ich mir das langsam dann doch mal aufschreiben. Ähm. Bisher sind da wirklich alles nur irgendwelche Two-Way-Sachen. Das gibt's doch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Ähm. Schauen wir doch mal, in welchem Pokémon Center wir sind. Island 4. Äh. Island 4. Island 4 war irgendwo hier. Ich bin unten rein, ne? Bin... Das war... Ja. Okay. Gucken wir mal hier. Oh. Nicht schon wieder die verlorene Höhle. Aber ich glaub, ich muss diesmal. Ich muss mehr oder weniger. Also... Dann schauen wir mal. Was haben wir jetzt bei... Äh. Höhle. 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 Wahnsinn. Was wir hier haben. Ähm. Ich bin von unten rein, oder? Ja. Gut. Dann fangen... Gehen wir doch mal im Uhrzeigersinn. Und landen im Silvco-Gebäude wieder. Warte. Was? Vielleicht sollte ich mir dieses... Sollte ich mir die Sache doch mal, ähm... Einzeichnen. Das ist... Das ist gut, dass ich da lande. Das ist sehr gut. Äh... Silvco-Gebäude. Silvco-Gebäude war... Ich will da nicht gern reingehen, aber... Ich weiß jetzt, es ist okay. Nee, warte mal. Doch. 3S. Nee. Ich bin... EG. Falsch... Falsch gedacht hier. Äh. Da will ich trotzdem nicht rein. Okay. Äh. Aber ich weiß jetzt... Wenn ich im EG dahin gehe, dann... Ist das in Ordnung. Dann machen wir doch da einfach mal weiter. Vielleicht kommen ja noch andere schöne Sachen. Einkaufszentrum EG. Hm. Ist doch was. Ist doch was. Muss man nicht drüber meckern. Kann man. Muss man aber nicht. So. Ähm. Dann nehmen wir noch den vierten. Und der ist wahrscheinlich wieder... Oh. Oh. Der ist ja noch besser. Hihi. Hm. Okay. Äh. Wir sind hier aus der Seite rausgekommen. Okay. Ähm. Und wo bin ich rein? In die verlorene Höhle. Ach ja. Diese verlorene Höhle. Es ist eigentlich gar nicht so eine schlimme Höhle gerade. Ja. Stimmt. Das war das. Und. Es ist genau wieder... Ja. Hier. Dann haben wir einen Raum der verlorenen Höhle schon mal durch. Und sind vor allem jetzt in Prismania City. Wo ich eine Sache mal tun könnte. Ähm. Denn. In Prismania City werden einige Räume absichtlich nicht, äh, randomized. Ganz absichtlich. Ach. Muss ich wirklich hier Münzen finden eigentlich gerade? Eigentlich doch nicht. Ich hab doch mehr als genug Geld, um Münzen auch zu kaufen, zur Not. Und. Hier noch ein paar Münzen. Da noch ein paar Münzen. Ja. Von dem nehm ich auch ein paar Münzen. Aber andere. Ach. Pokémon Gen 5 Musik. Pokémon Gen 5 Musik. Wunderschön. Oh. Es geht gerade richtig leger auch. So. Ähm. Dieses Gebäude ist auch nichts. Ah. Abra 180 Münzen. Gut. Dann schnauern wir noch ein paar Leute an. 10 Münzen. 10 Münzen. 10 Münzen. Und wir finden noch 10. Und. Wir finden noch mehr, oder? Ah. 20 Münzen. 20 Münzen. Bapp. Bapp. Mhm. Also es ist auf jeden Fall möglich, sich sein Abra hier zusammenzufinden. Und ich hab das absichtlich nicht gerandomisiert, damit man im Zweifelsfall, sobald man nach Prismania City kommt, auch wirklich ein Abra bekommen kann. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö und 20 weitere so wir haben unser aber zusammen gespart das reicht erst mal ja wir nehmen ein aber und heute mal keinen spitznamen so jetzt müsste ich nur noch ein aber auch in meine das aber auch nur noch in mein team bekommen was ich ja eigentlich gar nicht wollte ich wollte ja gar kein aber im team ich wollte ja zeigen dass das auch ohne aber ganz gut funktioniert mal gucken ob das stimmt wenn ich irgendwo softlocken dann bin ich richtig am ach ja deswegen werde ich wahrscheinlich mal langsam ein safe state erstellen sicher ist sicher so haben wir gemacht wir können auf jeden fall hier mal in prismania city gleich weiter gucken hier kann ich rein und komme in den musterbuschwald das kann auch gut sein für mich das werde ich sehen wahrscheinlich vor allem je nachdem wie stark jetzt die pokémon sind die hier trugschlag ja bitte mach nur trugschlag auf mich pointa das wäre cool schlitzer ist aber nicht so cool trotzdem gewonnen ok dann haben wir hier ein horn liu die pokémon hier sind echt schwach muss man mal sagen aber die trainer haben gute pokémon wir haben dem wirklich endlevel pokémon hier so silfko gebäude ach ja einmal einmal 10s also das ding führt im grunde zur silfko kann man damit sagen das heißt sind hier raus gekommen und sind wieder im silfko gebäude angekommen ist ja das ist ja mal wieder eine überraschung alles führt ins silfko gebäude aber so ist es halt in wirklich auch wird man nicht wegbekommen so geben wir doch mal einen stockwerk nach unten dann kann ich nämlich mal hier weiter probieren oh nicht schon wieder der typ okay sehr cool auf jeden fall trotzdem wir haben einen weg einen weiteren weg zu siegfried gefunden aber jetzt wäre das aber gut aber was soll ich denn machen oh nein oh nein oh doch okay wenigstens werde ich die hier wahrscheinlich voll und ganz besiegt und das ist auch gut so ich will ja nicht irgendeinen kampf vorweg nehmen ja vielleicht sollte ich dafür ja schon mal ein aber im team haben für den fall dass ich doch mal overpowered bin okay so ja dann lad dich ruhig wieder auf garados und wir haben hoffenweise preisgeld verloren ach schrecklich so wir sind jetzt in island 4 wieder gucken wir doch mal wie wir von hier aus weiter kamen vor island ja in die eine richtung war das ganze ding mit den two ways und die andere richtung ich nehme das aber mal mit so ich fürchte grill ist gerade eins der schlechtesten pokémon in meinem team deswegen müssen wir das mal so machen so versuchen wir es doch mal mit der anderen tür hier oh nein schon wieder das punktloch aber nicht ganz so schlimm nicht ganz so schlimm ach nee machen wir das grün für prismania und hier sind wir in einem raum den hatten wir glaube ich aber auch schon ja ach guck mal an aber da haben wir noch nicht alles durch dann machen wir das doch jetzt mal pokémon turm guck an ja gerne beziehungsweise es ist ja eigentlich auch bloß was was ein two way ist also blutsauger nicht sehr effektiv ist nicht ganz so schlimm ist nicht so schlimm oh verdammt ich kann den geist ja gar nicht identifizieren ja soll ich auch nicht so ähm nein oh nein oh ach stimmt ich hab die ich hab die passwörter ja schon bekommen yes 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 sonst hätte ich hier ein problem bekommen vielleicht okay ähm das heißt wir landen hier auf island irgendwas sieben war das auch oder nee island 6 nee welches island ist denn das ach das hier okay zack da sind wir da schon mal würde ich aber erstmal sagen dann gehen wir wieder zurück okay okay so punktloch und island 3 ist es jetzt gut kein problem mhm hier hiermit komme ich nach island 3 äh island 3 3 3 ist da ah der obere teil von island 3 okay gucken wir doch mal wir kommen in die msn okay sehr schön äh würde ich würde ich mir auf jeden fall mal markieren weil das auch wieder so eine art hub sein könnte so ein kleiner äh wir hatten auch größere hubs auf der msn ähm so das war hier dieser raum genau hier erstmal island 3 weitermachen rocketlager hä 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 äh coole coole sache weil wir waren wir kommen ja gerade eigentlich aus dem rocketlager aber von der anderen seite her so was haben wir hier ein markt mehr will ich dazu gar nicht wissen snow billy cut flucht unmöglich ich äh versuche ich es doch zu fangen oder zumindest zu schlitzern es kann vor allem zahltag naaa komm schon komm schon und ich krieg gleich noch geld ich hebe geld auf oder ne nicht ich dachte man hebt dann auch geld auf naja was soll's ähm wie wärs mit schlitzer auf einen pipi und teleport von abra und das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht dass abra jetzt so ein paar level dadurch bekommt wenn auch nicht viele so flucht unmöglich gegen ein taub sie ernsthaft was ist das für ein parasek hilfe ähm so das wär das ähm magneton kann gerne nach vorne kommen so die besiegen wir hier einmal triplette auf bisasam und das braucht ein bisschen länger das bisasam bisa knosp na toll machen wir doch mal sowas wie eine donnerwelle einfach nur um es ein wenig zu nerven das pokémon schlaf bruder ja warum nerven wir das pokémon nicht wenn wir auch selbst von den pokémon genervt sein können äh noch ein bisa knosp naja dann machen wir jetzt einfach nur triplette und es schläft wieder ach so wir haben's ah schön 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 ich glaube jetzt komme ich auch so langsam hier hinten an den oh an den nächsten trainer nen vorbei so funken sprung müsste reichen tut es triplette 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 ja sehr schön astrid ist besiegt wir haben geld bekommen und jetzt was ist hier oh hohoho hohoho hohohoho jajajaja ja 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 okay ähm das ist das ist sehr cool das ist nämlich wieder eine arena blöp So. Uns fehlt noch die... Oh Gott, uns fehlen noch ein paar. Ein paar fehlen uns noch. Warte mal, habe ich die anderen Gebäude jetzt nicht... Habe ich die anderen Gebäude hier nicht beachtet? Auf der Insel? Was ist denn da los? Also mir kam es gerade so vor. Ich gucke noch mal gerne. Hier stand ja irgendwie nichts. Also, oder habe ich da nichts eingetragen? Da war ja irgendwie... Da waren ja noch Gebäude. Okay, ach so, das war... Nee, stimmt. Das sieht nur so blau aus. Und deswegen sieht man das so schlecht. So, was ist hier? Hier ist übrigens was versperrt. Das wird vom Randomizer tatsächlich mit in die Berechnungen einbezogen. Ah, okay. Hier war einfach nur ein von mir vorher nicht beachtetes... Warte mal. Oh nein. Nein, ich habe bestimmt nicht 40 verschiedene gefangen. Nie und nimmer. Habe ich? Nee, gefangen... Ah, pfff. Elf. Elf. Ganz elf habe ich. Ha. So, okay. Hier ist das Punktloch gewesen. Okay. Kann ich am Punktloch erstmal weitermachen? Oder... Nee, hier bin ich durch mit dem Punktloch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann würde ich mal sagen, ich versuche es mal weiter bei der MSN. MSM. Huch, das war sie nicht. Das war sie. Okay. Äh, fangen wir mal hier an. Oh. Wo bin ich? Ich möchte hier nicht wieder in einer Art One-Way-Situation kommen. Karte. Okay. Ich kann auf diese Art und Weise gar nicht da runter. Das ist schön. Das ist schön. Okay. Ähm. Muss man später noch gucken, wenn ich irgendwann mal Tee finde. Verlorene Höhle mal wieder. Später gucken. Was haben wir hier? Ah. Eine Arena. Hahaha. Nice. Nice geht es. Uh. Nichts Arena. Nichts Arena. Nichts Arena. Hahaha. Ich freue mich. So. Okay. Ähm. Wir haben jetzt... Also wir brauchen noch die Pyro Arena. Und wir brauchen noch diese Arena, äh, von Misty. Und ich brauche unbedingt langsam wirklich die Misty Arena. Sonst... Oh. Und ich brauche noch einige. Oh. Einige von denen. Sehr, sehr viele von den, äh, anderen Top-4-Leuten. Okay. Ähm. Das hier ist mehr oder weniger nur ein... Warte mal. Ich, ich gehe mal hier zur MSN und wieder zurück und... Schau mal. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Äh. Bö, bö, bö. Welcher Raum war das? Ich hab's gleich. Hier, der war's. Okay. Äh. Den hier würde ich jetzt erst mal auswählen. Das hier ist aber ein Two-Way. Deswegen werde ich den nicht weiter markieren. Erst mal vorerst. Tö. Funkensprung. Easy. Oh, jetzt noch mehr. Von den Tanten. Äh. Triplette macht kein... Äh. Es macht nichts. Es tut nichts. Zur Sache. Beitragen. So. Aufwecker. Dann kriege ich hier noch ein Item. Elixier. Ein Geist versperrt mir den Weg. Das ist nicht schlimm. Und ich komme wieder in die MSN. Yay. Ich komme von der MSN zur MSN. Das ist super. Das ist so super. Okay. Ich weiß, ich habe hier irgendwo was Schlechtes gehabt. Das ist jetzt schlecht, dass ich das nicht mehr weiß, wo es war. Äh. Ich fange erst mal oben an. Kraftwerk. Kraftwerk ist gut. Kraftwerk ist richtig gut. Obwohl ich kein Fan der Musik bin, aber Kraftwerk ist richtig gut. Äh. So. Ich würde so gerne... Ich würde mir so gerne Zapdos holen. Aber ich habe dafür... Ich habe dafür an sich ein Team, womit ich, äh, Hyperbälle schmeißen kann. Aber ich habe die Hyperbälle gerade nicht. So. Gucken wir mal weiter. Wo kommen wir noch hin? Äh. Vielleicht hat sich das mit den Hyperbällen gerade... Ja. Das mit den Hyperbällen hat sich erledigt, würde ich sagen. Hehehe. Bäm. Sehr geil. Sehr geil. Hehehe. Hehehe. Okay. Das mit den Hyperbällen funktioniert. Und ich habe sogar Pokémon, mit denen ich... Äh, warte mal. Ich... Ich merke mir mal, wo Zapdos da ist. Äh. Merke mir, dass ich hier einen, äh, Markt habe. Und ich komme nach Azurias City, wenn ich hier lang gehe. Das merke ich mir auch. Da komme ich aus diesem Häuschen raus. Mhm. Jetzt gehen wir hier weiter. Oh! Bin wieder in Azurias City. Aber in... In einem Gebäude. Okay. So. Ähm. Das war... Hier unten irgendwo. Äh. Ja. Das Ding war es. Okay. Ähm. Rein theoretisch hätte ich das jetzt nicht mal markieren müssen. Oh! Lucky Punch. Okay. Sagen wir es... Nehmen wir es einfach so hin. Eigentlich könnte ich hier sagen, wir brauchen hier nichts mehr. Äh, hier gibt es leider keinen Tee. Okay. Und da würde ich sagen, wir machen das Ganze gelb. Kann man später noch erforschen. Ähm. Und führt wohin? Äh, ultimativ zu der Seeschauminsel. Dann gucken wir mal, an welchem Teil der Seeschauminseln wir hier dann wären. Ähm. Da haben wir definitiv noch mehr... ...zu erforschen. Ich glaube, ich mach das jetzt einfach schon mal. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht in die Verlegenheit wieder irgendwo ein... Nein. Nein. Ähm. Gut zu wissen. Also, ich hoffte... Ich hoffte gerade, nicht in die Verlegenheit zu kommen, irgendwo ein, ähm... ...One-Way... ...zu haben. Wo ich dann nie wieder zurückkomme. Okay. Achtung, Achtung. Aha! Wir landen außerhalb von... ...Fusmania City, wenn wir da hingehen. Nice, nice. Ähm. Ähm. Das wäre dann... ...hier gewesen. Ja. Sehr gut. Dann haben wir die also auch mehr oder weniger abgehakt. Ich möchte aber wieder zurück, wenn es geht, zur... ...MSN. Ist mir gerade irgendwie sinnvoller. Erscheint mir wirklich sehr sinnvoll gerade. ...die MSN erst mal so abzugehen. Zumindest dieses... Aha. Ja. Von MSN zu MSN mal wieder. Ähm. In... ...dieses hier. Äh. Wobei das hier ja auch nur ein Durchgang ist mal wieder. Ah. Okay. Glühweg. Interessant. Das ist ja hier oben. Kann ich hier irgendwas tun? Kann ich hier irgendwas Sinnvolles machen? Nein. Ich bräuchte Surfer, damit ich das könnte. Äh. Also weg. Okay. Dann... Zenoberinsel. Hm. 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 Okay. Das wird... Rot. Also wir können auch die Zenoberinsel dann erkunden. Das ist schön. So langsam... Ich weiß nicht, ob es hier war. Ne. Anscheinend nicht. Ein bisschen Funkensprung. Ein bisschen Nebula kaputt hauen. Ese. Easy. Birte. Birte ist ja ein wunderschöner Name da. Für. Äh. Warte mal. Bin ich etwa... Ne. Hä? Wie komme ich denn dazu? Oder habe ich die doch gerade schon... Ja. Das war doch das... Ja. Mensch. Hier war ich doch schon mal. Okay. Ähm. Ich bin mir ziemlich sicher, da wo ich hier reingegangen bin. Also in das... Äh. Äh. Hier war glaube ich ein One Way. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Deswegen gehe ich erstmal... Hier unten rein. Und es ist wieder ein Markt. Okay. Und hier oben? Punktloch. Äh. Ja. Ja. Kann man machen. Muss man aber erstmal nicht weiter gucken. Äh. Wobei es hier ja auch relativ wenig ist. Also ich habe ja hier nur einen... Einen weiteren. Aha. Glutberg. Upsa. Na gut. Tun wir es mal. Und vom Glutberg geht es auch nur eins weiter. Dementsprechend... Tue ich mir das mal an. Eiskaskadenhöhle. Äh. Das war ja jetzt... Wo war ich denn jetzt? Ich bin doch eigentlich in der MSN irgendwo reingegangen. Hier rein. Achso. Dann da. Und bin ultimativ in der Eiskaskadenhöhle rausgekommen, wo in diesem Raum Surfer benötigt wird, um weiterzukommen. Alles klar. Nichts... Zu... Entdecken. Nichts Wichtiges zu entdecken. So. Okay. Okay. Dann hier weg. Und dann gucken wir uns nochmal an, was war hier. Oh. Da war ja gar nichts Schlimmes. In... In Lavandier war was Schlimmes. Ich weiß es wieder. Ach, ich weiß es wieder. Das... Das war in Lavandier. Ist... Ich hoffe, ich habe mir das gemerkt oder aufgeschrieben, wo das da in Lavandier war. Hier komme ich raus. Genau. Ins Pokémon Center. Und in die... In den Pokémon Markt will ich nicht rein. Ähm... Hier komme ich auch nicht weiter. Ja. Seeschauminseln. Interessant. Tja. Und nun... Äh... Also... Bringt mir auch nichts. Erstmal derzeit. Oder? Ach, hier gibt es ja noch einen weiteren. Mhm. Ist hier unten auch noch irgendwas, wo ich reinsteigen kann? Interessanterweise... Ich habe mit den, äh... Mit den... W... 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 Dingstars nie was gemacht. Ich habe... Ich habe kein Code geschrieben, der, äh... Diese... Diese Steine da reinsetzt. Aber ich finde es lustig, dass sie da sind. Ich weiß nicht, wieso. Okay. Oh. Ist das... Ja, wir haben fliegen. Wir haben fliegen gelernt. Yeah. Das wird immer besser. Wobei... Ja. Doch. Fliegen ist gut. Fliegen ist sehr gut. Ähm... Jetzt kann ich mal hier rein. Nabelfels. Und wir haben Bruno gefunden. Och, Mensch. Zum Glück kann ich ja diesmal, ähm... Kann ich mich diesmal aus der ganzen Sache raushalten. Denn ich habe einen Abra im Team. Okay. Bruno, no. Bruno, no, 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 no. Ja. So. Island 4. Oh Gott. Wie komme ich von Island 4 jetzt irgendwo hin? Äh. Schauen wir mal. Was mache ich von Island 4 aus? Ich kann von Island 4 wieder in den... Nach Vatania City zurück. Ich komme auch in die fünfte Arena. Bringt mir nix. Ähm. Da komme ich noch nicht lang. Okay. Dann mache ich das auch mal gelb. Ähm. Okay. Von Vatania aus muss ich irgendwo hin. Und da aus komme ich wieder in den... Zum Mondberg. Ähm. Was war hier? Hier war ein Pokémon Center. Und das bringt mich da hin. Okay. Ja, das... Diese Arenen, die bringen mir noch nichts. Ich würde am liebsten erstmal gerne wieder ins Silvco Gebäude zurück, um zu sehen, was da noch fehlt. Aber wie komme ich ins Silvco Gebäude? Also, wieder ab zurück zu Island 4. Ähm. Island 4. Island 4. Bringt uns... Bringt uns... Nur was, wenn wir... Ja. Erstmal... Erstmal hier rein in den Markt. Dann bin ich wieder in Vatania. Vatania. Okay. Von Vatania City aus... Muss es dann wohl wieder irgendwie so eins von diesen Punktdingern sein. Warum nicht? Gehe ich mal da in das Gebäude dazu. Warte mal. War ich hier noch nicht drin? Hat doch... Verlorene Höhle. Ähm. Wenn wir schon mal da sind, warum nicht? Warum eigentlich nicht? Es hat sich bisher als relativ gut erwiesen. Und warum sollen wir das nicht weiterhin versuchen? Es sieht aus, als wäre das das hier. Dieser Weg. Ja. Der hat sogar 5 statt nur 4. Und wir sind... Aha. Aha. Ähm... War ich in dem... War ich in dem Türchen nicht schon? Ähm... Böb, 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 böb. Hier unten. Ah, okay. War nicht verbunden. Ja, nice. Damit komme ich doch wieder in die... MSN und der will mich hier einfach mal so bekämpfen. Kann er gerne haben. Aber dafür müsste ich das Pokémon mal tauschen. Wie wär's denn mit Artie? Artie mit nem Kreuzhieb. Ja. Und dann nochmal. Über Roller! Ach, komm! So, was hat er jetzt? Georock. Ach. Das ist ja nix. So. Und Knogger. Hm. Versuchen wir's mal mit... Überwurf. Bringt nix. Ja, gut. Artie hat's mit ausgenockt, aber was soll's. So. Ähm... Okay. Ein Durchgang... Zu nahe Wache. In Saffronia City. Wo ich eben noch nicht durchkomme, weil... Der noch lustig ist. Ähm... Ich geh... Ich muss nach unten. Das heißt, ich bin an dem Durchgang gewesen. Ja, muss man wissen. Oh. Okay. Ähm... War das jetzt... Ich... Ich mach den Kampf erst mal zu Ende hier. Roms. Okay. Ho, ho, ho. Dario. Okay. Ah, okay. Ja, doch. Der, ähm... Der hier führt... So in mehr oder weniger Richtung Lavandier. Ähm... Was gut ist, weil dadurch komme ich wieder irgendwie in meinen Main-Loop rein. Warum nicht? Warum nicht? Äh... Hier kann man raus. Dann gehen wir doch hier mal rein. Rocket HQ. Interessant. Hm. Bringt mir das was. Äh... Ist ja eh nur ein Durchgang hier. Wie es aussieht. Würde ich also einfach mal auslassen. Und dann das endgültige Ziel damit verbinden. Aber ich würde schon mal den hier als vorgemerkt nehmen. Äh... Schon wieder so ein... Oh Gott. Der ist also eigentlich jetzt... Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser ganze Weg hier, äh... Der führt mich nur zu einem Dead End. Ein... Ein langer Weg zu einem Dead End. Interessant. Okay. Äh... Sagen wir einfach, da geht's nicht mehr rein. Dann ist alles gut. Ach, diese blöden Biker. Diese blöden... Die Gören. Die Gören. Von Sören. So. Langsam wird's mal wieder Zeit, ein bisschen, äh... Zu heilen. Auch wenn ich jetzt wüsste, wie ich nach Orania City komme. Ich weiß, das ist die Stadt der Heilung. Die Stadt der Heilung. Ja. Die Städte der Heilung. Heilungshausen. Könnte man auch sagen. So. Ja, Bernd. Mach mal einen Geowurf und dann... Ja. Über die Hälfte. Also. In Ordnung. Kreuzi. Geht auch viel schneller. So. Oh, wir haben Rick besiegt. Den alten Rick. Von Rick and Morty. Okay. Ähm. Ich weiß jetzt, wie ich da... Also, von da aus kam ich zu Bruno. Und das war das gewesen. Hm. Da war Azuria City. Azuria City könnte ich mal weiter versuchen. Erstmal zu... Überprüfen. Oder warte mal. Das habe ich gar nicht aufgepasst. Äh. Hatte ich mich da unten schon? Nee. Hatte ich noch nicht. Gut. Dann machen wir doch mal Lavandir voll. Und landen auf der MSN. Nein. Ich möchte jetzt keine Items haben. Ähm. Ich weiß jetzt einfach nur... Brauchen wir nicht. Den Ort. Okay. Äh. Zapdos könnte ich mir immer noch holen, wenn ich wollte. Mach ich aber noch nicht. Mach ich nicht. Brauche ich noch nicht. Ähm. Und wenn ich nach Azuria will... Gehe ich in das letzte von den Türchen. Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Die Eiskaskadenhöhle. Mag ich gar nicht. Habe ich auch als sowas wie eine Art Dead End klassifiziert. Weil, ähm... Man kommt dort... Also, ich kann das gerne mal veranschaulichen. Dann habe ich eben den Salat. Wenn ich jetzt hier rauf gehen würde... Dann wäre es mir möglich... Warte mal. Nee, doch. Mir müsste es möglich sein, da hoch zu kommen. Aber es ist mir nicht möglich... In das andere, äh... Also, das ist im Grunde wirklich ein Dead End. Das ist... Die andere Seite ist kein Dead End. Aber, äh... Man kommt nicht mehr zurück, wenn man auf dem Eis ist. Ab einer bestimmten Stelle. Okay. Tanibo-Ruinen. Ist ganz cool zu wissen. Aber... Bringt mir erst was, wenn ich Surfer habe. So. Gehen wir mal weiter von hier aus. MSN. Leider... Leider unnütz. Leider nur unnütz. Und ein Pokémon Center. Welches? Saffronia. Das Saffronia Center. Das heißt, wir könnten von hier aus auf jeden Fall nach Saffronia. Wenn wir wollten. Ähm... Schreiben wir auch mal dazu. Das ist das Saffronia Center. Und jetzt gucken wir mal. Ähm... Okay. Einfach nur ein Two-Way. Und wir kommen dahin, wo wir... Oh... Ja, ne, ne, ne. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ähm... Wir kriegen hier nämlich was Wunderschönes. Was richtig Cooles. Wir kriegen hier die Poké-Flöte. Das heißt, wir können uns weitere, ähm... Sachen freischalten. Weitere Gebiete. Sag ich mal. Zumindest die Sachen, die hinter Relaxos liegen. Wer weiß, ob es was bringt. Keine Ahnung. Und irgendwie... Brauche ich mehr... Kraft. Äh... Versuchen wir mal Kreuzhieb. Haut nicht so rein. Das hätte ich mir denken können. Ja, Rocket Rewill trotzdem besiegt. Magneton war ein guter Kämpfer. Den können wir auch gerne weiter benutzen. Erstmal. Funkensprung. Bums. Traumato. Kriegt eine Triplette ab. Und das reicht. Ah, schön. Übrigens, wir werden hier rausgeportet. Das heißt, wir werden nicht wieder so auf dem Wege zurück können. Das nehme ich jetzt in Kauf. Ich kriege die Poké-Trompete. Also, im Grunde... Das Ganze hat einen kleinen Haken. Aber ich, äh... Habe ja... Ähm... Na, warte mal. So. Bla, 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 bla. Puckeflöte. Und jetzt bin ich in den Seeschauminseln. Ach du Schande. Okay, ähm... Seeschauminseln. Das heißt, äh... Der Ort, wo ich gerade rausgekommen bin. Also, hier... Den brauche ich nicht mehr. Denn der führt nur in das Haus von Mr. Fuji. Und... Oh, ja, 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 ja. Schön, 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 schön. So komme ich wieder zurück nach Prismania City. Und habe hier die Möglichkeit, dann weiteres Zeugs zu probieren. Ähm... Das war der Weg, den ich... Den hatte ich nicht eingezeichnet. Mensch. Das ist ja ein Ding. So, äh... Jetzt wollte ich aber nochmal gucken. Ist hier noch mehr? Auf dieser Map gerade? Ja. Sieht so aus. Da ist nämlich noch ein Teleporter, den ich benutzen kann. Und damit lande ich im Silvco-Gebäude. Warte mal. Wo? 1S? Ach so. Ist ja schon verbunden. Ach, Mann. Einkaufs4S. Okay. Wird auch definitiv mit... 1, 2, 3, 4, 4. Da. Müsste das Ding hier sein. Das werde ich mir auch noch irgendwann mal alles angucken dürfen. Ähm... Ich glaube, ich bin da sogar durch. Ja, warum nicht? Dann, wenn ich mit dem, äh... Mit der Seeschauminsel durch bin, gucken wir uns mal die Siegesstraße an. Oh, wei. Also, dieses Ding in der Siegesstraße hier. Ähm... Das war, glaube ich, gerade... Hier drüben. Kann das sein? Ja. Hier war das. Okay. Stärke habe ich nicht. Das heißt, ich komme hier auch nirgendwo erstmal durch. Glaube ich. Ja. Geht nicht. Geht... Geht... Na ja. Wir kommen schon etwas weiter. Ich würde es mal probieren. Ich würde es einfach mal ausprobieren. So. Und jetzt bin ich auf welcher Seite von wo? Ähm... Karte aufschlagen. Oh. Okay. Ich... 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 Mach das irgendwie. Ähm... Kann das sein, dass das vielleicht sogar... Ja. Da haben wir das Ding hier vollständig. Würde ich durchgehen, käme ich zu Island 4. Was ich echt nicht will gerade. Ne. Ne. Dann gehe ich lieber zurück durch die Siegesstraße. Okay. So, damit waren wir in Stockwerk 4. Jetzt kommen wir mal zu Stockwerk 3. Sagen wir mal, das ist unsere kleine Silfco. Und hier haben wir jemanden, der fernsieht. Bringt nix. Will ich nicht. Seeschauminseln schon wieder. Dann schauen wir mal, welcher Teil der Seeschauminseln das ist. Ähm... Das ist jetzt eine gute Frage. Wo sieht das am ehesten so aus? Hier. Das ist das. Und da habe ich noch 3, 4 weitere Warps, die ich von da aus erreichen kann. Warum nicht? Warum nicht? Darum nicht. Weil es nix bringt. So. Hier haben wir wieder eine verlorene Höhle. Ich mag es nicht, aber es ist dann halt so. Mein Farbschema ist übrigens nicht immer, äh... Sinnvoll gewählt. Also... Falls ihr versucht, rauszukriegen, was denkt der Typ sich dabei. Die Antwort ist vermutlich irgendwas in Richtung nichts. So. Da könnte ich eventuell mal später vorbeischauen nochmal, wenn ich... Die restlichen 2 Warps, die ich benutzen kann. Okay. Damit komme ich auf Island 5. Ähm... Island 5 war hier oben irgendwo. 3, 4, 5. Ähm... Hier. Okay, in Island 5 ist gleich auch noch was zu... Also, zu überprüfen alles so. Oh. Oh! Nice! Okay. Okay. Aha. So, so. Was mache ich jetzt mit dieser Information? Ich bin am Kraftwerk. Das Ding ist, das ist mehr oder weniger so ein One-Way-Ding. Was ich nicht haben will gerade. Ähm... Seeschauminseln sind also verbunden mit... Also, an dieser einen Stelle sind die Seeschauminseln... Verbunden mit dem Kraftwerk außen. Ähm... Da. Da nämlich. Okay. Will ich jetzt nicht haben. Will ich jetzt gerade nicht haben. Aber Island 5 machen wir weiter. Und damit kam ich wohin? Zum Wasserweg. Der war natürlich, wie wir alle wissen... Auf Island 6. Ja. Natürlich. Das wusste ich. Das wollte ich euch nur schnell mal gezeigt haben. Äh... Island... Island 6. 666. Und hier ist irgendwo ein Wasserweg. Sieht aus wie das Ding hier. Okay. Dann geht's auch hier weiter. Eine Kammer. Kann man mal vergessen. Island 6 schon wieder. Wir kommen von Island 6 zu Island 6, wie es aussieht. Ja, dann ist das ja schon mal gut. Weil wir dadurch in Island 6 anscheinend sehr viel finden. Also, haben. So. Oh. Das ist wieder die Siegesstraße. Was wäre das da? Komme ich nicht weiter, weil momentan fehlt mir Stärke. Eiskaskadenhöhle. So. Da kriege ich Kaskade. Okay. Das Ding ist mir danach egal. Ich weiß, ich könnte auch weitere Warps dort überprüfen. Aber... Ist nicht... Ist nicht notwendig. Also, zumindest wenn mein Randomizer-Code funktioniert, wäre das jetzt nicht ganz so wichtig. So. Das machen wir mal gelb. Aber dafür brauchen wir Stärke noch irgendwann. Das heißt, im Grunde für mich, viel passiert jetzt hier erstmal nicht. So. Und hier ist auch kein weiterer Warp. Das heißt, ich gehe erstmal wieder hier zurück in die... Nach Island 5. Ja. Okay. Siegesstraße haben wir hier schon wieder. Schrecklich. Äh, Siegesstraße. Okay. Äh, äh... Wir sind wo rausgekommen? Hier. Das heißt, wir haben auch gerade keine Möglichkeit... Ohne Stärke irgendwo an die anderen Porter ranzukommen. Davon aber mal abgesehen, äh, sind mir sowieso schon alle, bis auf diese zwei, die man auch mit Stärke so nicht erreichen könnte von hier aus, äh, sind die mir ja alle bekannt. Okay. Okay. Ähm. Das hieße, ich gehe wieder zurück... Hier hin. Ins Schneegebiet. Äh, vielleicht versuche ich es gleich mal in dem... In der verlorenen Höhle weiter. Okay. Mmh, mmh, mmh. Gehen wir doch erstmal nach links. Links. Äh, machen wir das mal. Verbinden wir das mal. Ich meine, ich wäre da schon mal gewesen. Ja. Auch richtig. Ich wollte mir das eh weiter angucken irgendwann. Das ist egal. Das ist eine der Kammern. Und hier, Eiskaskadenhöhle. Das ist dieses Ding, wo ich gesagt habe, äh... Ich komme von dem einen zu dem anderen, aber nie wieder zurück. Und das ist hier gar nicht mal so schlimm. Das ist völlig okay. Ich weiß nur noch nicht so richtig, wie das nochmal lief. Ähm. Also, eigentlich... Muss ich da so ran, dass ich... Wie geht das denn? Ich mag ja solche Sachen eigentlich. Vermutlich muss ich mich von irgendwie oben runterfallen lassen, weil sonst fällt mir jetzt gerade keine Art und Weise ein, der das funktionieren würde. Was ich aber kann, ist hier zurück. Und dann bin ich wieder in Azurias City. So viel habe ich mir gemerkt, glücklicherweise. Ähm... Okay. In Azurias City waren wir jetzt bisher aber noch nicht überall. Was war hier? Was war hier? Ach, das war was, wo wir Surfer brauchten. Ähm... Da kommen wir noch nicht lang. Aber wir können ja mal unseren Rivalen besiegen. Ähm... Mal die Frage... Ne, das Bill House. Das hatte ich noch nicht. Ich fürchte, jetzt wird dann erstmal das Bill House dran sein. Das wird eine Weile dauern, bis wir da sind. Rums die Bombs. Aber zumindest, äh, unser Dödel, äh, ich meine, Rivale, ist sowas von kein Problem. Sowas von überhaupt kein Problem. Äh, dann kommt erstmal die Nugget-Brücke. Ah. Irgendwas kriege ich geschenkt, das ist aber nett. Außerdem kriege ich da ein Nugget, äh, am Ende der Brücke. Ja, ja. Ich sehe ein Nugget am Ende der Brücke. So... Ja, ja. Also es ist... Hier sind noch einige an Warps, äh, zu... Ups. Vielleicht sollte ich das mal tauschen. So. Hier sind noch einige Warps zu, äh, entdecken, zu, zu überprüfen. Aber wir kommen zumindest in der Sache voran. Äh, es hat eine Weile keine Warps gegeben. Ja, kein, kein großartigen Progress. Wenn man so möchte. Aber dafür haben wir trotzdem schon echt eine Menge gefunden. Also ich glaube, wenn wir jetzt irgendwann mal noch die verbleibenden zwei Arenen, glaube ich, waren es... Wenn wir die noch irgendwo finden, ich glaube, dann, äh, geht das alles wieder recht schnell. Schauen wir mal. Wie lange sind wir jetzt schon dabei? Zwei Stunden und ein bisschen? Oh, geht, glaube ich. Könnte schlimmer sein. Ach, jetzt habe ich gedacht, da wäre Funkensprung. Aber Funkensprung ist ja jetzt woanders. Oh Mann. Okay, wir haben Ewald besiegt und kriegen jetzt einen Nugget und, äh, den Rocket Grunt dürfen wir auch besiegen. So. Nein, gegen Zubat habe ich auch was. Das nennt sich Funkensprung. Was ich gegen alle habe. Ich habe, ich habe was gegen alle und das nennt sich Funkensprung. So, ähm, versuchen wir mal, sicherheitshalber ein anderes Pokémon, wie wäre es mit Artie da rüber zu nehmen? Ah, natürlich. Es musste ja sein, dass wir einen Kampf leider auslösen. Oh, das geht momentan. Da kann ich jetzt auch rüberrollern, mit dem Überroller, über, rüberrollen. Und da war ich ein wenig zu schnell. Jetzt muss ich nochmal überrollern. Easy. Trotzdem kein Problem. Gar kein Problem. Ähm, der dreht sich auch noch. Das war für mich nicht ersichtlich. Aber auch sein Fleckmon, sein, sein armes Fleckmon. Ich bin ja überhaupt keiner, der Fleckmons angreifen möchte. Fleckmon ist mein Spirit Animal. Deswegen hat das auch so ein bisschen gedauert, bis ich Trassler dann endlich, äh, freigegeben habe zum Abschuss. Für alle, die es haben wollen. Ähm. Weil ich ein Fleckmon-Mensch bin. Ein Fleckmensch. Ich bin ein Fleckmensch. Seid ihr auch Fleckmenschen? Ich finde, es ist okay, ein Fleckmensch zu sein. Leider merke ich aber gerade, mein Artie wird durch das Gift verletzt und ist tot, während ich, äh, einen anderen Gegner auch besiegt habe. Ah, die Kamalong-Musik. Schön, 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 schön. So, ähm, genug gefleckmenscht. Jetzt wird hier noch einmal schnell einen Funkensprung auf Mirapla durchgeführt, dann auf Taubsee und auf das nächste Pokémon. Schauen wir mal, was auch immer da kommt. Mirapla wieder. Ja, und jetzt? Jetzt, was ist in dem Bill-Haus? Oh, das ist aber schön. Also, wenn wir so nah an, äh, wenn wir so nah an Zapdos rankommen, dann, dann nehme ich es mit. Dann, dann fange ich mir das jetzt. Das Bill-Haus hat sich so ein bisschen gelohnt. Dadurch habe ich mir den Weg, warte mal. Ja, ich habe mir im Grunde den Weg durch, äh, durch das Kraftwerk gespart, könnte man sagen. Aber habe dafür haufenweise Weg auf mich. Nein! Habe ich jetzt geladen und nicht gespeichert? Oh nein, ich depp. Ich depp, ich idiot. Gut, ich habe trotzdem Sachen rausgefunden und, äh, was, was war denn jetzt? Wie viele Orden habe ich denn jetzt? Nein, ich habe immer noch genauso viele Orden wie vorher. Das einzige Problem an der Sache ist, ich habe, ich habe, glaube ich, kein Abra jetzt. Ich kann ja mal gucken, habe ich irgendwo schon einen Münzkorb? Ja, ich habe einen Münzkorb. Also, das heißt, ich habe einen Abra. Aber, Abra, Abra, was war denn das jetzt? Also, komme ich trotzdem bis zu dem Zapdos? Ach, nee, dann muss ich ja wieder das machen. Ich glaube, dann hole ich mir Zapdos doch nicht. Sorry. Sorry. Das Gute ist, in Trassla ist mein Fortschritt immer noch da. Auch wenn er in Pokémon jetzt ein wenig anders aussieht. Oh, weia. Oh, weia. Okay, äh, was kann ich denn von Prismania City ausmachen? Also, einen Spielstein zu laden ist hier nicht mal ein Rückschritt. Das finde ich tatsächlich gerade sehr, äh, sehr, sehr ernüchternd. Äh, beziehungsweise nicht ernüchternd, sondern, äh, ich finde das tatsächlich gerade gut. Ich finde das ist, äh, beruhigend. Beruhigend, ja, kann man sagen. Oh, das ist neben Prismania City. Äh, ich habe kein Bike, deswegen würde ich das erstmal auslassen. Außerdem, glaube ich, kann es mir ja mal angucken. War ich hier schon mal? Ja, war ich sogar. Okay, was haben wir hier? Ah, wir kommen wieder ins Silvco-Gebäude zurück, wenn wir einfach nur da... Ah, okay. Äh, würde ich jetzt aber erstmal lassen, weil hier gibt es ja auch noch Wege und Mittel. Oh, das ist ja, das ist ja schön. Ähm, da, so. Gab es da hinten eigentlich, mussten wir da Zerschneider haben oder nicht? Ähm, ich gucke einfach mal. Nein, nein, müssten wir nicht. Mussten wir nicht. Okay, dann würde ich sagen, äh, wir können uns gerne nochmal ein bisschen weiter Prismania, Prismania angucken, da haben wir Prismania auch abgehakt. Och, Gott sei Dank ist das nicht so schlimm, äh, wenn man mal einen Spielstand lädt, den man vor irgendwie langer, langer Zeit, äh, erstellt hat. So, wenn ich da reingehe, komme ich aus Zerdem in, äh, bei Vertania City raus, was mir diesen Weg hier, also die, was, was mir hier so ziemlich alle Worps gibt, außerdem von dem, ähm, von dem, von dem, von der, äh, äh, Arena, in die ich noch nicht reinkomme. So. Ähm, ich müsste rein theoretisch auch, ich gucke da lieber mal, bevor ich wieder Trassler auf eine Art und Weise release, bei der Sachen nicht stimmen. Okay, der Warp wird als, äh, benötigt Surfer geführt, der Warp in der, äh, Arena, das heißt, äh, der kommt nicht, ehe ich, äh, den Orden und, äh, also, der, der, der kommt nicht zum Einsatz, also, der könnte rein theoretisch zu einem Top 4 führen oder sowas, oder zu einem der späteren Orden, aber er führt definitiv nicht zu, ähm, einem der ersten Orden. Sollte zumindest so sein, wenn alles funktioniert, wie es sollten, äh, was ich einfach mal hoffe. Bisher, ja, bisher sieht alles so aus wie, ähm, richtig. So, Prismania City hinten ist Seeschauminseln, und zwar, hier. Prismania City hinten, da. Gut, dann gucken wir mal, wo es da durchgeht. Ach, hier schon wieder Pokémon-Turm-Zeug. Ja gut, ist eigentlich auch bloß was, wo man durchgeht, also würde ich mich mir, äh, mal hier ein bisschen zurückhaltend, zurückhalten. Kann das aber sein, dass ich hier, äh, gar kein, oh, wieso benutze ich Schlitzer? Wieso habe ich da Schlitzer benutzt, äh, und mich verfluchen lassen und alles? Äh, ich glaube aber, ich habe jetzt hier meinen, äh, Magneton gar nicht. Doch, Magneton habe ich dabei. Ist ja schön. Dann habe ich doch eigentlich ein gutes Team. Kann man nicht meckern mit. Und wenn ich irgendwann mal wieder ein Pokémon-Center finde, dann hole ich mir auch mein Abra wieder. Ähm. Ich werde hier wahrscheinlich gar nichts machen können. Also, ab rüber auf Magneton. Funkensprung bitte. Ja, kein Fluch. Sehr gut. Ähm, gucken wir mal, wo wir... Ah, nein, 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 nein. Ich komme hier gar nicht weiter. Ich habe auch, glaube ich, die Poké-Flöte gar nicht. Ja. Eindringling, verschwinde. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Warte mal. Warum ging das gerade so interessanterweise? Ah, nee. Ich wurde, ich wurde wieder zurückgedrängt. Alles klar. Das bedeutet für mich, ich komme da gar nicht durch derweil. Hm. Okay. Äh, es ist übrigens auch, äh, früh im Spiel möglich, das Silph-Scope zu kriegen. Ähm. Da brauche ich was für. Ich kann ja mal gucken, ob ich die Poké-Flöte wieder bekommen kann. Äh, ich würde mir die Poké-Flöte nochmal holen. Poké-Flöte, die Poké-Flöte. Äh, dazu muss ich in das Pokémon-Center. Dort muss dann also irgendwie zusehen, dass ich nach Azuria komme. Azuria gibt es mehrere Wege. Äh, vielleicht komme ich mal wieder irgendwann zufällig in... Hoch. In den Genuss, äh, äh, der MSN. Ähm. So, was haben wir denn bisher Schönes? Ähm. Von Prismania City aus könnte ich noch einen Warp testen. Und dann bin ich in Island 7. Auf Island 7. Ähm. Island 7 war hier unten. Und zwar würde ich hier rauskommen. Alles klar. Dann kann ich auch gleich hier mal das versuchen. Glutberg. Hm. Und ein Tragosso gibt es hier. Kajuu. Ja, furchtbares Team Rocket. Richtig. Richtig. So, also, äh, bringt mir aber nichts. Deswegen machen wir das mal rot. Okay, von da aus kommen wir wieder zurück zur... Silvko. Aber... Erstmal... Hm. Das sieht aus... Als wären hier starke Pokémon. Muss ich aufpassen. Flucht unmöglich. Glücklicherweise nicht immer. Ähm. Okay, und hier ist nix weiter. Das einzige, was ich noch machen könnte, wäre... Irgendwo runter auf der... Auf dem Island zu gehen. Ähm. Tja. Was mache ich denn jetzt? Will ich wirklich so einen weiten Weg... Ich bin noch nicht mal richtig mit dem Silvko-Gebäude fertig. Was habe ich denn eigentlich... Was fehlt mir noch beim Silvko-Gebäude? Also, das Unterstockwerk ist okay. Ähm. Oh Gott. Ähm. 2F. Fehlen mir sogar noch Sachen. Okay. Ich glaube, ich würde mal von unten nach oben weiter Silvko machen wollen. Einfach nur, weil... Ich möchte mehr Silvko haben. Ich möchte Silvko irgendwann vollständig haben. Wenn ich hier schon nicht, äh... Bis zum Ende durchkommen sollte. So. Wo jetzt... Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin auf 7. Insel 7. Wenn ich, äh... Da... Ah. Ja, genau. Ich komme ja direkt zur Silvko, wenn ich das will. Ja, deswegen bin ich vielleicht auf die Silvko gekommen. So. Jetzt gehen wir mal ins erste Stockwerk. Klick. So. Was fehlt uns da noch? 2F ist das erste Stockwerk. Ähm. Wir haben da noch was. Dann nehme ich doch mal den hier. Glutberg. Okay. Ein Pokémon Center. Hm. Das am Felstunnel. Dann würde ich sagen, äh... Machen wir die... Die Verbindung gleich... Direkt. Ohne die andere mit zu übernehmen. Äh... Felstunnel. Felstunnel Pokémon Center war hier. Und wir kamen von unten rein. Ja. Okay. Seeschauminseln. Nicht schon wieder sowas. Okay. Ähm. Das mag ich nicht. Ich gucke aber trotzdem mal hin, wo es lande... Äh... Wo... Wo... Wo das hinführt. Ähm. Okay. Wir landen im Grunde an dieser Stelle, wo wir nicht wieder zurückkommen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit wieder... Aha. Wieder dahin zurück zu gehen. Oder wir gehen da... Ist ja... Ist ja schön. Also dann komme ich ja wenigstens wieder ins Silvco-Gebäude. Ne, das ist das Falsche. Das ist ja gar nicht derselbe Weg. Das ist nicht derselbe. Okay. Zurück. Rückgängig. Nochmal. Es wäre schön gewesen, wenn wir dadurch direkt zum Silvco-Gebäude zurückgekommen wären. Aber das ist nicht das richtige Stockwerk gewesen. Das hier ist das richtige Stockwerk. Und da weiß ich noch gar nicht, was passiert. Eiskaskadenhöhle. Oh. Ja. Gib her. Loreley. Überwurf. Wird nicht. Ne. Klappt nicht. Los. Vergeltung. Klappt nicht ganz. Äh. Ich habe keine guten... Ich versuche mal mit Blutsauger... Nö. Das sowieso nicht. Das hätte ja... Wie komme ich denn darauf, dass Blutsauger hier irgendwie gut sein könnte? Ähm. Jetzt wird es nur interessant werden. Na, das läuft noch. Sehr schön. Bernd hat mal ein bisschen was an... An, 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 äh... XP bekommen. Ist damit gut aufgestellt. So, okay. Ähm. Ähm. Damit haben wir Loreley geholfen. Und das heißt, wir müssen sie nicht mehr besiegen in der Top 4. Nein, Quatsch. Oh, bitte lass dadurch nicht irgendwas triggern. So wie, wie ein Hard Mode oder so. Auf jeden Fall ist das etwas, das wir nicht mehr brauchen. Okay. Bam 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 bam. Okay. Äh. Von hier aus geht es weiter nach... In irgendein Pokémon Center. Ich... Ich habe daraus, äh... Genommen... Entnommen, dass wir nur in einen Pokémon Center... Irgendwann verfrachtet werden. Und alles andere war, äh... Drumherum Zeug. Also... Two-Way Warps. So, ähm... Ich glaube, da sind wir angekommen. Gucken wir mal, was der Weg nach unten uns beschert. Außerdem... Gibt es hier auch noch was, was ich haben möchte. Ich wollte ja Abra mitnehmen. Und dafür darf sich wieder Grill... In Quarantäne begeben. Und wir sind wieder im Silvco-Gebäude. Das ist ja sehr schön. Das ist ja sehr schön. Ähm... Das heißt, wir finden definitiv immer hier schon mal... Äh... In dem Gebäude irgendwo ein... Ich muss es nur noch sehen. Wo? Ähm... Wo ist denn das? Hier! Ah! Also da finden wir definitiv immer eine... Ein Pokémon Center. Ich kenne das Problem ja, dass man manchmal... Oh! Und ein Markt! Was hat der Markt mir zu bieten? Hyperbälle! Ja! Ich glaube, die hatten wir... Ja, die hatten wir noch nicht gekauft gehabt. Genau. Also jetzt heißt es eigentlich wieder Geld verdienen irgendwo. Ähm... Davon aber mal abgesehen. Ja, meine Pokémon sind wieder... Geheilt. Sehr schön. Blüpp! So, dann Funkensprung auf Radikal und... Hypno! Und was da halt sonst noch so kommt. So. Ja. Türöffner hat die Tür entriegelt. Da wissen wir schon, da müssen wir nicht rein. Ähm... Also von meinem Randomizer ist das nicht... Für meinen Randomizer ist das nicht notwendig. Und wir haben hier leider keine Omi. Schade. Wir werden aber trotzdem mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Diktas Höhle. Diktas Höhle. Okay. Und es ist einfach nur... Eine Dead End Kammer. Schade aber auch. Okay. Was fehlt uns in diesem Raum noch? Äh... Unten und oben. Na, erstmal nach unten. Und wir landen... Aha! Ja, den... Äh... Hupser. Das wollte ich nicht haben. Äh... Wir landen also im hinteren Bereich. Hier. Das wird Randomized. Übrigens. Äh... Der andere Teil nicht. So. Wir könnten hier einen Lavados bekommen. Ist ja sehr cool. Ist ja sehr, sehr cool. Wenn wir irgendwann Stärke hätten. Aber ich muss schon sagen, also... Einige von denen... Sind schwierig zu kriegen von den... Von den legendären Pokémon hier in der Generation. So. Gehen wir doch wieder in Stockwerk 2. Also... Stockwerk 1. Was... Irgendwie... Zwei... Zwei... Second Floor ist. Second Floor ist, äh... Äh... Die Weiterentwicklung von Bisa Floor. Was haben wir hier? Glutberg. Okay. Leider von, äh... Stärkezeug versperrt. Okay. Würde ich also erstmal... Außen vor lassen. Äh... Eher gelb machen. Für den Fall des Falles. So. Was ist hier unten? Hier unten ist... Eine verlorene Höhle wieder. Okay. Ähm... Das Ding verbinden wir also mal mit der verlorenen Höhle. Da muss ich jetzt mal überlegen. Äh... Verlorene Höhle... Der Raum, der so aussieht... Okay. Kriegen wir hin. Ähm... Ja, aber welcher Raum sieht denn so aus? Der hier. Da komme ich von der Seite. Mache ich später... Ich möchte erstmal Silvco fertig kriegen. Außer ich... Komm irgendwo dann nicht mehr weiter. Damit... Ähm... Ja. Dann müssen wir den besiegen dafür. Triebplette. Weil es ja auch so viel... ...bringt. Triebplette statt Zigarette würde ich immer mal sagen. Hier hätte ich Triebplette... ...einsetzen können. Oh. Das war aber knappe. Das war knappe. Na, da, 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 da. Da, 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 da. Besiegt mich doch nicht noch. Das gibt's doch nicht. Es hat sich vor Verwirrung selbst besiegt. So, Blutsauger. Das müsste eigentlich reichen. Ja, es tut's auch. Okay. Keine Sorge. Wir können auch irgendwo heilen, wenn wir wollen. Oh. 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 Ich weiß gar nicht mehr. Wo war das denn jetzt hier? Ich besiege. Ich schaffe das Gym auch, äh, die Arena jetzt auch ohne irgendwas. Äh, Pokémon. Ach. Von mir aus Bernd darf mal. So. Gib's mir mit deinem Goldini. Wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. Ich hätte sie auch umgehen können. Und zack. So. Ah. Schön, 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 schön. Gleich kann ich wieder auf den Zeiger drücken. Das war Nummer eins. Stami Nummer zwei. War nicht sehr effektiv. Aber egal. Quell-Orden. Zack. Zweiter. Zweiter-Orden. Ah. Schön, schön, schön. Oh. Wunder, wunderschön. Puh. Das heißt, wir haben den zweiten Orden gefunden. Wir haben den zweiten Orden. Und er war... Klick. Ähm. Ah ja. Wir können ja gleich zum dritten. Wir können ja mal gucken. Ah, okay. In 6F. In Stock 5. Befindet sich da was. Außerdem würde ich vorher nochmal ins Pokémon Center gehen. Wir haben ja irgendwo eins gefunden. Kann mich dran erinnern. So vage. So Sternzeichen. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Äh. War das nicht irgendwas? Ah, okay. Hat ich leider nicht in die richtige Farbe umgeändert. So. Okay. Ähm. Das wäre zweites Stockwerk. Dann gehen wir dann mal hier runter. Heilen. Und dann geht's als nächstes ab weiter zu unserem Major Bobby. So. Außerdem können wir jetzt auch, ähm. Wir können jetzt auch Zerschneider benutzen. So. Dafür geht's ab nach 6F. Sprich 5S. Okay. Ähm. Bum, bum, bum. Das da. Dann hier lang. Und zack. So. Mal schauen. Nichts. Abfall. 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 Noch mehr Abfall. Ganz ehrlich. Dieser Typ ist doch schon welcher. Ihr seid alle so Abfall. Strom, äh, äh. Stärken. Abfall. Kurzschluss. Genau. Plus Abfall. Plus Abfall. Plus Abfall. Plus Abfall. Plus Abfall. Ach, Mann, ey. Machen wir mal eine Raserei. Das funktioniert auch. Äh, leider paralysiert. Schade. Ach, komm schon. Ja, 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 ja. Okay. Pokémon wechseln. Dann nehmen wir doch mal irgendwas anderes. Ein Hebel. Und kein Hebel. Ich hatte mal einen, äh, einen anderen Run. Da ging das viel schneller. Ein Hebel versteckt. So. Und der zweite Schlebel. Der zweite Schlebel wurde schlaktiviert. Ähm, wir haben hier ehrlich gesagt nur Slam. Und das ist gar nicht mal so gut. Und Statik. Statik ist immer wieder... Es passiert immer wieder. Dann würde ich ja fast sagen, vielleicht habe ich Glück, dass ich Statik nicht abkriege, wenn ich ein Elektro-Pokémon selbst verwende. Funkensprung. Keine Statik. Vielleicht auch, weil es keinen Kontakt herstellt. So. Rums die Bombs. Damit haben wir Major Bob besiegt. Und damit sind wir wieder ein Jim weiter. Jetzt geht es richtig los. Sobald man die Arena gefunden hat, die einem noch fehlt, geht es erstmal richtig schön schnell. Das ist ja schön. Okay. Gucken wir mal. Was sagt Rassler dazu, wo ich meine nächste Arena finde? Das war da. Von Oral... Ach nee. Von wo kam ich da hin? Von... Tania City zum Beispiel. Uff. Komme ich dann wieder nach Tania City zurück. Ähm... Das war das. Hier war die MSN. War die MSN denn auch verbunden irgendwo mit... Mit der Zenova-Insel war es verbunden. Mit dem Kram war das verbunden. Aber das bringt nichts. Das waren zwei Läden. Das waren zwei Läden. Komme ich von hier vielleicht? Nee. Ach, da war das gewesen. Von Azulia City aus könnte ich mir wieder die Pokeflöte holen. Na, guck einer an. Da war das. Da ist Lavandia. Okay. Habe ich denn... Von Lavandia habe ich auch nicht so richtig den Draht zu... Das ist... Das ist gar nicht mal so gut gerade. Wie komme ich jetzt am besten nochmal zu der Arena? Ich versuche es nochmal von hier aus. So. Ich muss auf jeden Fall hier mit rein. Da dieses Türchen scheint auch gar nicht irgendwie interessant gewesen zu sein für mich. Ähm... Was war hier hinten? Ach, da war eine andere Arena. Das war das. Ähm... Das ist nicht so cool. Azulia City. Also über Azulia City komme ich auf jeden Fall irgendwie dahin. Will ich jetzt also als erstes versuchen nach Azulia City zu kommen? Ich glaube ich versuche erstmal nach Azulia City zu kommen und äh... Dann wird nochmal... Erklärt... Na toll. Äh... Wenn ich nach Azulia City komme, dann kann ich auch... Dann komme ich auch viel schneller dahin. Ah, okay. Ja, wir haben einen Zugang. Wir haben einen Zugang. Wir haben was gefunden. Okay. Drei... Drei... Drei S. So. Ähm... Das war da unten. Das ist aber... Oder? Ist das jetzt so, wie ich das wollte? Ja, wir haben... Wir haben tatsächlich... Doch, doch, doch. Wir haben einen Zugang nach Azulia City dadurch. Ähm... Nur... Anscheinend... Ich gucke mal ganz genau. Das ist ja... Das ist ja echt komisch. Ah! Huch! Ich komme ja... Ich komme ja darüber. Das wollte ich so. Das wollte ich so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und das ist auch gut so. Äh... Das war das falsche Haus. Das war das richtige Haus. Gucken wir mal, wie viele Hyperbälle kann ich jetzt eigentlich kaufen. Ach ja, noch ein paar. Ja... So... Fertig. Hyperbälle gekauft. Pokémon sind nicht geheilt. Trotzdem könnte Parasek eventuell Ausreichend sein, außerdem Zum Glück haben wir Zerschneider Zerschneider brauchen wir nämlich unbedingt Und es kennt die Attacke bereits Ja, na dann, würde ich mal sagen Müssen wir nur noch den Weg finden Um Zu Wie war denn das jetzt nochmal Eigentlich wollten wir doch nach Wir müssen eigentlich in einen anderen Raum Wir müssen hier rein Von da aus kommen wir da hin Ne, das war es nicht War hier nicht irgendwo mal was in der Art Dass ich dann Zugang hatte Ah, genau Ich wusste es doch Okay, ah, das ist hier wieder Das ist das gewesen Und diesmal muss ich da neu durch Denn Das habe ich verpennt Also beziehungsweise das ist mir beim Oh, 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 oh Nicht Fluch, nicht Fluch, nicht Fluchen Ach ja, die Rosswita Okay Kein Problem Magneton können wir auch einsetzen Der macht kurzen Prozess Oder es macht kurzen Prozess Denn Magneton sind generell Haben generell kein Geschlecht So Und jetzt Ab in die nächste Arena Blutsauger Mal gucken Wie viel hat ab Oh, 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 oh Wow Hammer mamama Okay Ähm Na dann Besiege ich sie hier einmal Und dann kann ich mir Mich Erika stellen Und dann haben wir schon Wieder Einen weiteren Orden Es geht auf einmal Richtig, richtig Flott Richtig, richtig, richtig Flott geht das Aber das Muss nichts heißen Uns fehlen immer noch Ein paar Stationen Auf unserem Weg zum Champion. Unter anderem der Champion. So. Ich versuche natürlich so schnell wie möglich durchzukommen, aber ich kann nichts ich kann für echt nichts garantieren hier. Los, 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 Parasek. Blutsauger. Du musst dich auch mal heilen. Oh, oh. Puh. Das wird knapp. Vielleicht gewinnt nicht Parasek, sondern irgendjemand anders. So, einmal Zerschneider noch am Ende. Und damit haben wir wieder einen Orden. Ach, ist das schön. Ist das ein Wunder. Es ist wirklich ein Wunder, dass das so klappt. So, nächste Arena. Ähm. War hier gewesen. Okay, von Eiland 4 aus. Dafür muss ich zurück nach Vertania City. Und das ging auch irgendwie. Das ging ja auch irgendwie. Ich weiß nur gerade nicht. Ah, doch. Nee. Verlorene Höhle? Doch. Ja, ja. Übrigens, ich will mal sehen, was da ist. Ein Pokémon Center. Das ist ja geil. Ah, es ist so schön. Guck mal ab. So. Und es ist das von... Amoria. Das Memorial City... Ding. Na eben, hier war ich ja auch noch nie irgendwie. Äh, könnte der falsche gewesen sein? Nee, war der richtige. Okay, wo lande ich denn, wenn ich da durchgehe? Bei einem Angler. Welcher Angler? Ich mag Angeln. Und ich krieg die Super Angel. Yes. Yes, yes, yes. Ah, die Super Angel ist die beste Angel. Okay. Da muss ich nie wieder weiter. Hm. Gucken wir mal. Jetzt wollte ich nach unten. Genau. Jetzt bin ich nämlich wieder in Vertania City. Und wenn ich nach... Äh, wenn ich in Vertania City bin, heißt das, ich komme hier ganz leicht zur nächsten Arena. Zu Koga. Ja. Okay. Ähm, hier ist es tatsächlich gut, Magneton dabei zu haben. So. Und zack. Wir sind in Kogas Arena. Es ist so wunderschön. Ach, es ist so toll. Geht gut. Geht gut. Läuft. Da wird einfach alles weggefunken, sprüngt. Oder so. Äh, so wie es aussieht, muss ich hier durch den durch. Unbedingt. Na dann. Sprunkenschwung. Los. Ah, und sogar noch Level up und alles. Sehr gut. So, das heißt, ich muss hier jetzt mal den Arena Leiter zum Kampf auffordern. Und mal schnell fertig machen hier. Ich glaube, ich würde auch sicherheitshalber dann auch mal einen Speicherstand erstellen, anstatt einen zu laden. Aha. So. So. Wunderschön. Seelenorden erhalten. Mhm. Mhm. Okay. Das wäre dann sozusagen der nächste gewesen. Ähm. Ich muss mal noch schnell ein Testchen drücken. So. Ein Tastielein. Okay. Easy. Irgendwie müssen wir es bis dahin schaffen. Ach, das war ja das Ding. Ähm. Da müssen wir also nur zurück nach Vertania. Also von der Vertania City aus kommen wir ja anscheinend äh, überall ganz gut hin. Ja, dann machen wir das doch so. Zack. Zack. Und von da aus wiederum muss ich irgendwie nach muss ich irgendwie zu ihrer Arena. Das heißt, ich muss da hin und muss da die zweite Tür nehmen. Ja. Easy. Ach, Mensch. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ähm. Wir können jetzt auch zerschneiden. Ach, muss ich jetzt wieder an ihr vorbei? Ja, muss ich. Das habe ich anscheinend äh, erst später gefunden. Ah, Triplette ist nicht so sonderlich stark, aber Funkensprung jetzt auch nicht so sehr. Trotzdem, Funkensprung ist cool, weil es kann paralysieren. Triplette ist cool, weil es kann dasselbe. Okay, so. Dann. Ab in die nächste Arena. Hier ändert sich übrigens nichts, zumindest laut, äh, Randomizer. Man könnte es rein theoretisch von Hand, äh, verändern. Wer das unbedingt möchte und anderen Leuten zur Verfügung stellen möchte, so, der darf das. Ähm, seht nur aber zu, wenn ihr irgendwelche Customizations macht zu euren, ähm, also zu den zu, 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 zu den Roms mit, also in dem ihr Trasla benutzt, dann, äh, macht nichts, äh, wo man am Ende nicht rauskommt. Es ist sehr schwierig, das zu machen, deswegen habe ich auch den Randomizer jetzt mit drin. Ich habe nämlich schon mal mitge-, also, ich habe am eigenen Live erfahren, wie, äh, schwierig es sein kann, eine, wie soll ich sagen, eine Customization wirklich vollständig von Hand zu machen und danach habe ich mich entschieden, einen Randomizer-Code selber zu schreiben, äh, der auf alles Mögliche achtet. Ich will kein Kreideschrei, danke. Oh, Mod, hm, erst mal Triplette drauf. Rums und, ah, Hypertrank, das ist jetzt doof. So, ich habe auch nichts anderes mehr als Triplette. Schlecht, schlecht. Aber Triplette könnte jetzt bei Simsala vielleicht auch, ja, zwei Schläge weg ist es. So, und damit ein weiterer, äh, eine, eine, eine weitere, äh, Arena geschafft. Einziges Problem an der Sache, erstens, ich kenne nicht den, äh, schnellsten Weg durch diese Arena und zweitens, ja, die, die zweite einzige Sache, ich weiß nicht, wo die nächste, äh, Arena sein soll. Ah, und so langsam, ist das auch. Puh, wo bin ich denn überall jetzt schon gewesen? Wo, wo, wo war ich denn vor allem noch nicht? In Fuchsania City war ich irgendwie noch gar nicht. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich nach Fuchsania City komme. hoffentlich passiert das mal. Zinnober Insel, wie komme ich auf die Zinnober Insel? Von da komme ich auf die Zinnober Insel. Das ist vielleicht auch gerade mal ganz gut, das zu tun. Dann kann ich die Zinnober Insel abtasten. So. Okay. Äh, Flucht unmöglich. Ja, natürlich, wenn ich ein Abra in den Kampf schicke, als erstes Pokémon, dann ist das natürlich nicht so gut. So. Okay. Ähm, erst mal geht's wieder hier zurück in die MSN. Die MSN wiederum, da, 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 kommen in den anderen Teil der MSN, wenn ich da lang gehe. So, hier einmal bitte umgehen. Danke. So. Ähm, und von hier aus kam ich zur Zinnober Insel. Deswegen werde ich die Zinnober Insel mal als nächstes übernehmen. Und, ja, Safe State bitte einmal. Zack. Fertig gesaved. Island 5. Mhm. War ich denn schon mal auf Island 5? Ei, ei, ei. 4, 5, 5. 5 ist hier. Ach! Den hatte ich ja voll vergessen. Mensch. Na, tu mir einer aber mal an, das Ganze. Island 3, untere Seite. Hm. Gucken wir mal, was wir da haben. Äh, Island 3 war hier oben wieder irgendwo. Hier. Unterseite von Island, 3. Gucken wir uns gleich mal mit an. Ähm, hier gibt's einmal nix. Was ist hier unten? Äh, wo bin ich gelandet? Ferienparadies. Ja, nee, sorry. Ferienparadies ist, glaub ich, auch momentan nix, was ich brauche. Und, was ist hier unten? Mondberg. Mhm. Und die MSN. Mäh. Leider also auch nichts besonders hilfreiches. Das heißt, ich bin in diesem unteren Teil des, äh, Gebietes durch. Ähm. Okay. Ohne den Dingsöffner, da komme ich nicht hier weiter. Hier komme ich auch nicht weiter. wird noch interessant werden, vor allem, warte mal. Ah, das Ding ist, ich, ich, ich könnte surfen, wenn ich Surfer halte. Ich müsste Surfer finden, damit ich surfen kann. So, was ist hier noch gewesen? Da ging's gar nirgends mehr hin, erst mal. Oder das kann auch richtig lustig werden. Vielleicht brauche ich ja für irgendwas Surfer. Haben wir hier irgendwo, aha, wir können, wir können mal noch nach, äh, Azuria City. Und von Azuria City aus hier rein. Oh. Wir haben ja auch noch Saffronia City übrig. Äh, mache ich das jetzt? Also erst mal hier, äh, coole Sache. Ups. Ich, ich lasse die Farbe einfach normal. Und, äh, sage, ich komme damit nach Saffronia City im Außenbereich. Ich habe übrigens vergessen, dass ich ja auch noch hier das Silvco-Gebäude fertig machen wollte. Ich muss mal überlegen, wie weit bin ich denn jetzt gerade schon mit allem. Äh, hier ist eigentlich schon alles durchgeguckt. Äh, was haben wir hier in dem Stockwerk? Da ist alles, das, 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 das. Ja, ist auch durch. Da sieht es auch gut aus. Ja. Alle, bis auf den einen hier unten. Okay, den muss ich mir unbedingt mal merken. So, ähm, das ist ja komisch. Ach so. Das ändert sich immer noch nicht. Ja, ja. Na, Mensch. Stimmt ja. So, erst mal gucken, haben wir, haben wir irgendwas, wo wir bei, nee, nee, nee. Bei Saffronia City, also, ich weiß, wo das Ding hinführt. Das ist also auch erst mal egal. Äh, ich könnte rein theoretisch mal versuchen, bis dahinter hier zu kommen. Boah. Boah, das ist ja wieder mal eine zu lange Rundreise. Äh, nee, kann ich noch nicht. Ich komm hier gar nicht raus. Außer ich geh wieder den ganzen Weg bis zu Bill. Das, nee. Sorry, äh, wenn, wenn hier hinter der Tür was, Mist, ich muss, ich muss einfach. Hilft ja nix. Bloß nicht mit diesem Pokémon. Mit diesem Pokémon kann ich gar nix machen gerade. Vielleicht sollte ich eventuell erst mal, bevor ich weitermache, heilen gehen. Irgendwo heilen gehen. Hm. Mal jetzt noch mal gleich gefragt. Was fehlt mir denn jetzt eigentlich alles noch? Nein, keine Angeberei bitte. Ich find Angeberei überhaupt nicht gut. Ach ja, hab ich schon gesagt, dass ich, dass ich ein wunderschönes, äh, äh, Randomizer-Programm gemacht hab. Oh Mann. Ähm. Also, was fehlt uns denn noch? Also, uns fehlt noch Agatha und uns fehlt noch der siebte Ordner und es fehlt noch Verlorelei. Oh Mann, ey. Bäh. Mach ich das jetzt wirklich? Geh ich extra zu Bills Haus? Was soll's? Ähm. Und natürlich wird Magneton wieder in den Kampf geschickt als erstes. Das sollte ich überdenken, dass das, äh, die Reihenfolge sollte ich definitiv überdenken. Ah, warte mal, das Haus zu be-, also, an das Haus ranzukommen, das bringt mir ja überhaupt nichts. Ich muss ja in Bills Haus rein. Okay, okay. ich merke gerade, äh, bringt mir gar nichts, was ich hier machen wollte. Ähm. Okay. Puh. Tralali und tralala. Was machen wir denn hier und da? Ähm. Ähm. Gehen wir erstmal hier gucken, wo, 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 wo komme ich da überall nochmal von hier aus hin? Da ist ein Pokémon Center. Das will ich. Das will ich. Dieses Pokémon Center möchte ich betreten. Diese Art und Weise kann ich erstmal meine Pokémon heilen. So. Nächstes. Was mach ich jetzt? Was mach ich jetzt? Wo geh ich hin? Mach ich noch mehr Silvko? Mach ich noch mehr anderes Zeug? Ich muss ja, also, das Ding ist, ich hab, ich hab meinen Randomizer Code schon so gemacht, dass man eventuell wirklich erstmal auch nach Sachen suchen muss, wie Zerschneider und, äh, Surfer und sowas und das dadurch der Schwierigkeitsgrad ein wenig erhöht sein könnte. Aber, trotzdem, finde ich, hab ich das mit Absicht so gemacht. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, was könnte ich mir denn jetzt, also, ich könnte mir nochmal die Pokéflöte holen. Könnte mir die Pokéflöte holen. Hm. Wie komm ich zur Pokéflöte? Ach so, ja, da bin ich ja auf direktem Wege. Mensch, warum nicht? Warum nicht? Muss ich nur noch gucken, welche Richtung das war. Das war nicht die Richtung, sondern die hier und schon kann ich mir wieder meine Pokéflöte holen. Ja, dann einmal mit Magneton alles umhauen, was da kommt. Hm. Rums, rums, rums. Ah, schön, schön, schön. Rums die Rüpel. So. Okay, Funkensprung. Ja. Äh. Jetzt. Funkensprung hatte ich vorhin, äh, vor dem Laden des Spielstandes mal wieder, ähm, dahin zurückgesetzt, ne? Ach man. also an die erste Stelle. Okay, so. Gib mir bitte deine Flöte, du alter Mann. Ich weiß nicht, ob ich das hätte sagen sollen, aber jetzt habe ich. Hm, so. Und das war, ja, ich weiß leider nicht mehr. Irgendwo hier hinten bin ich rausgekommen, hier oben, irgendwo, irgendwo da, ah, da. Okay. Ich könnte wieder nach Prismania City zurück, auf diese Art und Weise. Ist, glaube ich, erstmal ganz gut, denn in Prismania City hätte ich auch meinen ersten Einsatz weg, beziehungsweise in der Nähe von Prismania City. Ähm, Übrigens, ich mache mal einen weiteren Spielstand. Save diesmal. Nicht load, nicht load. Hm. Glutberg, okay. Sieht mir jetzt nach einem Ort aus, wo ich aufpassen muss. Ähm, wird auf jeden Fall mal eingetragen, dass das Ding hier oben rauskommt. Von hier kann ich relativ gut immer weiter nach unten. Ein Pokémon Center ist hier. Hm. Welches denn? Welches ist es denn diesmal? Azuria. Das Azuria Pokémon Center. Okay. Azuria Pokémon Center. Wo bist du? Da bist du. Ähm, ich bin von da gekommen. Und komm nach Fuchsania City auf die Art und Weise. Ja, endlich. Okay. Jetzt, jetzt wird's schön. Ähm, Fuchsania City. Bin ich hier rausgekommen? Nee. Wo bin ich denn rausgekommen? Aus dem Pokémon Center. Ach. Das ist ja witzig. Okay. Ähm, das hier ist auch sowas wie ein Pokémon Center würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber es ist ein anderes. Oh. Ich bin schon wieder auf der MSN gelandet. Äh, würde jetzt erstmal versuchen. Na, so. Ich würde jetzt mal versuchen, mir Surfer zu holen. Und die Goldzähne kriege ich auch noch. Und ich weiß sogar schon, wo ich die abliefern kann. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Aber, wir haben ein Dodo gefangen erst mal. Ja, normalerweise, wenn man, äh, früh im Randomizer Run in eine Safari Zone kommt, dann ist das eine gute Sache. Denn dann kann man sich erstmal ein schönes Team zusammenbasteln. Klappt aber nicht immer. Und in dem Fall Floh das Pokémon. So. Ähm, hier geht's weiter. Ich muss mich zum Glück nicht, äh, drum kümmern, erstmal Level 30er Pokémon zu kriegen. Das ist ja das Gute an der Sache. So. Okay. Ähm, einmal hier runter, Goldzähne holen, Surfer kriegen und dann hab ich, äh, dann hab ich Surfer und Stärke. Yes. Damit komm ich wesentlich weiter auf einmal. Ähm, wenn ich denn die richtigen Pokémon dafür da hab. Kein einziges. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Dann versuche ich hier mal was Bestimmtes zu fangen. Nein, kein O-Mod. Ich weiß nicht, ob O-Mod Surfer kann. Äh, versuchen wir es mal mit Nidorina und Nidorina haben wir gefangen bekommen. Sehr schön. So, und jetzt machen wir, suchen wir vielleicht nochmal. Vielleicht gibt's auch noch einen Nidorino zu fangen. Aber es muss nicht sein. Ich glaube, einen Nidorina kann man zu Nidoqueen entwickeln und Nidoqueen kann Surfer. Das ist das, worauf ich jetzt gerade hoffe. Ich glaube, sogar Rizeros kann Surfer lernen. Kein Nidorino. Schade. Da ist ein Nidorino. Schade. Ja, hätte ja klappen können. Aber warte mal, ich könnte ja auch einen Nidoran einfach entwickeln. Schanera wird nichts. Ich könnte einen Nidoran zu Nidoqueen machen. Mache ich einen Nidoran zu Nidoqueen? Ich habe einen Nidoran schon. Das heißt, das ist jetzt nicht das Problem. So. Ja, ich könnte auch mal Zerschneider hier einfach benutzen. Das geht auch. Easy peasy. Und hier war das. Dann holen wir uns ja mal hier ein Pokémon raus. Wir bewegen mal ein bisschen. Abra brauche ich. Nehme ich jetzt Razav raus? Ich nehme Razav raus. Razav hat mir gute Dienste erwiesen. Das Nidoran ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, dann. Nidorina erst mal mit einem Mondstein Flieg und Sieg entwickeln. Und dann haben wir eventuell unseren Surfer. Äh. Unsere Surfer Queen. Genau. So. Okay. Perfekt. Perfekt. Das dürfte jetzt auch einfach sein. Hier kommen nur Wasser-Pokémon. Funkensprung hilft da wirklich sehr gut gegen. Außer wir kriegen hier vielleicht irgendwo es mit einem Cidra King zu tun. Aber hier werden ja eigentlich nur die Pokémon aus der ersten Generation erst mal verwendet. Erst auf den Inseln kann das dann anders aussehen. So. Und was haben wir hier? Wir haben die Azuria-Höhle. Welchen Teil der Azuria-Höhle? Ist das jetzt der Teil, den ich denke? Den wir... Ne, ich glaube nicht, dass das der ist. Das ist ein anderer Teil der Azuria-Höhle. Ist zwar auch cool, aber nicht das, was ich wollte. Äh, hier ist das. Oh, dieser Teil der Azuria-Höhle müsste auch mal langsam überprüft werden. Ein Ditto! Nein, danke. Und wir haben einen Nugget bekommen. Und wieder mal die verlorene Höhle. Ich hasse es. Ähm, ich weiß nicht, ich würde sie ja am liebsten rauslassen, aber auf der anderen Seite würde es einfacher machen. Und einfach ist nicht. Jetzt, wo wir hier vor allem surfen können, ist das ein sehr, sehr schöner Ort. Wir haben zwar noch nicht Stärke und damit muss ich jetzt leben, wenn, oh, verdammt. Ähm, ja. Wenn ich irgendwo was finden sollte, wo ich nur mit Stärke weiter, äh, mit, was haben wir denn hier? Oh, das ist jetzt fies. Das sind alles gerade, äh, Two Ways gewesen. Und damit komme ich nach Saphronia. kann ich leider gerade so nicht, äh, gut finden. Ähm, dieses Haus war's. Ich hab mich schon gefragt, was war denn jetzt los? Da war ich doch schon, aber zum Glück nicht. Ich könnte rein theoretisch diese Rocket Leute verschieben, aber ich will das gar nicht. Mein Code müsste funktionieren, ohne die zu verschieben. Ähm, ja. Okay, hier war ich doch schon mal. Siegesstraße, okay. Was war denn hier nochmal? Ach, gute Ah, okay. Also wenn ich da hochgehe, dann komme ich in den Pokémon-Turm und dann von da aus komme ich hier rein. Äh, brauche ich nicht mehr. Okay, äh, dann haben wir da hinten noch was. Oben, oben rechts. Sehen wir mal. Boah. 58. 58. Das ist doch, das ist doch schon gar nicht mehr, das kannst du doch keinem mehr antun, ey. So. Oder, ja, ein End von Level 40, das ist schon netter. Das ist schon wesentlich netter. So, Eiskaskadenhöhle. Ach du, meine Güte. Mhm. Bin ich jetzt mal so? Bin ich jetzt so? Ich, ich bin mal so. Ich tue gerade was, was ich nicht tun sollte. Mondberg. Hätte ich nicht tun sollen. Hätte ich definitiv nicht tun sollen. Bringt mir nämlich hier nichts. nicht so viel zumindest. Das ist also ein Dead End. Glutberg, jetzt bin ich wieder beim Glutberg. ich mag diese musik so wunderschön wie sehen denn eigentlich bisher meine inseln aus also der insel 3 sieht bei mir gut aus hier das ferienparadies da war ich auch schon aber bringt mir nicht so viel aber gut hier drin war ich noch nicht verdammt wie bin ich ins ferienparadies gekommen jetzt jetzt hätte es mir doch geholfen okay also wenn ich jetzt irgendwann mal auf insel 3 zurückkommen sollte das haben wir hier insel 6 war ich eigentlich schon mal auf insel 2 nein war ich mal auf insel 1 ich war auf insel 1 ich kann ich kann ja jetzt wieder hier hin und das versuche ich mal ich versuche mal insel 1 zu erkunden ich weiß noch nicht wie ich da ich komme von azurias city hin wo bin ich jetzt momentan was ich bin doch gerade da wo ich wovon ich nach insel 1 komme okay los geht's insel 1 okay das ist das ding in der so ziemlich mitte das vierte von hier das okay ich möchte euch eigentlich beide nicht nein schwarzgurt enrico euch liebe schwarzgurt enrico ich finde ihn gut ich weiß gar nicht wieso aber ich finde schwarzgurt enrico sollte definitiv ein wenig ja und fredi sollte auch ein wenig anerkennung bekommen dafür dass er gegen mich kämpfen durfte schwarzgurt fredi und schwarzgurt enrico die besten schwarzgürte aller zeiten so jaha wisst ihr noch wie ich relativ zum anfang des videos gesagt habe ich würde ja hier nichts auseinander schneiden ja es kam doch dazu so ein bisschen aber das hatte auch gute gründe das hatte auch wirklich gute gründe so jedenfalls muss ich jetzt mal überlegen wo muss ich jetzt noch mal hin wo wollte ich hin ich wollte in island 1 wollte ich noch irgendwas tun das weiß ich noch dann muss ich mal gucken magneton okay ja 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 ich bin ich bin wieder drin im ganzen also ich wollte von hier aus surfer benutzen um irgendwo hin zu gelangen so auf nämlich island 1 um das mal ein bisschen zu erkunden okay hier ist island 1 fangen wir doch gleich mal hier drüben an bitte lass das kein one way sein sonst muss ich das gleich wieder machen oh äh cool sehr cool sehr okay das erste was ich auf insel 1 äh bekomme ist eine arena das ist ja wow 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 und dann ausgerechnet die die ich brauche naja gut es gibt ja nur noch eine arena die ich nicht kenne okay ähm habe ich irgendwas mit wasser attacken ich habe ein nido queen aber das ist ja nee das reicht nicht aus versuchen wir es mal mit perlkette ähm jetzt muss ich gerade überlegen äh wo waren die ganzen also den hatte ich ausgewählt und der wurde hier irgendwo bei island 1 gefunden der aber island 1 ist ja in wirklichkeit hier 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 irgendwo nein das ist zwei hier ist eins jo also das ist das okay ähm ich werde heute mal das quiz machen so raubi wird zu saftkorn ja das ist richtig was haben wir hier ähm nein es gibt wesentlich mehr als neun offizielle orden ähm hm hm quapsel entwickelt sich eigentlich auch doch irgendwie dreimal würde sagen eigentlich schon aber hier ist es falsch quapsel entwickelt sich ja eigentlich zweimal aber äh in verschiedene richtungen und dadurch eigentlich ja dreimal hm lightning Motorattacken sind sehr effektiv gegen Boden-Pokémon, definitiv, ja, ja. Was haben wir hier noch? Lass uns beginnen. Unterscheiden sich zwei gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja, natürlich, tun sie. Das taten sie schon in Generation 1. Was haben wir hier? Froschattacke, nein, nein, nein. TM28 ist Schaufler, kriegt man sogar. Und dementsprechend sollte man das wissen. So, Perlkette setzt Slam ein und Slam ist gar nicht so gut. Und Perlkette brennt. Das funktioniert ja brennend, sehr brennend. Ich sehe es kommen, ich verliere den Kampf. Machen wir erstmal Überroller, in der Hoffnung, dass das trotzdem noch klappt. Oder Kreuzhieb. Oh, Feuersturm ist böse. Alter. Alter, das ist ja... Da geht ja richtig was schief. Okay, los geht's. Das ist noch gut, das ist noch gut. Ich weiß gar nicht, was ich noch für Items habe. Aber jetzt wäre es sehr schön, wenn Surfer... Ah, jetzt wird's schwierig. Funkensprung, los! Ah, gut, 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 gut. Magneton könnte das Ganze rumreißen. Und keine AP mehr. Triplette. Es ist paralysiert, das ist sehr schön. Okay. Wir haben noch Abra. Ich gucke mal, ob ich eventuell irgendwas, irgendeinen Beleber oder so habe. Beleber wäre jetzt super, Beleber wäre jetzt super. Top-Beleber habe ich! Top-Beleber ist super. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ey, sonst hätte ich das mit Pyro vielleicht nicht geschafft. Okay. Easy. Easy peasy. Machen wir. Top-Beleber. Alles klar. Na dann. Wen Top-Belebern wir wieder? Das ist jetzt die Frage, die große, die sich stellt. Äh, Magneton war ganz cool, ist es aber nicht mehr. Deswegen Nidoqueen. Nidoqueen wird einmal be... Oh, Scheiben. Depp. Mist. Okay, ich glaube, ich brauche noch einen zweiten Top-Beleber. Einfach sicherheitshalber. Ähm. Aber für wen? Perlkette. Von mir aus. Rums. Versuchen wir es mal erst mal mit Nidoqueen. Surfer-Attacke. Yeah. Es hat sogar nicht getroffen. Oh nein. Oh nein. Oh, das wird schwierig. Okay. Äh, Feuer-Odem. Gegen Feuer-Sturm. Es ist paralysiert. Das ist gut. Äh, dann würde ich nämlich sagen, dann versuchen wir mal einen Hyper-Trank, um Perlkette auf... äh, am Leben zu behalten. Oh, what the heck. Das wird so nix. Okay, ich muss... Ich muss angreifen. Sandsturm. Ja, Sandsturm versuche ich mal einfach. Das könnte was werden. Äh, was habe ich noch? Habe ich noch irgendeinen Top-Trank oder so? Top-Genesung habe ich noch. Mach mal eine Top-Genesung. Ah. Ja, könnte... Ja, könnte... Könnte was werden. Oh ja, oh ja. Ich besiege es noch. Alter Schwede. Uh, wir haben den Vulkan-Orden. Und ich habe übrigens vergessen, weiterzumachen hier. Äh, äh, das ist ein wenig weitergelaufen, bevor ich es, äh, hab beendet. So, trotzdem, siebte Arena bestanden. Okay. Jetzt muss ich ja erstmal nur in die achte Arena noch. Hm. Wie kriege ich bloß Nidoqueen hochgepumpt? Okay, so, ähm... Machen wir gleich mal hier weiter. Vielleicht, äh, finde ich ja ein Pokémon-Center. Oh! Oh, Mamoria City. Mamoria City ist gut. Mamoria City hatte ich, glaube ich, auch noch nicht so wirklich. Gucken wir mal. Wo bin ich da rausgekommen? Ah, hier. Okay. Ja. Nice. Ähm... Nächstes. Ist ein Pokémon-Center. Hier ist ein Pokémon-Center. Ich finde das so gut, dass hier ein Pokémon-Center ist. Oh, schön, schön, schön. Äh, PC wird eingeschaltet. Und wir haben das Pokémon-Center von Island 2. Und kommen von da aus. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Das ist gut. Äh, doch, erzähl mir. Erzähl mir Dinge. Ich möchte ein Fahrrad. Ich möchte ein Fahrrad haben und deswegen erzähl mir ruhig Dinge. Schenk mir ein Radcoupon. Okay, wir haben den Radcoupon. Das heißt, wir müssen hier jetzt eigentlich... Ähm... Müssen wir hier nicht mehr viel machen. Waren wir auf Island 2 schon so ein bisschen? gewesen. Weil dann könnte ich jetzt gegebenenfalls teleportieren, wenn wir es nicht waren. Und wir waren es noch nicht so. Gut. Sehr schön. Ähm... Ich würde jetzt sagen, wir waren auf Island 1. Da ist... Ne. Ach, Island 1. Wo bist du denn? Hier ist es. Genau. Genau. Island 1 kann zu dem Ding und das war einfach nur... Ja, genau. Das war egal. Ähm... Wir haben hier noch einen Bill. Der tut nichts. Und wir haben hier einen Glutberg und kommen hier nicht weg. Okay. Das merke ich mir. Vielleicht werde ich diesen einen Grunt dort noch, äh... Wegstellen. Du bist im... Ihr seid im Weg. Das gibt's doch nicht. Das ist ja unfassbar. Okay. Ähm... Ich würde sagen, gegebenenfalls werde ich den einen oder anderen von denen noch wegpacken. Irgendwohin. Also, der ist definitiv im Weg, der Typ. Ich kann mich nicht bewegen. Ähm... Werde ich mir gleich mal aufschreiben. Move Rocket Grunt. Ich hatte mir schon sowas, ähm... Ich hatte sowas vermutet. Alles klar. Der wird noch bewegt. Das ist sozusagen der bewegte Mann. Ähm... War ich damit jetzt aber auch fertig gewesen? Also, ich weiß, ich, äh... Habt ihr jetzt da irgendwas, äh... Das ist irgendwo mit Island 1 verbunden. Gucken wir mal. Ja. Ja. Okay. Das geht also da ran. Alles klar. So, jetzt sind wir auf Island 2 und können hier mal gucken, was wir finden. Ach, guck mal einer an. Ja, unser Rivale. Mhm. So, und der wird uns jetzt bestimmt... Ja, er hat uns gesehen. Schrecklich sowas. So, ähm... Erstmal ein Funken-Sprung auf Taubos. Und schon ist es besiegt. So, Dödel setzt seinen Dödel ein. Und Totok. Sehr gut. Tja, Totoks Schutzschild hat... Äh, ist... Ist... Ist fehlgeschlagen. Äh, ich könnte einen Lapras bekommen, wenn ich denn wollte. Oh, ich hätte gerne gewusst, äh... Kriege ich das Lapras jetzt schon? Also, hätte ich es auch bekommen, bevor ich Dödel besiegt hätte. Ich Dödel. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. So, und, äh... Wir kommen hier bloß wieder... An ein Dead End. Okay. Das ist gut zu wissen. Brauche ich nie wieder anzuschauen. MSN. Sieh mal einer an. Okay. Das finde ich gut. In dem Bereich war ich nämlich irgendwie nur selten von der MSN. In diesem MSN-Bereich, wenn man so möchte. Äh, beziehungsweise hab da ein paar Sachen durchprobiert und hab gemerkt, ich komme an einem Dead End raus. Ah, das war das Problem. Gut, dann. Mhm. Okay. Das führt mich auf die Zinnoberinsel. Dann gucken wir doch mal, was auf der Zinnoberinsel hier in dem Pokémon-Haus vonstatten geht. Ob ich von da aus... Ja, ich hab mehrere Möglichkeiten. Ah, das ist ja natürlich... Hm. Aber sonst, äh... Mach ich hier erstmal weiter? Ja, ich mach da erstmal weiter. Das wäre nämlich einmal hier. Eins. Ah, oh. Wah. Wah. Was? Ich komm schon wieder im, äh, Zinnoberinselhaus an. Das war hier gewesen. Okay. Nächste Tür. Aha. Hallo. Äh, ich habe leider den Erdorden nicht. Ja, sowas aber auch. Hm. Aber, ja, stimmt. Ich kann den Erdorden ja noch holen. Machen wir das Ding mal. Das war hier oben jetzt. So, machen wir das da hin. Und wir haben Lorelei gefunden. Wir haben Lorelei. Äh, endlich. Dann fehlt uns ja eigentlich nur noch Agathe und, äh, der Champ. Hm. Okay. Ähm, Lorelei war von der MSN aus. Von diesem Räumchen, was hier war. Alles klar. Supi. Damit haben wir also, äh, äh, Lorelei schon mal. Dann muss ich jetzt leider wieder mit meinem Abra teleportieren. Nach Eiland 2. Ähm. Was gut ist, würde ich sagen. Okay. Also von da aus sind wir da gelandet und haben da alles durchprobiert. Das heißt, ich kann jetzt erstmal in die andere Richtung gehen. Ha, und das mache ich auch. Hier erstmal rein. Kegli Nocchan. Was auch immer man haben möchte. Würde ich jetzt erstmal weglassen. Und wir kommen wieder nach Mamoria City, wenn wir einfach hier lang gehen. Und da oben ist noch eine Tür. Die müssen wir unbedingt noch mitnehmen. Und, okay, Mamoria City erschließt sich uns auch so langsam etwas besser. So. Einmal so. Äh, Kaskade kann ich ja auch bald verwenden. Äh, wir haben Agathe gefunden. Das ist ja... Es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft sehr gut gerade. Wir müssen dann eigentlich nur noch, äh, den Champ finden. So. Das war von Island 2 aus. Island 2 hatten wir... Hier drüben. Hier. Das ist Agathe. Alter Schwede. Äh, das ist falsch rum. Moment. Nein, das machen wir richtig. Ich bin von oben gekommen. Und es funktioniert, weil ich Skripte drin habe, die, äh, gewisse Dinge ganz gut abändern. Dann... Ähm... Das wäre also das gewesen. So. Okay. Dann... Heißt das für mich? Ich komme jetzt hier erstmal nicht durch. Also, Teleport. Ja, ohne Teleport wird es leider gar nicht gehen. Ähm... Sehe ich hier gerade so. Also, so vermute ich es. Ähm... Was haben wir hier noch so für Dinge? Das war eigentlich alles, ne? Okay. Jetzt können wir erstmal schauen, wie wir, äh, zu Giovanni ins... Ach, das war das. Oh, wei. Okay. Wir können von da aus... Aha, aha. Kann ich nicht auch irgendwie fliegen mittlerweile, äh, jemandem beibringen? Also, wenn ich das richtige Pokémon dabei habe, müsste das gehen. Dann müsste Abra eigentlich gar nicht mehr notwendig sein, denn ich kann überall fliegen. Ich brauche Abra nicht mehr. Das ist sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, ähm... Ich muss nur noch gucken, wie ich ins nächstgelegene Pokémon Center komme. Also, hier ist erstmal das Silvco-Gebäude gewesen. Aber von da aus komme ich nicht weiter. Ne. Island 2. Dann war das hier. Und wir gucken mal, wie wir von diesem Gebiet aus... ...wieder irgendwo hin... Ah, ein Pokémon Center. Tja. Genau das, was ich wollte. Hm. Hm. Okay. Ähm... Erstmal fit heilen. Dann... ...jemandes PC. Ein Pokémon bewegen. Ach. Wir brauchen Abra nicht mehr. Es tut mir so leid, aber... ...wir brauchen Abra einfach nicht mehr. Wir müssen gar nicht teleportieren. So. Denn... ...wenn wir jetzt... ...mhm... 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 Oh nein. Okay. Ähm... Okay. Das bedeutet... ...ich muss... ...zusehen, wie ich jetzt zu Giovanni in die Arena komme. Also... ...wir hatten dies und das und jenes. Äh... ...ne... ...ich versuch's doch mal darüber irgendwie. Also... ...wir haben das und das und das. Äh... ...wenn ich irgendwie nach Vertania City käme, wäre das super. Wie komme ich nach Vertania City von dort aus? Von der... ...von dem Schiff aus? Hm. Hm. Aber erst mal bin ich ja hier. Also, das heißt... ...ich muss... ...ups... ...auch nicht? Wo war denn das jetzt? Auch nicht? W-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa-wa. Ich versteh nicht. Ich versteh meine eigene... ...äh... ...meine eigenen Dinge hier nicht. Ah, okay. Ach, das war da in der Mitte. Okay, das nicht. Das nicht. Ja, vielleicht mach ich mal weiter im... ...Zinnober-Hauptquartier. Ähm... ...oder beziehungsweise... ...wo bin ich hingekommen, wenn ich hier war? Ah, okay. Komme ich auch nicht an weitere Teleporter ran? Bringt mir also erst mal nix. So, was hast du mir zu erzählen? Von deinem Mentor? Hier, das... ...des Magnetilos-Mentor ist ein Magneton. Äh, ist mein Magneton. Nicht irgendeins, sondern meins. So, ähm... ...okay. Gucken wir mal, was wir hier finden. Wenn wir da runter stürzen... ...dann geht's ab in die Azurier-Höhle. ...mehr oder weniger zu einem Dead-End. Würde ich sagen. Äh, weil... ...selbst wenn wir Rock Smash hätten... ...würde das gar nix bringen. Aber wir haben hier noch einen weiteren Teleporter. Und hab... Ah. Komm schon. Oh, der Bike-Shop. Wir haben ein Bike. Wir haben ein Fahrrad. Wir haben endlich ein Fahrrad. Wir kommen jetzt also durch Fahrradsperren durch. Das ist schön. Das Leben ist doch noch lebenswert... ...auf diese Art und Weise. Ähm... Ja. Fragt sich nur... ...was machen wir nun? Übrigens, ich speichere lieber mal... ...mit einem Save-State... ...nicht mit einem Load-State. Okay. Wir haben hier Island 2 gehabt. Und wenn wir auf Island 2 sind, dann... ...ist hier mehr oder weniger... ...nix. Ah, hier. Hier drüben ist noch. Gehen wir doch mal nach Mamoria. Ups. So. Okay. Jetzt, wo wir in Mamoria sind... ...haben wir wieder ein paar mehr... ...sachen zum... ...prüfen. Okay. Mamoria ist verbunden mit... Ups. Das soll nicht sein. Mamoria ist verbunden mit... ...dem Silvko-Gebäude. Ne, Quatsch. Mamoria Poké Center ist verbunden mit... ...dem Ding hier. Und ich habe leider immer noch nicht... ...den Warp zu Giovanni gefunden. Was ein bisschen schade ist. Okay, Tunnelpfad. Seeschauminseln. Nicht schön. Nicht schön. Ähm. War das der hier? Ich glaube, das war das Gebäude. Das mich jetzt sozusagen an diesen... ...an... ...diesen One-Way... ...geschickt hat. Ähm. Und da sind wir hier. Klick. So. Aber wir haben beide von diesen Warps noch nicht. Okay, einer führt wieder in die verlorene Höhle. Ähm. Das ist dann sozusagen... Ne, machen wir den mal so. Damit das klar ist, dass das zu Eis führt. Ähm. Ich glaube, das ist... Ja. Ist der Raum. Und wir haben schon wieder Lorelei gefunden. Aber auf der anderen Seite. Interessant. Eis führt zu Eis, wie es aussieht. Hm. Na, hoppala. Ich mache das jetzt mal falsch rum. Ist nicht so schlimm. Ähm. Auf jeden Fall. Wir sind bei Lorelei wieder drin. Brauchen Lorelei. Aber derzeit nicht. Na dann, teleportieren wir uns mal auf Route 4. Hm. Hm. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Hier können wir auch was testen noch. Hm. Da. Sehr schön. Verlorene Höhle mal wieder. Hm. Nicht so schön, meine ich. Äh. Verlorene Höhle welche denn? Hm. Hm. Die hier. Oder? Nee. Sieht fast so aus. Aber wir müssen vorsichtig sein. Das ist eine andere. Das ist nämlich die hier. Ist das dann sozusagen eine, wo wirklich schon mal... Ja. Aha. Hier fehlt uns also bei dieser verlorenen Höhle nur noch die Seite. Und da kommen wir im Fels-Tunnel an. Na super. Ja. Ich mag es nicht, aber ich muss da wahrscheinlich mal durch. Okay. Äh. Erstmal das auswählen. So. Der Fels-Tunnel wiederum... ...ist... ...hier. Ja. Wo könnten wir gewesen sein jetzt? Äh. Wo könnten wir rausgekommen sein? Aus welchem von diesen Dingern? Aha. Ja. Ja, ich weiß wo. Okay. Alles klar. Ich muss nur den richtigen Weg von hier aus... Äh. Äh. Also den... Ich muss nur den Weg weitergehen von hier aus. Die sind sowieso alle miteinander, äh. So verbunden, dass das alles nur, ähm... Two-Ways sind. Alles nur durchgängige Strecken. Ähm. Da gibt es keine Abzweigungen im Fels-Tunnel tatsächlich. In den einzelnen Untergebieten, wenn man so möchte. Und wo bin ich jetzt gelandet? Ich guck grad mal. Ähm. Es könnte sogar etwas sein. Könnte gegebenenfalls... Ah, okay. Route 11. Route 11. Das ist also... ...der Innenbereich neben... ...Hm. Orania City. Hier. Hier bin ich rausgekommen. Und hier bin ich noch nie weitergegangen. Tunnelpfad. Da komm ich... ...zu einer, äh... ...zu unserer zweiten... ...Pension. Und die Pension war in... ...auf Island... ...irgendwas. Hier. Klick. So. Alles klar. Haben wir. Brauche ich übrigens gar nicht mehr. Verlorene Höhle mal wieder. Schauen wir mal, welche verlorene Höhle es diesmal sein wird. Ähm. Die hier. Diese verlorene Höhle. Okay. Diktas Höhle. Island 4. Wir kommen von hier aus nach Island 4. Weiß ich nicht, ob das was bringt momentan. Schauen wir mal. Island 4 ist... ...weiter oben. ...Four Island. Ah, okay. Da waren wir schon mal, ja. Haben wir aber noch nie so wirklich... ...beachtet. So, Punktloch. Nicht schön. Gar nicht schön. Weil ich jetzt wieder... ...weil ich jetzt wieder... ...weil ich jetzt wieder schauen muss. Erstens mal, in welchem Punktloch bin ich gelandet. Wir sehen zum Glück alle unterschiedlich aus. ...und dann ist das auch noch okay. Mehr oder weniger. Aber trotzdem. Ähm. Rocket HQ. Aha. Mal gucken. Ob wir hier vielleicht noch irgendeinen weiteren... ...Warp finden, der uns hilft. So. Mhm. Dann einmal hier runter. Gegen den habe ich vielleicht schon... ...habe ich gegen den gekämpft schon? Oh. Oh, das ist mal eine Idee. Ich glaube, wenn ich... ...ich glaube, das war der, den ich genommen habe. Dann komme ich irgendwie... ...irgendwann über... ...kurs oder lang... ...zu dieser Ruine. Das ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Das ist so ziemlich ein Dead End. Ja, ist ein Dead End. ...ähm... ...büpp. So. Weiter jedet. Wir kommen wieder nach Azurias City. Das war das Ding gewesen. Okay. Machen wir das mal blau. Ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Farbe im Leben. Ähm... Azurias City, Azurias City. Da. Sehr schön. Jetzt sind wir also endlich bei dem angekommen, wo wir... ...diese Sachen alle ausprobieren können. Läuft, 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 läuft. Hoffentlich. Viel fehlt mir ja eigentlich nicht mehr. Oh, die Diktahöhle. Okay. Äh... Verhindert mit Ausweg los die Flucht. Na toll. Macht aber nix. Wir haben ja noch... ...die Möglichkeit... Ach, schon wieder Ausweg los. Es kann doch, glaube ich, auch eine andere Fähigkeit haben. Warum kann es nicht diese andere Fähigkeit gerade haben? So. Na komm. Es ist ein bisschen lang der Weg, aber... Wow. Okay. Wir haben gerade rausgefunden, es hat uns überhaupt nichts gebracht. Da mal in die Ruine reinzugehen. Und wieder Ausweg los. Mist. Okay. Also dieser wunderschöne lange Diktapfad. Ah. Da war gerade einmal ein Diktar ohne Ausweg los. Bitte, hab Ausweg los, nicht. Sei Ausweg los los. Ja, ich möchte bitte ein Ausweg los-loses Diktar haben. So. Nächste. Tür. Ist wieder nur leider... ...nichts wert. Aber trotzdem. Es geht noch weiter hier. Glutberg. Oh, cool. Wir haben einen Rubin gefunden. Was auch immer, der uns jetzt gerade bringt. Aber wir haben ihn. So. Wir können noch ein Stück weiter. Also erstens mal... ... auch nix. Bringt nichts. Dort weiter zu suchen. Mh, 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 mh. Ja. So. Gleich... ...da. Hier geht's weiter. In dieses Haus rein. Mal gucken. Dieses Haus hat ein Pokémon Center. Das ist ein Pokémon Center. Eindeutig. Das hat man schon von außen gesehen. Ein Island 5 Pokémon Center. Okay. Äh... Island 5. Island 5. Buh, buh, buh. Mh... 4. 5. 5 Pokémon Center. Okay. Äh... Schnell mal gucken. Von wo bin ich denn eigentlich reingekommen? Von hier, ne? Ja. Versuchen wir's mal wenigstens... ...halbwegs so... Ah, Seeschauminseln. Ähm... Wasserstein ist ja nett, aber... ... so richtig hilft's grad nicht. So, bei Island 5 bin ich auch mehr oder weniger durch alles Mögliche durch. Ähm... Das Ferienparadies hätten wir dann noch. Ich könnte da natürlich hinschwimmen. Ich glaub, der Weg ist etwas länger, als es hier gerade aussieht. Oh. Oder ich besiege erstmal jemanden. Warum nicht? Er ist Trainer. Er ist Trainer Michelle. Ja. Oh, Irrlicht ist nicht gut. Irrlicht ist gar nicht gut. Zum Glück hab ich in der Nähe ein Pokémon Center. Ah, komm schon. Nee, nee, nee. Magneton, halt ruhig. Oh, Yugong. Yugong ist sehr gut. Zack. Girafariga. Ja... Ja, doch. Geschafft. Puh. Und sogar ein Level abbekommen. Yay. So. Mh... Dann versuchen wir's mal von der siebten Schatzschlucht aus weiter. Hier geht's ja noch höher. Und irgendwo hier ist... ... noch was zu holen. So. Ah. Oh. Da brauch ich was stärkeres. Gegen Tangela. Klammergriff und Wurzeln. Oh, das ist ja... Gut, dass ich mein Pokémon genauso heilen kann, wie dieses Pokémon. Auf diese Art und Weise krieg ich's vielleicht irgendwie langsam, aber sicher... Ja. Ich krieg's langsam, aber sicher, äh, runtergesaugt. Oh, nein. Hat er gerade einen, äh, Trank oder sowas benutzt, weil... ... das ist auf einmal hochgeheilt. Ich hab... Ich hab grad nicht hingeguckt und das ist hochgeheilt. Oder hat er gerade ein zweites in den Kampf geschickt? Ich weiß es grad nicht. Bitte lass ihn ein zweites, äh, in den Kampf geschickt haben. Einfach bloß. Nee. Ah, schön. Oh, guck, oh wei. Äh, versuchen wir's mal mit sowas wie Schlitzer. Äh. Mit Verwirrung geht das aber nicht so gut. Machen wir eine Triplette und gucken mal, ob dadurch irgendwas passiert. Äh, jetzt schlafe ich. Mein... Mein Magneton schläft. Kann aber dagegen ankämpfen. Und, oh. Warum war's grad vereist und dann nicht mehr? Och. Ich guck da auch nicht so genau hin, wie's aussieht. Ähm. Na? Darf ich nicht? Flucht unmöglich. Oh. Das muss ja schnell sein, das Vieh. Ah, entkommen. Sehr gut. Okay. Puh. Einen Nugget haben wir bekommen. Und wir können hier rein erstmal. Oh, wir sind auf dem Radweg. Na gut, ist ja am Ende eigentlich auch bloß ein Durchgang. Mh, also gucken wir mal, wo wir, wo uns das hinführt. Mh, mh. Und in Trassler wird natürlich erstmal wieder ausgewählt. So. Ähm. Jetzt geh ich hier einmal durch die, ach. Ich wollte ab durch die Mitte, aber so gut hat das jetzt nicht funktioniert. Übrigens, wenn ich schon mal auf dem Radweg bin, kann ich auch mal das Rad benutzen dafür. Tipps für Trainer und so weiter. Mh. Könnte, ich könnte das Rad benutzen. Ich hätte das Rad benutzen können und ich tue es jetzt. Mh, also. Haha. Ich habe ein Rad benutzt. Okay. Der Durchgang ist versperrt. Jetzt bin ich von unten da wieder raus. Und bin wieder irgendwo in der MSN. Okay. Ha. Vielleicht war das ja gar nicht so gut. Vielleicht war das ja gar nicht so gut. Ähm. Aber ich weiß dadurch, dass ich, ähm, ich glaube, unteren Ende von hier lande, ne? Gucken wir nochmal. Ja. Das führt also mehr oder weniger dahin. Und ich komme nie wieder zurück. Tja. Schade, schade. So, äh. Komme ich dann von hier aus irgendwie ganz gut zu Giovanni? Wäre die nächste Frage. Wie sich mir stellt. Achso. Jetzt bin ich ja wieder hier auf der MSN. Wieder in so einem Raum. Ich glaube, es ist gar nicht mal so gut. Hm. Ähm. Versuchen wir es mal darüber. Oder was war denn der letzte Raum hier? Oh. Huch. Das ist ja interessant. Okay. Hoffentlich, äh, passiert mir hier nix. Ich habe den Tripass erhalten. Sehr schön. Okay. Ich komme anscheinend hier, äh, in dieses Pokémon Center darüber. Okay. Wer weiß, welchen Durchgang mir das, äh, beschert. Ich habe den Tripass, äh, in diesem Pokémon Center, äh, in diesem Pokémon Center, okay. Lavandia. Und dann in die Seeschauminseln. Okay. Alles klar. Äh, dann wollen wir doch mal schauen. Die Seeschauminseln. Buh, 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 da. Okay. Von hier aus finden wir einen neuen... ...Zugang. Und das ist ein Profiangler. Aha. Bringt mir nur leider nicht viel, denn... ...Profiangeln habe ich nichts am Hut gerade. Ach, guck mal einer an. Da komme ich nicht so einfach durch. Hm. Na gut. Dann versuchen wir es erstmal hier lang. Nabelfels. Interessant. Hm. Erstmal, weil ich habe noch einen... Ich habe da noch was. Vor allem, es ist der, äh, Dreierweg vom Nabelfels. Der einzige, den es da gibt. Ähm. Der andere Weg geht durch den Mondberg. Und ich komme dann in... Gut, wir haben, wir haben, äh, das Rätsel gelüftet übrigens. Äh. Ich komme dann, so wollte ich den Satz beenden, in Orania City raus. An dem, äh, an der, äh, Arena, deren Geheimnis wir jetzt gelüftet haben. Meine Güte. Ich sollte vielleicht Sätze beenden. Ansonsten kommen da komische Dinge bei raus. Äh. Für die ich mich vielleicht erklären müsste. So, Nabelfels. Okay. Also hier, diese Wege, die da wegführen, die tun eigentlich gar nichts. Ich muss einfach nur gerade nach oben. So, und dann kann ich mich zwischen links und rechts entscheiden. Also. Schauen wir mal, was hier abgeht. Ich würde mal sagen, ich gehe erstmal nach links. Und, aha. Komme in die Nähe von Moria City. Habe dadurch, äh, ein paar schöne weitere... Weitere. Uh. 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 Möglichkeiten. Und ich habe hier einen Lugier gefunden. Ein Lugier. So, ähm. Wie sieht denn... Wie sieht denn das bei mir aus? Kann ich denn eventuell... Habe ich denn genug Bälle? Habe ich über... Ja. Hüpperbälle habe ich. Ich glaube... Ich tue mir das mal an. So, einmal Safe State setzen. Setzen. Nicht laden. Ähm. Safe State ist gesetzt. Wir machen eine Donnerwelle. Machen auch gleich einen Funkensprung hinterher. Noch einen, bitte. Okay. Versuchen wir es mit dem ersten Hyperball. Klappt nicht. Mensch, wer hätte das gedacht? Äh. Noch einen Funkensprung, würde ich sagen. Oh. Noch einen Funkensprung. Es hat aufgehört zu regnen. Sehr schön. Oh wei. Oh wei, oh wei. Na, gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Zur Not. Es ist zumindest paralysiert. Ich habe was, um es zu paralysieren. Und dadurch kann ich es zumindest ein wenig leichter fangbar machen. Auch wenn es sich hochheilt. Egal. Es hat trotzdem eine höhere Fangrate, als wenn es nicht paralysiert ist. Und ich habe Hyperbälle. Ich kann einen Lugia gegebenenfalls fangen. Und es ist drin. Ich habe schon einen Lugia. Yes. Lugia. Lugia. Ich habe einen Lugia. Ich weiß, ich brauche gar nicht mehr so krasse Pokémon in meinem Team. Aber trotzdem, ich finde es schön, dass das so ist. Ich finde es schön, eins zu haben. So, dann muss ich mich nur noch daran erinnern, dass ich das auch habe. Ähm. Okay. Wir sehen gerade, ähm. Über das hier kommen wir, äh, hier raus. Irgendwo. Warte mal. Bin ich aus dem Haus rausgekommen? Oder? Das überprüfe ich nochmal schnell. Ja. Bin aus dem Haus raus. Klick. Dann gucken wir hier mal. Aha. Fuchsania City. Wir sind wieder in Fuchsania. Ja. So, und wir sind von der Seite hier, ähm, eingetrudelt. Ja, jetzt kann ich ja mal versuchen, hier vielleicht noch was Schönes zu finden. Okay, MSN. Braue ich nicht. Siegesstraße. One way. I hate it. I so hate it. I so hate it. I hate it much. Very much. Ähm, das heißt, ich muss mich hier irgendwo mal durchfinden. Und ich habe immer noch keine Stärke. Rein theoretisch sollte es mir möglich sein, von hier aus. Auch wenn die Flucht gerade unmöglich scheint. Ähm. Ah, zum Punktloch komme ich. Okay. Ähm, gucken wir mal, welches. Hier habe ich doch auch bald alles, wenn das so weitergeht. Mhm. Ah, okay. Das hier. Was ist hier auf der Seite? Ein, oh, ein Pokémon Center. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich treffe auf die Top 4. Gucken wir mal, was wir haben. Oh. Wir haben einen Champion Kampf. Huch. Okay, äh. Wo war ich denn jetzt gerade? Wo bin ich denn rein? Da, ne? Ich versuche es nur mal wieder zusammen zu bekommen. Äh. Okay. Da bin ich hier gelandet. Und das ist mein, äh, Champ. Nein, das gibt es doch nicht. Das heißt, ich habe alle, ich habe alle, ich muss sie nur noch abgehen. Ja. Los, Dödel. Und ich muss gewinnen. Vor allem. Äh, ich habe ja. Es wurde zurückgerufen. Oh, und keine Wirkung. Mensch. Okay, das können wir, das können wir auch zu zweit spielen. Das ist keine Wirkungsspiel. Aber leider nicht so. Ähm. Versuchen wir es mal mit Artie, mit Kreuzhieb. Oh. Oh, das ging auch noch daneben. Okay. Ich sehe, äh, ich bin nicht unbedingt dafür geeignet. Gerade. Schlitzer wird auch nicht viel bringen. Genauso wenig wie Blutsorger. Ach, schade. Ja, gut. Äh, gegen den Champion zu gewinnen, dafür werde ich wohl meinen Lügier brauchen. Aber ansonsten, ja, Triplette hätte ich einsetzen sollen. Aber ich muss jetzt sowieso erstmal kaputt gehen. Kaputt gehen ist wichtiger. Yay. Los, los, los. Ich habe alle gefunden. Ich muss sie nur noch abarbeiten. Juhu. Okay, äh, wir sind im Pokémon Center gelandet. Können jetzt unser Lügier in den... Was? Die normalen PC-Dienste sind nicht verfügbar. Warum sind die normalen PC-Dienste nicht verfügbar? Was ist da los? Okay, ähm... Das ist eine Sackgasse. Okay, keine Sorge. Ich finde da schon wieder hin. Überall. So. Dann nehmen wir uns mal das nächste Loch hier vor. Oh. Und werden schon angegriffen. Okay, das letzte Loch führt mich sozusagen an... Eigentlich in eine Sackgasse. So. Lustigerweise, soweit ich das in Erinnerung habe, würden wir dann gleich im Ferienparadies landen. Wenn ich sie besiegt habe. So. Da ist sie. Und jetzt könnte ich noch die Höhle von außen... Mal angucken. Wuchtschlag. Boah. Okay. Schauen wir doch mal, wo uns das hinführen würde. Wenn wir jetzt hier einfach mal... Hier diese Höhle betreten. Ich glaube, das Ferienparadies hätte ich auch nochmal betreten können. Ne, gehen wir erst mal in die Höhle. Ich weiß, die ist noch was, was ich nicht kenne. Ah, okay. Keine coole Höhle. Keine coole Höhle. Schlechte Höhle. Zeitverschwendende Höhle. So. So. Jetzt gehen wir hier wieder rein und kommen nach Tree Island Hafen. Das war das. Okay. Was heißt? Drei Land. Hier. Ach, da habe ich das eingetragen dafür. Okay, wo komme ich denn hin? Ich komme auf die Zinnoberinsel, wenn ich da reingehe. Mache ich das mal? Ach, wenn das nicht Helga ist. Ja, Bill. Ist das deswegen? Oh. Jetzt bin ich auf Island 1 gelandet und bin mit ihm da rein. Super. So, ich glaube, jetzt funktioniert es doch bitte wieder. Ja, es funktioniert. Ach, schön. Pokémon bewegen. Lügier. Komm schon her. So. Kann ich nicht gegen Abra austauschen? Bringt mir nichts. Aber ich kann ihm Surfer beibringen. Und dann habe ich zumindest da schon mal. Es kann Surfer lernen. Es kann, ähm, Psychokinese, falls es das noch nicht hat. Surfer statt Hydro-Pumpe. So wichtig ist Hydro-Pumpe nicht. Ähm. Gigasauger ist ja auch noch. Oh, cool. Gigasauger auf Lugier. Wäre doch mal was. Machen wir mal Regentanz dafür weg. Und Psychokinese kriegt es auch noch. Dann ist Lügier jetzt mein Super-Pokémon. Für alles, was, äh, Magneton nicht hinbekommt. Schockwelle. Näh. Ja oder nein. Weiß ich noch nicht. Ähm. Lügier kann auch schon mal auf Platz 1. Der Charts. Lügier kann ja dann auch gar kein Fliegen. Haha. Mal sehen. Wenn ich Fliegen irgendwann mal wiederkriege. Ähm. Ach, wie war denn das nochmal gewesen? Hm. Okay. Jetzt bin ich also im Island 1. Ähm. Pokémon Center. So. Okay. Also hier war ein Pokémon Center. Und das brachte mich alles zu den Seeschauminseln. Warte mal. Das hieße ja. Wenn ich da lang rein. Ja. Aber war ich da nicht schon mal? Hatte ich diesen Weg, äh, hatte ich, hatte ich nicht schon mal irgendwie sowas, was genau an der Stelle war? Huch. Ist ja komisch. Ähm. Ja, stimmt. Warum bin ich denn da gelandet? Hätte nicht sein dürfen, glaube ich. Ich werde das mal überprüfen. Ich werde das mal überprüfen. Oder vielleicht habe ich was, äh, falsch. Ich habe das einfach nur, ja, nee, klar. Deswegen sind die, äh, Pokémon Center auch nicht beschriftet. Ja, weil, das ist, das ist alles richtig. Ist alles richtig, wie es soll. Alles gut, alles gut. Ähm. Dann kann ich das erstmal wegnehmen. Okay. Hm. Komme ich von Island 1? Da komme ich nach Mamoria. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Also. Pokémon. Abra. Teleport. Ne, warte mal. Ich glaube, ich habe was anderes, äh, einen anderen Verdacht gehabt, als ich erst dachte. Oh. Und nochmal Abra benutzen. Okay. Also den einen, äh, Rockettypen, den muss ich da definitiv wegstellen. Mal gucken, wie ich das mache. Okay. Ähm. Wo bin ich denn jetzt gelandet eigentlich? Bin ich jetzt auf Island 2? Ach. Sieh mal einer an. Okay. Island 2 bringt mich da hin. Äh. Ist hier auf Island 2 noch irgendwas gewesen? Ja, nochmal. Nochmal, äh, Pewter City. Okay. Ich dachte eigentlich, es wäre gut gewesen, aber mir fällt gerade auf. So ganz stimmt das nicht. Ich komme von hier zwar da rein, aber nicht weiter runter. Ich komme von hier aus gar nicht nach Vertania, wie ich es gehofft hatte. Also ich hätte, glaube ich, mehr Chancen, wenn ich die Zinnoberinsel, äh, wenn ich über die Zinnoberinsel gehe und surfe. Damit hätte ich noch mehr Chancen, als auf die andere Art und Weise. Ähm. Drei Island, da habe ich sogar einen Zugang. Was ist alles mit Mamoria verbunden? Gucken wir mal. Ähm. Okay. Ah. Ich habe noch ein paar Sachen nicht überprüft hier. Okay. Lü, 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 lü. Der Pokémarkt ist hiermit verbunden. Mit dem, wo ich hier jetzt hin komme. Und wir sind in... Island 7. Okay. Island 7. So, haben wir hier noch irgendwas, was noch nicht überprüft ist? So wie es aussieht, nicht. Hm. Das haben wir auch alles schon. Das heißt... Eigentlich kann ich... Hier wieder zurück versuchen zu gehen. So. So. Ja, fast. Okay. So. Island 7. Äh. Pokémarkt. So. Dann gehen wir doch mal einfach ins Museum. Und das war eine schlechte Idee. Oh, warte mal. Untersuchen. Oh nein. Was hieß das nochmal? Ich guck mal schnell. Tatsächlich, äh, ich hab's nicht im Kopf, was, was, was auf der Tür auch stand. Jetzt eigentlich. So, gucken wir mal. Da haben wir den Buchstaben. Das ist ein, äh... Umgedrehtes... Umgedrehtes... Nein, keine Ahnung. Ähm. Nehmen wir mal die Tafel hier. Die ist einfacher. Die ist größer gerade. Ihr seht das nicht, aber... Ich sag euch einfach jetzt... Okay, diese Reihe hat... Nur oben welche. Ähm. Wir brauchen was, was auch unten was hat. Z. Okay. C. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Zerschneider. Ne, Zertrümmerer. Oder... Ne, auch nicht. Zer... Doch, ne. Zer-S. Okay. Zerschneider. Yes. Okay. Alles klar. Wir kommen wieder zurück. Supi. Wir haben also einen Weg gefunden. Aha. Das ist ja interessant. Also könnte ich das Ding, äh, als, ähm... Zerschneider, ähm... Dependent... Mhm. Wird definitiv so gemacht, äh, das Punktloch ist für mich jetzt, äh, etwas, wofür man Zerschneider benötigt, um da ranzukommen. So, aha. Ich hole mir hier erstmal, glaube ich, ein Sonderbonbon irgendwo. Da ist es. Und weiß dann... Hier komme ich nicht weiter. Ähm... Okay, das Ding führt also zum Punktloch. Hm. So. Haben wir noch irgendwas? Irgendetwas, wo wir... Ach, genau. Wir haben noch die Arena. Und die Arena führt zum Pokémon-Haus und, äh, dort auch noch zu einem ganz üblen... One-Way. Äh, Dead End. Äh, nee. One-Way war richtig. Eine Sackgasse, die hier nur... ...weitergeführt wird. Okay. Und jetzt bin ich wieder hier. Hm, hm. So, so. Okay. Hm. Das ist nicht schön. Das ist gar nicht schön. Ähm, die Sackgasse führt, äh, äh, die Sackgasse... Das war also... Dass das mich, äh... Mem, mem, mem. Da. Da hinbringt. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wohin kann ich denn hier überall surfen? Beziehungsweise... Wie geht das denn dann eigentlich? Warte mal. Das jetzt aber... Das dürfte nicht passieren. Ratter, ratter, ratter im Koppe? Das dürfte eigentlich nicht passieren. Zu einem anderen Zeitpunkt wäre das für mich tödlich gewesen. Dann hätte ich einen Softlock gehabt. Ich muss das mal im Kopf durchgehen. Beziehungsweise ich muss das mal, äh... Irgendwas stimmt da nicht. Also der hat sozusagen das... Von da aus kam ich da hin. Ich schau mal mein Programm an. Ich will das nicht releasen mit solchen, äh, blatanten Fehlern. Ne, ne, ne. Was ist das für ein Teil? Äh, äh... Na, verständlich. Gut, dass ich es gefunden habe. Das Ding ist nämlich ein, äh, als, als Dead End gekennzeichnet. Aber in Wirklichkeit, äh, muss es etwas sein, das... Möglichst schon sehr, sehr, äh, frühzeitig hinzugefügt wird. Also dieser, dieser Warp, äh, den habe ich jetzt verändert. Der wird nie wieder, nie wieder irgendwo hin, äh, führen, wo man, äh, Surfer braucht. Aber wir haben jetzt Glück gehabt. Wir können trotzdem weiter hier, weil wir Surfer schon haben. Also, äh, normalerweise sollte dieser Warp zum Main Loop zurückführen. Der in der Pokémon Mansion. Und das tat er nicht. Und das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Das ist ein Fehler, wenn man so möchte. Ähm, okay. Ich glaube, das würde ich mal probieren. Gehen wir wieder nach Azurias City. Hm. Und von Azurias City aus kommen wir jetzt... Zum Beispiel... Könnten wir die Pokeflöte wieder kriegen? Haben wir aber, glaube ich, schon mal wieder. Ja. Ich bin der Meinung, wir haben die Pokeflöte schon mal wieder bekommen. Ähm... Ich würde jetzt mal nach Saffronia City gehen. So, wir haben Saffronia City. Und... Hm... Hier kann ich zum Beispiel noch ins Pokémon Center und komme raus in Stockwerk 9S. Okay. So, so. Das war... Hier. Blüpp. 9S. Mache ich dort erst mal weiter? Ist halt die Frage. Also, nee. Ich habe ja alles schon gefunden. Ich muss doch eigentlich nur noch zurück nach Vertania City. Mehr ist es doch nicht mehr. Das ist... Warum... Warum mache ich mir hier noch die Gedanken großartig? Ich muss doch eigentlich nur noch alles abarbeiten. Wieso ziehe ich das Ganze in die Länge? Ähm... Warte mal. 9S. Ja. Ach so. Das ist das nicht. Das ist das. Das ist es. Okay. Ähm... Ich brauche auch nichts weiter an Pokémon. Ich muss eigentlich nur noch irgendwie zu... Einen Weg, äh... Zu Giovanni finden. Und das ging über dieses... Schöne etwas. Äh... Diesen Ort. Und wenn ich da hin will, dann kann ich zum Beispiel da rein. Dafür muss ich ins... Aha. 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 Ja. 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 Das kriegen wir hin. Irgendwie hatte ich es geschafft, mal... Easy. Ich hab's. Ich hab's. Ich komm zu Giovanni jetzt. Jetzt geh ich wirklich dahin. Ich weiß nicht, ob das 5S war... Ja. 5F. Muss mal vorsichtig sein. 5F ist nämlich 4S. Ach komm. Doch nicht jetzt sowas. Einfach mal Surfer. Drüber. Surfer drüber. Wunderschön. So. Wir sind auch bald fertig, hoffe ich. Ähm... zwei Stockwerke hoch. Oder so. Ich würde sagen, es ist das 3S. Und dann hier rein. Ja. Dann bin ich in den Seeschauminseln. Ähm... Muss dann da rein. Okay. Ja. Eishäiler. Hammer. Da rein. Und hier... Ähm... Muss ich jetzt nur noch zusehen, dass ich irgendwie... Ja, ich glaub hier war's. Nee. Wo war denn das Ding? War das hier? Nee. Aber war denn Giovanni nicht gerade? Um zu Giovanni zu kommen, muss ich... Eigentlich... Ach so. Natürlich. Äh... Two Ways, äh... Habe ich ja übersprungen. Ich Idiot. Habe ich den jetzt doch schon besiegt? Nee. Gut. Da bin ich aber froh. Habe ich da schon mal versucht zu kämpfen? Ich glaube, ich hab da schon mal versucht zu kämpfen. Ach Mensch. Keine Sorge. Wir haben's bald. Äh... Sind kurz vor 4 Stunden. Finde ich ein bisschen schade. Ich hatte gehofft, dass wir jetzt um die Zeit schon fertig sind. Aber ich hab irgendwie zu lange gebraucht, mal um auf die Idee zu kommen, Giovanni nochmal mir vorzunehmen. So. Bei dem sind wir vorhin, glaub ich, gestorben. Aber jetzt haben wir mit Lugia definitiv was richtig Fieses in der Tasche. Oh. Oh, ich könnte auch mal Gigasauger auf Rihauen machen. So. Mal ein bisschen was anderes, ne? Und auf Knogger auch. Ja. So. Damit. Uhuhu. Es geht weiter. Okay. Ach, der Arena. Och, warum nicht Gigasauger? Okay, so. Noch ein Rihorn. Ach, das wird gut. Das wird so gut. Als nächstes kommt Diggdry. Ach, warum nicht Gigasauger? So. Nidoqueen. Und kommt jetzt noch Nidoking oder Kanga? Ah, Nidoking. Kangama war's, glaub ich, in Gelb. Was er hatte. Und Snowbillic hat. Und wir haben den Erdorden. Endlich. Nice. Okay. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch die Top 4 zu finden und zu erledigen. So, wir können einmal über die MSN gehen. Oder wir können einmal über, äh, über Saffronia City. Wir könnten nach Saffronia City, wenn wir es irgendwie schaffen. Pokémon, Abra, Teleport, Island 2. Was auch immer, wie auch immer ich von Island 2 jetzt wieder irgendwo hinkomme, an einen sinnvollen Ort. Ah. Vielleicht ist das sogar gut. Ähm, wie war das? Äh, Lorelei kann ich von der MSN aus irgendwie ansteuern? Und das kann ich sogar. Sehr cool. Das heißt, wir haben, äh, gerade uns unseren, äh, Weg, also einen wirklich kurzen Weg zu Lorelei haben wir uns gesucht. Einziges Problem an der Sache, äh, wird eventuell sein, dass ich jetzt nicht in einem Pokémon Center war. Ähm, läuft. Top-Genesung ist nicht so wichtig. Tut nicht weh. Ah, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir sind fast am Ende. Ah, es kann sich nur noch um Minuten handeln. Außer ich, äh, hab irgendwo richtig Probleme. Ähm, Probleme. So, ähm, ich würd diesmal, ja, ich möcht' hier wechseln auf Lügia. Lapras gegen Lügia. Ah, schade. Ja, da muss jetzt erstmal Psychokinese her. Und. Kung-Fu-Strahl. Puh. Gebe ich dir da lieber einen Funkensprung. So. Ah, schön, schön, schön. Es läuft gerade so gut. Wie kann es nur so gut laufen? Oh, nein. Wie konnte es nur gerade nicht mehr so gut laufen? Aber es läuft ja eigentlich immer noch. Also im Zweifelsfall hab ich immer noch Lügia. So. Psychokinese. Tut nicht so sehr weh. Äh, vielleicht versuch ich's mal mit Sternenschauer. Und das tut besser weh. Okay, damit haben wir, äh, unseren ersten Kampf. Auch wieder, äh, von der Top-4 erledigt. So, zweiter Top-4. Sorry übrigens, dass die Bilder nicht so ganz zu den, äh, Top-4-Leuten passen. Ähm, okay. Okay, ja. Jetzt muss ich also zusehen, dass ich da irgendwie hinkomme. Uff. Uff. Nee, das ist nicht richtig. Aber das hier ist so... Das ist kompliziert. Wie komm ich jetzt wieder an diesen Ort? Ähm. Von Azuria City aus zum Beispiel. Ich teleportier mich am besten mal wieder nach Eiland. Zweiland. Safronia City. Ja, vielleicht ist das ja gut. Ähm. Über Safronia City komm ich nämlich auf jeden Fall hier wieder ins Silvco-Gebäude. Und darf leider mich auch gleich rumschlagen mit irgendwelchen Leuten, die da noch drin sind. So. Jetzt muss ich noch mal gucken. Bruno war... Lavandier. Okay. Lavandier, äh, da komm ich über die MSN hin. Ja, aber... Wie kam ich da noch mal rauf? Ähm. Übervertanier City zum Beispiel. Ach. Ich krieg das aber irgendwie nie gebacken, mir zu merken, wenn man da überhaupt mal... Also, Lavandier ist... Das ist das. Da ist Bruno. Okay. Äh. Von hier oben bin ich doch irgendwie mal... Okay. Über Island Dings da kommt man da hin. Und auch über das... Oh. Es wird... Es wird kompliziert für mich. Ich... Ich krieg das im Kopf nicht... Hin. Und ich darf mich gleich mal wieder weg teleportieren. Ach ja. Wunderschön. Ähm. Erstmal wieder hier rüber. Da rein. Dann sind wir in Safronia City. Und dann gucken wir nochmal von Safronia aus. Ähm. Wenn ich in Safronia... Da komm ich nach... Pewter City. Nach, äh... Mamoria. Und wenn ich aber... Ich will... Ich will aber nach Lavandier. Und wie bin ich nach Lavandier gekommen? Äh. Ja. Das ist ja... Über Vertanier kann ich nach Lavandier. Über das Ding kann ich nach Lav... Lavandier... Es wird langsam ein bisschen zu viel, tatsächlich. Es wird ein bisschen zu viel für mich. Ähm. Darüber komme ich, glaube ich, nicht nach Lavandier. Ähm. Also ursprünglich bin ich über... Über, äh... Dings City. Vermilion. Ähm. Orania. Orania City war das. Und... Da käme ich so hin. Bringt mir aber jetzt gerade nichts. Also ich bin wirklich nur hier... Über dieses Pokémon Center da hingekommen. Komm. Hm. Äh. 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 Bringt mir alles nichts. Nicht so richtig. Okay. Gibt's noch andere Wege nach Lavandier? Äh. Äh. Ich will ja eigentlich da rein. Genau. Und warum will ich da hin? Ich muss sagen, das ist... Achso, ja. Weil... Weil dieser Punkt hier drüben wichtig für mich ist. Also ich kann entweder kommen über, äh... Orania City. Oder über... Die MSN. Um auf die MSN zu kommen. Ich glaube, ich probiere es lieber über die MSN. Die MSN hat mehr Einstiegspunkte. Das ist halt nur die Frage. Wie komme ich auf die MSN? Über die Zinoba-Insel würde gehen... Wenn ich... Vorher in... Ach man. Wer Tania City wäre. Okay. Das war nix. Das war auch nicht so wirklich was. Ich komme doch bestimmt noch irgendwie anders darauf. Okay. Mhm. Ach, hier war doch was. Nee. Das war auch Wer Tania. Aber gab es nicht irgendeinen einfachen Weg? Nicht so richtig. Das ist ja unfassbar. Na, dann gehen wir doch einfach mal irgendeinen Weg. Ähm... Das bringt mich nicht weiter, wie es aussieht. Ich glaube, ich nehme mal einfach jeden Weg von denen, die ich hier kriegen kann. Ah, warte mal. Jetzt bin ich wieder auf dem Boot. In welchem Pokémon Center bin ich jetzt? Route 4. Okay. 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 Ich versuche nochmal zu gucken. Lavandir ist mein nächstes Ziel. Ähm... Dafür muss ich... ...zum Beispiel... ...von dort kommen. Schaffe ich von hier aus nicht so wirklich. Also ab ins Punktloch. Genau. Ähm... Gucken wir mal. Boah. Anstrengend ist das. So gegen Ende noch den Überblick zu behalten. Ähm... Das ist nicht gut. Das ist... Das ist... Das ist dann wichtig für den Endkampf. Okay. Ähm... Das heißt, ich habe gerade nochmal durch Zufall... ... also... ... mitbekommen, ich muss irgendwie mal in diesen Raum der MSN, um später... Ach. Jetzt kann ich ja hier lang. Das ist ja auch schön. Jetzt lassen die mich alle durch. Ups. So. Ja, lasst mich alle durch. Ich habe nämlich eure Orden. Aha. Das hat mir gar nichts gebracht. Das ist... Wow. Einfach... Wow. Ähm... Da war Lorelei. Da war nichts weiter. Zwei Island. Zwei Island könnt ihr... Könnt ihr euch sonst an den... Wo an den Hut schmieren. So. Wenn ich da war... Dann brauche ich das nicht mehr. Das bringt mich nur zurück. Okay. Eiskaskadenhöhle. Ja. Muss halt. Island 4. Was kann ich von Island 4 aus machen? Ich glaube, ich bringe mich einfach mal in irgendwelche Situationen... ... in denen ich nicht so richtig weiß, was ich machen kann... ... und versuche von da aus einfach... Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, 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 das ist gut. Island 4 war sehr schön. Okay. Von Bertania City aus kommen wir nämlich dann... Ich versuche noch mal gerade... Ich muss zu Bruno als nächstes. Ähm... Ja, war das jetzt eigentlich überhaupt sinnvoll? Ich weiß es gerade gar nicht. Von Bertania City aus. Wo kommen wir da hin? Ah. Wir können das Pokémon Center benutzen. Und müssen uns dann nur noch einen richtigen Weg suchen. Den allerrichtigsten aller Wege. Okay, das wäre der hier. Ja. Dann sollen wir hier laden. Und sind hier drin. Jetzt nichts falsch machen. Dann haben wir Bruno. Alle Pokémon müssten vollgeheilt sein. Machen wir mal Lügia. Geben wir Lügia mal Platz 1. So. Okay. Wir sind in... Wir sind in Orania City. Alles gut. Alles wird gut. Von hier aus kommen wir nämlich nach Lavandia. Über den Außenposten da. Ja. So. Und das wäre dann auch das schon. Und jetzt einfach nur den richtigen Weg wählen. Das Haus da unten. Ja. Okay. Perfekt. Wir haben Bruno. Endlich. Drei weitere Gegner noch. Drei weitere Gegner noch. Drei weitere Gegner. Ich hätte auch eigentlich Psychokinese nehmen können. Ja, so geht das. Rums. Ah, schön, 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 schön. Kegli kriegt auch noch eins. Und dann kommt, glaube ich, noch mal ein Onyx. Ja, genau. Darauf kann ich Surfer benutzen. Und schon haben wir Bruno. So. Dritter Elite vor. Hm. Hm. Elite vor. Meine ich doch. Agatha war auf Zweiland. Oh Gott. Wie komme ich wieder zurück nach Zweiland? Fuchsania City. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt gerade hin will. Ich gucke erst mal. Hm. Wenn es ein Weg nach... Wo komme ich denn überall hin von Fuchsania aus? Äh, nee, da will ich nicht hin. Hm. Hm. Fuchsania ist bisher noch gar nicht... Oh. Fuchsania, ich komme. Ja. So. Hm. Hm. Auf die Art und Weise komme ich nämlich nach, äh, Mamoria. Und auf die Art und Weise komme ich nach Eiland 2. Oh. So. Eiland 2 wiederum hatte eine direkte Verbindung doch irgendwo. Ach ja. Eine Verbindung, die ich, äh, glücklicherweise nicht übersehen habe. Und da ist sie auch schon, unsere Agathe. Wunderbar. Oh, es geht los. Es geht weiter. Psychokinese, los, auf alles. Psychokinese auf alles. Heute, heute haue ich alles raus. Ja, vor allem, die sind ja alle dagegen, äh, verwundbar. Deswegen habe ich hier leichtes Spiel mit Lügia. Und damit dürfen wir sagen, wir haben wieder einen Kampf gewonnen. Alles klar. So. Nächster. Hm. Siegfried. Hm. Entweder über den Mondberg oder über Silfco-Gebäude. Das ist wohl eine einfache Entscheidung. Ich glaube, zum Silfco-Gebäude komme ich einfacher. Selbst wenn ich jetzt hier irgendwie Fuchsania, über Fuchsania City gehe, finde ich immer irgendeinen Weg. Irgendeinen Weg findet sich immer. So, ähm. Ich glaube... War ich noch nicht in der Arena hier? Oh. Hi, Agathe. Bye, Agathe. Ich habe Agathe nochmal gefunden. Oh, Mann. Ja, wenn schon, denn schon. Ich will es auch wenigstens nochmal hier festgestellt haben. Also. Agathe ist gefunden. Agathe-Bauer. Okay. Dann wieder zurück nach Fuchsania City. Okay. Wir hatten noch einen, äh, Pokémon-Markt. Da. Der bringt gar nichts. Gut. Fuchsania City. Irgendwie komme ich von Fuchsania City aus, aber trotzdem an irgendeinen sinnvollen Ort. Glaube ich. Können es mal versuchen mit... Nochmal Mamoria? Warum nicht? Warum nicht nochmal Mamoria? Nochmal Mamoria. Ähm. Das würde aber dann heißen, wenn ich jetzt in Mamoria bin und trotzdem noch zu Siegfried muss. Entweder Mondberg oder das Teil. Wie komme ich über Mamoria? Hm. Wie komme ich darüber wieder zurück ins... Puh. 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 Vielleicht, vielleicht fällt es mir eher auf, wenn ich einfach mal die ganzen Sachen durchgehe. Das sieht schlecht aus für mich. Okay. Ähm. Die ganzen Sachen, die, äh, verbunden sind irgendwie mit... Oh nein. Ich hatte es irgendwie noch so ein Gefühl. Irgendwie kam ich von Mamoria nach Saffronia. Ah, schön. So. Von da aus komme ich auch wieder in das Gebäude rein. Auf mehreren verschiedenen Wegen. Ähm. Machen wir das mal. So. Und jetzt gucken wir noch mal. Wie komme ich zu Siegfried? Über 10 F. Also das höchste Stockwerk im Grunde. Ne. Das zweithöchste Stockwerk. Und da bin ich schon. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Okay. So. Äh. Auf ein neues, mein lieber Siegfried. Freakfried. Okay. Bedroher. Versuchen wir es mal mit Psychokinese. Psychokinese hat jetzt nicht so reingehauen. Sternschauer haut auch nicht so rein. Noch eine Psychokinese und dann war es das trotzdem. Aerodactyl. Bin mal nicht so. Und versuch es mal hier mit. Oh nein. Alles gestiegen von ihm. Egal. Wir gewinnen trotzdem. Magneton. Kriegt sogar ein neues Level. Ähm. Triplette erstmal. Vielleicht passiert was Schönes. Ah. Es ist eingefroren. Ah. Toll. Es hat sich selbst geheilt dadurch. Irgendwas. Ach man. So. Dragonier weiterhin. Komm schon. Paralysier es auch oder mach irgendwas. Irgendwas Schönes. Oder so. Verwirr ist. Genau. Und es brennt sogar. Sehr schön. Dragoran kann nochmal gegen Lügier antreten. Dann. Ähm. Habe ich zwar jetzt nicht unbedingt was Gutes dagegen in der Hand. Aber. Dafür reicht es vielleicht noch. Gut war das nicht. Gut war das jetzt nicht so unbedingt. Ähm. Pilzspore wäre gut. Reicht aber leider nicht. Der Typ war einfach zu. Ja. Das. Das war definitiv die Typ Auswahl. Und hier ist auch nicht so gut. Weil Flügelschlag hier auch sehr viel Schaden macht. Aber. Wir haben noch ein. Oh. Wir haben noch Magneton. Tu was. Äh. Okay. Beutel. Sag mir bitte. Ich habe irgendwelche Beleber oder so. Ja. Habe ich. Los Lügier. Es ist vor Erschöpfung verwirrt. Das ist sehr schön. Dann kann ich ja erstmal versuchen nochmal irgendwas Trankmäßiges. Wie wäre es mit einer Top Genesung einzusetzen. Und es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Das ist sehr gut. Okay. Los geht's. Oh ja. Nächster. Bui. Booyah. Okay. Damit haben wir auch Siegfried erledigt. Und jetzt fehlt uns ja nur noch einer. Und den haben wir auch schon gefunden. Jetzt muss ich nur noch schauen. Aber wie kam ich da denn jetzt wieder hin? Das war doch eigentlich voll einfach. Eigentlich war es voll einfach. Über zwei Land komme ich da zum Beispiel hin. Über diesen Weg. Okay. Also über zwei Eiland komme ich da auf jeden Fall lang. Hm. Wie komme ich nach zwei Eiland? Heiliger Ort in Fuxania City. So. Ähm. Ach. Das kriege ich noch hin. Das ist jetzt nicht mehr so schwer. So. Zwei Eiland. Da lang. Ähm. Uff. Uff. Wie kam ich denn von Fuxania weg? Vielleicht sollte ich nicht ständig in Fuxania. Ah. Doch. Sehr gut. Also ich komme doch hier ganz gut hin. Und irgendwas war jetzt hier in Pewter City. Das bringt mich zu zwei Land. Ah. Okay. Trotzdem wäre es gut, wenn ich jetzt erstmal irgendwo auch eine... Ein Pokémon Center vielleicht mal noch fände. Ähm. War hier jetzt zumindest eins. Nein. Sieht nicht so aus. Auch nicht. War denn auf zwei Land vielleicht noch irgendwas dergleichen? Nee. Ja. War trotzdem cool, mal eins zu kennen. Äh. Ja. Top, 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 top in Raw. Ach, schön. Äh. Nee. Zwei Eiland. Zwei Eiland. Hier. So. Ah. Okay. Sehr gut. Sehr cool. Ähm. Wenn ich also von Zweiland aus da hingehe, dann kann ich mich vorher sogar heilen. Wunderschön. Mhm. So, hier irgendwo war... ...sozusagen... Ah, genau. Easy. Wir haben's. Wir haben's gleich. So, was kam denn als erstes Pokémon? Tauboss wahrscheinlich? Probieren wir's mal so. Top tränken. Top tränken. Top Genesung. Belebern. Und dann geht das alles. Boom. Jetzt zeig ich's dir. Mein Rivale. Dödel. Du Dödel, du. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Ich hätte mal auf ein anderes Pokémon wechseln müssen. Flammwurf haut nicht so sehr rein. Und mach mal Surfer drauf. Und dann ist das gut. Ah, schön. Wir haben's geschafft. Wir haben's gleich geschafft. Gleich ist es soweit. Also, war ein, äh, schaffbarer Run tatsächlich. Äh, Gigasauger. Wenn du unbedingt willst, dass ich dir was abziehe. Top Genesung. Ah, yeah. Ey, ich werd auch mal richtig Raw talken. Hm. Ne, auf jeden Fall, äh, mir hat's wirklich Spaß gemacht. Wollte ich gleich schon mal sagen. Wenn ich gleich, äh, nachher ein bisschen kurz angebunden sein sollte. Am Ende des Videos. Ähm, es ist schön, dass dieser Run, äh, doch geklappt hat. Es ist schade, dass es, äh, immer noch Fehler gibt. Ähm, ich hoffe, die meisten Runs, die, äh, rauskommen, werden trotzdem schaffbar sein. Also, wie gesagt, äh, bevor ich hochlade, sind noch ein paar Sachen, äh, dann verändert worden. Definitiv sowas, ähm, wo beispielsweise eben, ja, ähm, manche Dead Ends anders, äh, zum Beispiel benannt werden, weil sie keine Dead Ends sein sollten oder müssten. So, gucken wir mal. Punkensprung. Paralysiert. Nice. Äh, ist doch sowieso schon das letzte seiner Pokémon, wenn ich mich nicht irre. Also, wenn das langsam zu Fall geht. Oh, er macht noch eine Top-Genesung. Äh, ich, äh, fände es ganz cool, wenn ich auch langsam fertig werde, aber... Das schaffen wir. Oh nein, nicht noch Gigasauger. Jetzt heilt sich das wieder hoch. Interessanter Kampf. Ich hab zum Glück noch, äh, Sachen in petto. Blutsauger, los! Oh. Ach, was soll's. Benutze ich halt die Leber. So, schlaf, bitte nicht mehr. Danke. Blutsauger funktioniert gut, aber Schlafpuder funktioniert besser. Deswegen, ab auf Lügier. Go, go. Äh, Sternschauer erstmal. Schlafpuder bringt nix. Schlafpuder bringt jetzt was. Also, das Kokowai hält sich gut, aber es ist weg. Und damit sind wir Champion geworden. Uhuhu. Fertig. Nach viel zu langer Zeit, aber fertig. Und das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. So, alles klar. Es war schön. Es war wirklich ein interessanter Run. Und, wie gesagt, es ist gut, dass er funktioniert hat. Und, dass er mich nicht gesoftlockt hat. Er hätte mich gesoftlockt unter bestimmten Umständen. Aber, die hab ich jetzt entschärft. Ähm, ja. Toi, 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 dass solche Runs, ähm, also, dass solche Randomizations, äh, dann nicht mehr auftreten, wenn, ähm, Trassler der Allgemeinheit verfügbar ist. Und, das ist es jetzt einfach mal, äh, ihr hättet dieses Video gar nicht ansehen müssen, um Trassler zu benutzen. Aber trotzdem, ihr habt mal einen kleinen Einblick, äh, bekommen, äh, darin, was Trassler denn jetzt kann. Und, ja. Ja, ich hoffe, es hat euch, ähm, gefallen. Und, ja, ähm, vielleicht bis zum nächsten Mal. Und, äh, schauen wir mal, wie sich das Programm so weiterentwickelt. Denn, ich glaube, an diesem, äh, Punkt werde ich noch nicht Schluss machen mit allem. Es, äh, wird irgendwie noch Trassler weiterentwickelt. Äh, es wird, äh, mehr Randomizer-Zeug geben. Ähm, schauen wir mal. Momentan ist nur, äh, feuerrot, blatt, grün, ähm, Randomize-bar. Ähm, Pokémon Smaragd wird folgen. Äh, ich habe momentan keinen Plan, äh, also, keine Planung bezüglich der DS-Spiele von Pokémon. Ich würde mich wahrscheinlich in eine andere Richtung erstmal weiterentwickeln. Und vor allem, immer wenn, äh, der Point Crow Randomizer irgendwie weiterentwickelt wird, dann, äh, werde ich auch hinterher sein und Trassler daran anpassen, sodass man, was man hier jetzt gerade gar nicht gesehen hat, ähm, dass man da auch die Worps einlesen kann von dem Point Crow Randomizer. Was nämlich auch geht. Kann ich mal schnell zum, äh, zum Ende noch hinzeigen. Wenn ich jetzt nämlich einfach meine ROM aufrufen würde, das tue ich jetzt einfach mal. Äh, Emerald, äh, nee, das war's nicht. Äh, feuerrot.de, genau. So, die ROM habe ich jetzt eingelesen und zack, äh, die ganzen... Jups. Ja, alles ist, alles soweit eingelesen und, äh, hier sieht man jetzt alle Verbindungen, die da irgendwann mal gesetzt wurden. Klick, klack. Das war damit verbunden. Äh, wo wäre denn die Oxys gewesen? Ach, übrigens, hier, unser, äh, kleiner Fehler, den wir gemacht haben. Das Ding hätte damit nicht verbunden sein dürfen, denn man kann über das, äh, äh, Marmoria City Gym hier landen, kommt nicht mehr zurück und landet dann dort. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Deswegen, also dieser eine Warp, äh, hat sowieso Probleme bereitet. Den habe ich schon gefixt bereits, äh, alles gut. Äh, das Punktloch wollte ich noch, äh, verändern. Das mache ich auch gleich mal, bevor ich es vergesse. Geht nämlich ganz flink. Ähm, dazu kann ich in, äh, meine Entwicklungsumgebung reingehen. Das seht ihr jetzt gerade gar nicht. Aber, ähm... Hm. Dann haben wir hier RecCut. Genau. Heißt, äh, benötigt Zerschneider. Und wenn man dann Zerschneider hat, dann kommt man da auch rein. So einfach ist das. Ähm, ansonsten war noch, dass... Ein Rocket-Typ an einer Stelle etwas verschoben werden sollte. Vielleicht verschiebe ich auch beide Rocket-Typen. Ich glaube, ich verschiebe beide Rocket-Typen. Einfach, weil... Weil ich es kann. Das mache ich dann auf jeden Fall, ähm... Wird, wird alles, äh, geändert, bevor... Bevor das Ganze, äh, bevor Trassler und dieses Video der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Aber es wird auf jeden Fall gemacht. Und ich wollte gucken, äh, wo, wo war Deoxys? Okay. 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 Mal hoffenweise, äh, ich musste den Tee haben, ich hätte den Tee haben müssen. Hätte ich den Tee gehabt, dann hätte ich hier über... Das Ding, äh, das Ding, da hingekonnt, hierhin, und wäre dann bei Deoxys gelandet. Auf jeden Fall, äh, äh, Deoxys ist, äh, randomisbar. Ach, wo wäre denn der Tee gewesen? Ja, fragen wir doch da mal nach. Es ist auch so eine schöne Sache, ähm, ich hab das wirklich so aufgebaut, dass man wirklich manchmal Items auch kriegen muss, um, äh, an bestimmte Warps ranzukommen. Also, der Schwierigkeitsgrad ist schon etwas hoch, würde ich sagen. Ähm, beziehungsweise die Möglichkeit, dass der Schwierigkeitsgrad hoch ist, ist da. So, ähm, hier, das ist Nummer 1, äh. Aber war ich denn hier nicht? Oder war, wo ist... War hier, wäre hier nicht eine Oma gewesen? Ich hab da keine Oma gesehen. Hm. Wo ist denn die Oma in dem Gebäude? Ah, nee. Hm. Das ist ja komisch. Ich versuch da mal hinzukommen, irgendwie. Okay, wir haben hier... Aha. Der Tee wäre dadurch versperrt, zum Beispiel, gewesen. Interessant. Ähm. Ach, nee. Hier, das ist das Ding. Okay. Da war ich noch gar nicht. Ah. Ah. Oh. Hupsi. Komm ich irgendwie an Fliegen ran nochmal? Äh, ich würde nämlich gerne mal an Fliegen rankommen für gewisse Tests. Okay, da war das und das und Lavandir. Okay. Über Lavandir hätte ich Fliegen kriegen können. Ach Gott. Ach Gott. Äh, ich hab's ja schon mal bekommen. Ach nee, ich glaub, ich glaub, ich werd mir jetzt auch gerade nicht die Zeit nehmen, äh, das alles nochmal durchzuspielen. Und ein paar Sachen zu prüfen, aber, äh, ja. Ja, trotzdem, es hat Spaß gemacht, äh, ich würde auch mal sagen, jetzt können wir auch, äh, Trassler wieder ausmachen. Ähm, ja. Ja, und, ähm, wer selber so einen Run probieren möchte, in der Beschreibung ist das, äh, ist der Downloadlink. Keine Sorge, ist kein Virus, wurde alles in GameMaker programmiert und, äh, GameMaker lässt einem tatsächlich, äh, relativ wenig Möglichkeiten, da irgendwie ein Virus rein zu programmieren, außer man benutzt irgendwelche Extensions. Davon habe ich eine drin, die mir tatsächlich auch, äh, Webseiten öffnen kann. Äh, normalerweise würde ich das über GameMaker öffnen lassen, aber, äh, unter Windows hat GameMaker irgendwelche Probleme, Webseiten zu öffnen. Da wird dann der, äh, URL was hinzugefügt, das habe ich mit einer Extension, äh, sag ich mal, das Problem umgangen. Und, äh, das ist einfach nur dazu da, um, äh, die Links zu klicken, die im Startmenü von Trassler sind. Ansonsten habe ich mich nur an das, äh, gehalten, was, ähm, GameMaker intern ist und, äh, dort ist, äh, sozusagen, also das Lesen und Schreiben, ähm, also das Lesen ist, glaube ich, so ziemlich möglich, wie man möchte. Ähm, das, ähm, habe ich mitgekriegt, also man kann von ziemlich überall lesen, äh, dafür habe ich, also das, das, das wird nur benutzt, wenn, ähm, tatsächlich dann auch ROM-Daten, äh, ROM-Dateien gewählt werden. Und, äh, äh, das Schreiben ist nur in einem ganz bestimmten Ordner möglich. Ähm, also, ja, es sollte nicht passieren, dass, äh, wie bei Pointcrows, äh, äh, Randomizer zum Beispiel, äh, wir in Warnungen einfach mal so getriggert werden. Falls doch, äh, bitte in die Kommentare schreiben, dann, äh, werde ich zusehen, warum das so ist, äh, werde versuchen, alle möglichen, ähm, damit zusammenhängenden, äh, Sachen, äh, ähm, Funktionen irgendwie rauszunehmen. Ähm, und zur Not lasse ich auch einfach diese Erweiterung raus, die, äh, nur dazu da ist, um eine Webseite zu öffnen, dann, ja, lasse ich mir da was anderes einfallen. Und, ja, ähm, wie gesagt, äh, ist alles in der Beschreibung, könnt ihr euch runterladen, könnt ihr selber benutzen, die ROMs dafür müsst ihr selber, äh, zur Verfügung stellen. Und es sollten, äh, ja, legal, äh, erworbene, beziehungsweise gedampfte ROMs sein. Überprüfen kann ich das nicht, aber es sollte so sein. Ähm, ja, und damit wäre das das auch schon gewesen, äh, schön, dass ihr euch mal angeguckt habt, wie Trassler funktioniert, vielleicht macht ihr es, äh, benutzt ihr es jetzt auch bald selber. Und, äh, ich verabschiede mich, äh, ihr könnt es übrigens auch verwenden, falls ihr mit, äh, Pointcrows, äh, Randomizer, äh, irgendwas verzufälligt habt, ihr könnt dadurch auslesen. Ja, wie gesagt, äh, wo die Worps überall hinführen. Und, ja, ähm, das war's von meiner Seite und, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Bis zum nächsten Mal.